Hey, hier ist Frauke Berger und ihr hört die Comic-Cookies. Ich zeichne Genre-Comics zwischen Science-Fiction und Fantasy. Nach Grün und Die Schöne und Die Bieste arbeite ich zur Zeit in einer neuen Serie. Wieder zusammen mit dem wunderbaren Autor Boris Koch. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Moin ihr Lauser und herzlich willkommen bei den Comic-Cookies. Mein Name ist Breedstorm und ich habe die Freude, euch eine ganz besondere Folge heute präsentieren zu können. Nämlich 100 Jahre Comic-Cookies. Ah ne, 100 Folgen Comic-Cookies. Ich habe heute Morgen sicherheitshalber nochmal nachgeschaut. Und iTunes zeigt mir an, wir haben schon bereits 127 Folgen gemacht. Das liegt aber daran, dass wir, beziehungsweise Steffen gerne früher Specials gemacht hat. Das heißt, wenn wir in Erlangen waren, wenn wir da irgendwas mitgeschnitten haben teilweise, wenn wir irgendwelche Interviews gemacht haben, dann war das Special. Und damit ist es heute eigentlich die 128. Folge. Aber im Endeffekt die 100. reguläre Folge. Die große Jubiläumssause. Und ich darf begrüßen aus der Metropolregion Nürnberg, Andi, hi. Schönen guten Tag zusammen alle mal wieder. Wir haben nicht nur einen, Andi, sondern wir haben sogar zwei. Weil zwei ist immer besser als einer und haben es besser als brauchen. Aus der Metropolregion Frankfurt, südlich davon, unser Tele-Andi. Aloha. Und ein herzliches Hi an den Patrick. Der sitzt nämlich nördlich von Frankfurt. Hi. Stimmt sogar. Ja. Dann haben wir das geografisch jetzt gemacht. Keine Ahnung. Sehr gut. Wo sitzt du denn von Frankfurt? Ich sitze östlich von Frankfurt. Das heißt, ihr zirkelt das so ein. Jetzt braucht man auch jemanden aus dem Westen. Ja, wobei wie gesagt, ich sitze ja schon irgendwie in Franken hier, auch wenn es nur fünf Kilometer bis zur Grenze sind, aber es ist tatsächlich nur Franken. Na ja. So, 100 Jahre Comic-Cookies. Ganz klar. Wie hat das Ganze begonnen? Der Steffen hat auf der Seite Comic-Community mal einen wunderbaren Artikel dazu geschrieben, die Comic-Cookies und ich. Der beschreibt so seine Sichtweise von der Sache. Meine Sichtweise von der Sache ist eigentlich, dass wir, ja, Steffen kannte ich halt irgendwann aus dem Panini-Forum. Ich glaube, da war ich seit 2001 oder so, muss ich mich registriert haben. Und irgendwann hatten wir den Frankfurter Panini-Stammtisch und so habe ich Steffen und auch andere Menschen kennengelernt und wir haben es eigentlich immer regelmäßig gesehen. Und durchs Panini-Forum kannte ich irgendwann auch Sepp, weil der Sepp ein relativ aktiver User war im Panini-Forum, hat immer sehr viele Sachen besprochen. Die Älteren werden sich erinnern, es gab mal sowas wie Foren im Internet. Und deswegen fand ich das immer gut, was er da gemacht hat. Und irgendwann habe ich ihn auch kennengelernt. Und zwar war das in Erlangen 2010. Da hat er nämlich zusammen mit dem Ritz, also dem Boris Mihaljevic seinerzeit, den Comic Wahre Helden vorgestellt. Und davor hatten die auch schon in Seppa V-Trust gemacht unter ihrem Label MadThings Productions. Und wie gesagt, zum ersten Mal gesehen in Erlangen dann. Nach dem 2012er Erlangen haben wir uns dann einfach mal gesehen, der Steffen, der Sepp und meine Wenigkeit. Weil der Sepp damals auch östlich von Frankfurt gezogen ist, arbeitstechnisch. Und da haben wir einfach mal gesagt, wir bereiten das mal so ein bisschen nach Erlangen. Wie war es? Wir schwätzen mal so ein bisschen. Und so haben wir uns im legendären Bierhannis in Frankfurt Fechenheim getroffen. Und es wurden einige Geschichten erzählt. Und irgendwann kam die Sprache auch auf Podcasts. Und ja, da war dann relativ schnell die Idee geboren, einfach mal einen Comic Podcast zu machen. Es gab schon andere. Teilweise gab es die da schon nicht mehr. Wir waren sicherlich nicht die Ersten. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es noch relativ wenig deutsche Comic Podcasts. Und da haben wir gesagt, das machen wir eigentlich mal. Antrieb dahinter war sicherlich am meisten der Steffen. Weil der Steffen immer schon so ein bisschen der Techie ist. Also der hat immer das neue iPhone und auch andere technische Errungenschaften des modernen Lebens sind ihm nicht fremd. Und da hat er einfach eine Möglichkeit gesehen, dass er da ein Spielzeug hat mit dem Podcast. Und ich glaube, den ersten haben wir dann aufgenommen mit so einem iRig. Also mit so einem kleinen Aufsatz fürs iPhone, was du dir einfach an die Buchse unten steckst und dann damit aufnimmst. Und so hat das Ganze dann begonnen. Weil ich sage ganz klar, weder der Sepp noch ich hatten technisch so viel Interesse, dass wir uns hätten vorstellen können, das einfach umzusetzen. Aber der Steffen hat gesagt, er macht das, alles klar. Wir müssen nur labern. Und so ist das Ganze passiert. Wir haben uns dann kurz darauf beim Sepp getroffen in seiner Küche und haben die erste Folge aus dem Küchenstudio aufgenommen. Ich habe heute zur Vorbereitung nochmal reingehört. Also schon die ersten fünf Minuten. Äußerst schwierige Soundqualität natürlich, weil mit dem iRig Audacity war uns damals noch nicht so bekannt. Und ja, aber im Prinzip ist schon alles drin. Wir haben erstmal Plemplem erwähnt in den ersten fünf Minuten. Ich habe den Gastgeber beleidigt. Und der Steffen hat einen Witz erzählt. Also ist eigentlich alles dabei. Also alle Elemente sind in den ersten fünf Minuten vorhanden. Wie gesagt, das Ganze ist auf YouTube, haben wir es glaube ich erst später angefangen einzustellen. Aber auf iTunes sind wirklich noch alle Folgen zu hören. Und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir irgendwann mal auf 100 Folgen kommen. Und ja, bin sehr froh, heute mit euch podcasten zu können. Das ist eine sehr schöne Zusammenkunft. Wir werden ja heute noch ein bisschen vielleicht Stimmen von anderen Ex-Cookies hören, die beteiligt waren. Es war eine wilde Mischung die ganzen Jahre. Und ja, jetzt ist glaube ich so die wildeste Mischung. Ja, aber ich möchte in diesem Moment abgeben an denjenigen, der das heute sehr, sehr viel vorbereitet hat. Sei es zum Thema Gewinnspiele, aber auch mit den Einspielern und so weiter. Nach eigenen Angaben, die, wie war das, die arbeitsintensivste Vorbereitung, die er jemals für einen Podcast gemacht hat. Andi, dein Turn. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank auch für die Einführung. Applaus an der Stelle. Ganz groß. Danke, danke, danke. 100 offizielle große Ausgaben-Comic-Cookies. Geiler Scheiß. Und ich weiß nicht, wie es euch hier da für mich ist. Es ist eine riesengroße Ehre, an dieser Ausgabe daran teilnehmen zu dürfen. Und tatsächlich haben wir einiges vorbereitet. Wir haben eine Menge Sachen gemacht, auf die wir uns alle super freuen. Und es gibt Einspiele heute von ehemaligen Cookies. Die werden wir immer so ein bisschen mit reinträufeln. Wir werden unter anderem ein großes Gewinnspiel haben. Und auch dieses Gewinnspiel, das ist wirklich, also vermutlich eines der größten, wenn nicht sogar das epischste Comic-Gewinnspiel von einem Comic-Podcast, das es ja von einem deutschen Comic-Podcast jemals gab. Ich habe nämlich tatsächlich quasi eigentlich alle Verlage angeschrieben. Und haltet euch fest, fast alle haben zugesagt. Wir haben hier eine riesengroße Liste mit, ich glaube, es sind insgesamt neun Preise pro Paket. Wir werden dreimal neun Preise verlosen. Das sind vor allem Comics und einer dieser Preise ist auch ein großes Special, ein super Sonder-Mega-Nerd-Paket, das ich zusammenschnüren werde, wo auch wiederum Comics dabei sind und so. Und ich will euch nicht vorunthalten, was für Comics das sind. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt, dann müsst ihr die komplette Ausgabe hören. Denn wir werden ganz am Ende der Ausgabe verraten, wie ihr daran teilnehmen könnt. Und keine Sorge, ist nicht so mega kompliziert. Und außerdem will ich euch aber trotzdem sagen, was ihr gewinnen könnt, weil es eben so wahnsinnig viel ist. Ich rufe einfach mal in die Runde. Andi, nenn mir doch mal bitte irgendeinen Comic-Verlag, der dir einfällt, in deutschsprachigen. Carlsen. Carlsen, völlig richtig. Denn auch Carlsen ist bei diesem Gewinnspiel dabei. Die steuern insgesamt drei verschiedene Comics sogar in diesem Gewinnspiel bei. Zum einen die Monster Perfect Edition. Das ist dieser Manga, der auch der Patrick schon mal vorgestellt hat. Dann haben wir dabei die Abenteuer von Marc Jaguar, die erste Gesamtausgabe. Sowie Bloody Mary von der Christina Germann, die wir ja auch kennen. Das sind also die Preise von Carlsen. Und an euch schon mal der Hinweis, falls ihr gewinnen solltet, solltet ihr auf jeden Fall auch so ein bisschen Hinweise geben, was ihr am liebsten hättet. Denn es gibt manchmal so Sachen, da kommen von jedem Verlag dreimal derselbe Comic. Und eben hier bei Carlsen, die haben uns drei verschiedene Sachen zur Verfügung gestellt, die sie euch zuschicken werden. Wie gesagt, Details dann dazu später. Patrick, kannst du noch einen Verlag nennen? Schreiber und Leser. Sehr gut. Die stellen dreimal Regenwolf zur Verfügung. Von Jean Dufault und Ruben Pelliero erscheint auch ganz aktuell beim Schreiber und Leser Verlag. Readstorm, was fällt dir noch ein? Avant. Avant ist tatsächlich nicht mit am Start. Was aber nicht daran liegt, dass sie nichts gemacht hätten. Sondern einfach, ich habe über den Pressesprecher Kontakt gehabt. Der uns in dem Fall aber die Sachen von Crosscult zur Verfügung gestellt hat. Zum Beispiel wird uns hier Crosscult die aktuelle fünfte Ausgabe von Gung Ho, von Thomas von Kumant und Benjamin von Eckertsberg zur Verfügung stellen. Da also auch schon mal vielen Dank dafür. Dann großes Ding, der Steffen Volkmar von Panini Comics wird uns dreimal die Deluxe Edition, Deluxe Version von Sweet Tooth Nummer 1 zur Verfügung stellen. Die es aktuell gibt, wo er demnächst auch die Netflix-Serie erscheint. Ich habe ja dieses Paket angesprochen, das ich packen werde, wo ganz viele Sachen dabei sind. Da werden Filme dabei sein, Nerdkram und eben auch diverse Comics. Und unter anderem werden dabei sein zwei Comics vom Dantes Verlag. Den haben die mir direkt zugeschickt, die beiden Comics. Das ist zum einen Modded, erscheint da ganz aktuell. Und der Comic-Code Prue. Keine Ahnung, Code Prue ist von Garth Ennis und Modded ist von Kieran Gillen. Also auch nicht irgendwas. Und zum Auffüllen quasi fürs dritte Paket nehmen wir dann noch Sumi mit rein. Das habe ich hier vorgestellt, diese Comic-Anthologie von Michael Mikulajczak. Dann der Splitter Verlag ist mit am Start. Da erscheint ganz aktuell die erste Ausgabe von Die Wandernde Erde, wo es ja auch diese Netflix-Verfilmung von gibt. Auch da kriegen wir jeweils dreimal diesen Comic. Und dann noch natürlich die Egmont Comic Collection steuert bei dreimal Lucky Luke 100 als Softcover. Die ja auch aktuell am Start ist. Das finde ich total geil. Vielen Dank dafür. Und zu guter Letzt auch noch einen Manga von Kaze. Die werden uns dreimal die erste Ausgabe von Beast Stars zur Verfügung stellen. Also ihr merkt schon, das ist eine riesengroße Ansammlung an geilem Scheiß, die auf euch wartet. Und wie ihr da rankommen könnt, das erfahrt ihr am Ende dieser Ausgabe. Und was ihr machen müsst und so weiter. Also teilnehmen dürfen grundsätzlich wie immer alle ab 18. Da gibt es halt so ein paar Bedingungen zur Teilnahme. Ihr müsst euch damit einverstanden erklären, dass die Verlage euch quasi die Comics zuschicken. Das heißt also, die kriegen eure Adresse und so. Das werden wir alles nochmal schriftlich festhalten. Da haben wir auch eine Unterseite bei der Comic Community aufgemacht. Werden wir alles verlinken. Das wird cool. Und natürlich dürfen wir jetzt ehemalige Cookies nicht daran teilnehmen. Wäre ja ein bisschen blöd, wenn plötzlich jeder Steffen so ein Mega-Comic-Paket gewinkt. Das wäre ja gut. Oder, dass wir für einen Monat austreten und dann als ehemalige Cookies dann mitmachen. Meine Frau ist schon neidisch, dass ich gesagt habe, sie darf nicht mitmachen. Also es ist wirklich so, ne? Also als dann die ganzen Zusagen kamen und so, habe ich schon gedacht, oh, schon geil. Hätte ich auch gern. Wir müssen bedenken, also wir kriegen diese Zusagen, seitdem wir die Ausgabe 99 quasi vorproduziert haben. Seit zwei Monaten ist es so, dass das vorbereitet wird. Und seitdem kriegen wir regelmäßig, ja hier, das und das wird zur Verfügung gestellt fürs Gewinnspiel. Also seit zwei Monaten kriegen wir hier fast täglich Infos. Ja, das kriegen wir zugestellt. Das kriegen wir zugestellt. Und wir denken auch, scheiße, wir können jetzt gerade nicht mitmachen. Ich finde auch, es ist tatsächlich eine extrem gute, breite Mischung an Stilen. Also dass wir ein paar Manga dabei haben, westliche Comics in verschiedenen Stilen und ja, ein bisschen was Mainstreamigeres, ein bisschen was mehr Indie und so. Also ich finde, ein sehr breites Spektrum. Da war ich auch sehr begeistert. Und auch einer meiner Lieblingsmangas, soweit ich mich, soweit ich richtig gehört habe, Monster Band 1 von dieser Perfect Edition. Richtig, der ist auch einmal dabei. Wird geil. Auch bei diesem Super-Sonder-Special-Paket, da gibt es dann letztlich Filme. Also ich habe ja noch einen Filmpodcast nebenbei und da kriege ich welche halt zugeballert mit Filmen, die ich hier liegen habe. Und da gibt es dann auch wirklich ganz top aktuelle Heimkino-Veröffentlichungen. Eher so aus dem Action-Bereich und so. Da will ich nicht zu viel verraten, das wird ein Überraschungspaket. Geiler Scheiß, ab 16. Bam, bam. Yo, auf geht's. Wir wollen heute Folge 100 starten. Und Folge 100 steht ja auch quasi das erste Mal, soweit ich weiß, hier seitdem das Comeback der Comic-Cookies am Start war. unter einem großen gemeinsamen Thema. Und so richtig weiß ich gar nicht, wie wir das Thema jetzt nennen. Deswegen reiche ich die Frage einfach mal an den Andi weiter. Andi, wir wollten das Ganze hier, glaube ich, ein bisschen nostalgisch aufziehen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wir haben ja in der Vorbereitung, wie natürlich jetzt auch schon ein bisschen näher geht, mehrfach über das Thema gesprochen und uns nie so richtig einigen können oder hatten nie so richtig gemeinsame Länder, wie wir das nennen würden. Aber im Grunde war die Idee, die 100 jetzt mal dazu zu nutzen, auch quasi uns als Comic-Leser nochmal ein bisschen neu vorzustellen. Vor allem, weil jetzt ja außer dem Breedstorm wir alle ja relativ neu immer noch bei den Comic-Cookies sind. Also wir sind ja vor nicht mal einem Jahr jetzt in dieser Neuauflage neu gestartet. Ich glaube, es war im Juli 2020 und ja, haben quasi auch, nachdem die 100 natürlich auch ein bisschen so ein Rückblick ist, ein bisschen was Nostalgisches hat, uns überlegt. Jeder von uns stellt zwei Comics vor, die ihm in seinem Comic-Leser-Leben besonders wichtig sind. Die irgendwie, ja, eine bestimmte Bedeutung haben, die wir schon länger mit uns tragen, die wir immer wieder empfehlen oder so. Also einfach so ein, könnte vielleicht auch Lieblings-Comics sagen, aber ich finde einfach, ja, so wichtige Comics aus meinem Comic-Leser-Leben, so würde ich es vielleicht umschreiben. Ganz genau so ist es nämlich auch geworden. Ich glaube, da hat jeder einen unterschiedlichen Ansatz für gefunden. Patrick, wie sieht es denn bei dir aus? Welche beiden Comics wirst du uns denn heute vorstellen? Bei mir war das eine wirklich schwere Auswahl, weil, ja, das ist bei mir wie mit Lieblingsfilmen. Ich konsumiere viel, deswegen habe ich auch viel Lieblings-Stuff. Aber um das mal vorwegzugreifen, ich habe jetzt Sin City reingepackt, einfach weil ich da eine nette Anekdote zum Comic-Shop von damals Leger Legende habe. Und dann dachte ich, nutze ich auch die Gelegenheit, um mal ein bisschen das Hellboy-Universum vorzustellen, weil diese aktuellen Veröffentlichungen, da steigt man immer irgendwo mittendrin ein. Da dachte ich, das könnte man nicht vorstellen, ohne großartig zu spoilern. Deswegen würde sich da mehr so ein grober Umriss des Hellboy-Universums anbieten. Weil jeder, der mich kennt, war es, ich mag Hellboy ziemlich. Ein Bursche aus der Hölle. Sehr geil. Wie sieht es denn bei dir aus, Breedstorm? Ja, ich habe ja den gewissen Nachteil, dass ich schon in einigen Folgen dabei war und schon viele Sachen einfach vorgestellt habe. Die Legenden sind wie Preacher, wie Why the Last Man, Hellblazer, Sandman. Das haben wir alles schon in irgendeiner Art und Weise besprochen. Ich wollte mich da nicht wiederholen. Deswegen bin ich einfach mal in die Frühphase meines Comic-Lesens zurückgegangen. Und es wird auf jeden Fall der Batman-Superband 10, der eine gewisse Bedeutung bei mir hat. Und dann werde ich mich nochmal auf Spinne-Condor konzentrieren, weil das alles sehr Einschnitte waren, die ich auch schon in den 80ern tatsächlich dann auch hatte. Oder Ende der 80er teilweise. Und dann wiederhole ich da nichts und das waren auf jeden Fall trotzdem Meilensteine. Mega geil. Ja und Andi, was ist bei dir los? Ja, ich habe auch zwei Einzelbände genommen, weil ich, ähnlich wie Breedstorm es gerade beschrieben hat, es gibt natürlich auch ganz viele große Serien und so, die mir sehr wichtig waren. Und so aus meiner ganz frühen Phase, sowas wie Spirou, das wir in letzter Zeit auch häufiger hatten. Aber zwei Comics, die wir auch schon mal erwähnt haben in den letzten paar Folgen, wo ich auch schon gesagt habe, dass mir die super wichtig sind und mir deswegen auch jetzt auch wieder besonders präsent waren. Und ich dachte, dann nehme ich jetzt diese Gelegenheit, die auch vorzustellen. Das eine ist It's a good life if you don't weaken von Seth und das andere ist The Tragical Comedy or Comical Tragedy of Mr. Punch von Neil Gaiman und Dave McKean. Bei mir stand auch tatsächlich in einer näheren Auswahl einer der vielen Vertigo-Titel, weil Preacher hat mein Comic-Lesen auch ziemlich geprägt und irgendwas Vergleichbares habe ich danach nicht mehr gefunden, was an Preacher irgendwie großartig rangekommen ist. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wir übelst Vertigo geprägt sind, wir alle hier. Also ich meine, wir haben alle, glaube ich, auch Dinge bei uns im Schrank stehen. Ich kenne jemanden hier in der Runde, der sich sehr, sagen wir mal, körperlich auch mit dem Thema Vertigo beschäftigt hat. Also ich glaube, Vertigo ist sowas, eigentlich müssen wir uns da auch nochmal ganz super duper ausgiebig drüber unterhalten. Und ich denke, das ist auch vielleicht auch eine gute Idee, dann hier auch mit etwas Düsterem zu beginnen. Meine ersten, also meine Sachen, die sich heute kümmern werden, ich habe mich letztlich mit Comics beschäftigt, die auch meiner Kindheit stammen. Und mich schon irgendwie im Kindesalter geprägt haben, wo ich immer gedacht habe, mein erster wirklicher Kontakt mit Comics und ich habe spät quasi angefangen, wäre eigentlich erst gewesen bei den New 52 von DC. Und meinetwegen vielleicht noch, wenn man die Batman-Animationsserie mitzählt, aber nein, eigentlich war das viel früher. Zum einen über meinen Vater habe ich zumindest grob kennengelernt die Digidaks, die zu DDR-Zeiten in dem Mosaik-Comic erschienen sind. Und zum anderen natürlich mich sehr geprägt die Power Rangers-Magazine, die es in den 90ern gab, die natürlich im Zusammenhang mit der Mighty Muffin Power Rangers Serie stehen. Auch da habe ich heute einiges vorbereitet und freue mich schon total drauf. Ja, Jungs, ich würde sagen, bevor wir hier jetzt ins Detail gehen und einsteigen, was haltet ihr davon, wenn wir uns vielleicht bei den ersten Einspielern erstmal anhören? Der erste Einspieler wäre nämlich vom Steffen persönlich. Der Steffen wirklich hier mit Gründungsmitglied, wenn man so will, ja bis heute irgendwie auch noch Teil der Seele der Comic-Cookies. Wir sind eng verbunden, wir haben auch regelmäßigen Kontakt in so internen Chatgruppen und so. Und wenn ihr ready seid, würde ich jetzt mal den Einspieler für den lieben Steffen starten. Dazu muss ich hier nur mal auf einen Button klicken. Seid ihr alle soweit, Jungs? Los, Banane! Jo! Hallo, hier ist der Steffen. Liebe Comic-Cookies, alles Gute zu 100 Jahren, wollte ich fast schon sagen. Aber ganz soweit ist es noch nicht zu 100 Episoden. Und das freut mich natürlich ganz besonders, weil ich ja mit euch den ganzen Weg dieser Strecke mitgelaufen bin. Und ja, macht mich stolz, dass ihr jetzt bei den 100 Episoden seid. Ende 2019 sah das tatsächlich anders aus. Also da hätte ich nicht gedacht, dass es noch zu den 100 Episoden kommt, weil da war ich dann so ein bisschen durch mit den Comic-Cookies. Und ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einer Schreibblockade bei einem Schriftsteller. Also irgendwie ging dann nichts mehr. Und das lag nicht an euch oder so, an den Leuten, die mitgemacht haben, sondern wirklich nur an mir. Da gibt es auch einen Blog-Beitrag drüber. Den könnt ihr gerne mal nachlesen, wenn euch das interessiert. Auf der Comic-Community. Vielleicht wird es sogar verlinkt. Und umso mehr freut mich natürlich, dass wir jetzt bei der 100 sind mit diesem tollen neuen Team, den beiden Andis, dem Patrick und natürlich meinem Mitbegründer der Comic-Cookies, dem lieben Breedstorm. Ja, als kleiner Steppke von vielleicht fünf Jahren, der da das erste Mal ein Mosaik-Heft in der Hand hat, mit den Abrafaxen drin, stellt man sich natürlich auch nicht vor, dass man irgendwann mal einen Comic-Podcast über das Hobby macht. Also damit hat aber bei mir alles angefangen. Und das war tatsächlich auch das erste Comic, was ich als Abo hatte. Und dann, als die DDR-Grenzen geöffnet wurden, kamen natürlich auch jede Menge andere Sachen zu uns, wie zum Beispiel das Mickey-Maus-Magazin oder das lustige Taschenbuch. Später dann Asterix entdeckt, weil ich da einen Kino-Film gesehen hatte, der super cool war. Und dann gesehen habe, ah, da gibt es Comics von, um dann später herauszufinden, ja, die Comics, auf denen basiert das letztlich. Und so ging das alles weiter mit Spirou und Fantasio und dann mit Dino-Comics und den Superhelden. Und mit den Superhelden ging das dann eine ganze Weile weiter, weil ich über dieses DC vs. Marvel damals so angefixt war, weil es so viele bunte Superhelden gab, die man einfach irgendwie alle entdecken wollte. Und dass ich das jahrelang weitergesammelt habe oder jahrzehntelang und darüber dann irgendwann auch den Priestdorn kennengelernt habe. Und ja, und so führt alles zueinander. Man entdeckt immer mehr Comics und immer mehr Comics und immer mehr Comic-Verrückte. Und mit denen möchte man sich dann unterhalten. Und dann entstehen die Comic-Cookies irgendwann. Ja, das war der ganz kurze Abriss von mir. Liebe Comic-Cookies, herzlichen Glückwunsch nochmal zur 100. Episode. Macht weiter so. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Ciao. Supergeil. Das war der Steffen. Da habt ihr seine Stimme also in der 100 gehört. Und vielen Dank auch für diesen Einspieler, lieber Steffen. Du bist und bleibst ein Cookie. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Keine Sorge. Der herzliche Glückwunsch, den er ausgesprochen hat, gilt natürlich zu ganz großem Teil. Müssen wir ihm ja auch zurückgeben quasi, weil er das ja mitbegründet hat. Und auch, ich denke, wahrscheinlich immer noch derjenige ist, der in den meisten Folgen zu hören ist. Mit Abstand. Ja. Auf jeden Fall. Er war wahrscheinlich bei nahezu jeder Folge dabei. Ne, Breed Song? Ja, schon aus dem Grund, weil er die ganze Technik auch jahrelang begleitet hat. Wir konnten das ja alle sonst nicht so wirklich. Und eigentlich so ein bisschen ist es ja immer noch so. Und ja, also klar. Also ich habe jetzt Chancen, ihn einzuholen. Wenn er jetzt halt diverse Folgen nicht dabei ist, dann gibt es noch Möglichkeiten. Ja, aber da bin ich, glaube ich, noch weit von entfernt. Jo, prima. Wie er immer wieder zu Leger Legende dann seine Ausrüstung getan hat und die dann am anderen Ende der Galaxis dann auch da aufgenommen haben. Also er hat das immer mitgeschleppt, egal wo. Er war halt auch sehr früh dann auf dem Technikverbesserungstrip. Also wie gesagt, mit dem iRig ging es los, dann hat er so ein Mikrofon gekauft, das sah aus wie so eine Mondlandefähre, bis er dann zu dem ersten Zoom kam, was ich ja jetzt immer noch habe, was ich ihm dann abgekauft habe. Und bis zu dem letzten, dem Vierer oder Sechser Zoom, was er sich dann noch geholt hat. Also er war da immer technisch sehr weit vorne. Wir, der Sepp und ich hätten gesagt, hier, lass doch bei einem iRig, ist doch egal, man hört doch, was wir sagen. Aber nachträglich betrachtet, jetzt hört man natürlich schon die Unterschiede, die da sind. Da ist schon ziemlich viel qualitativer Unterschied dabei. Also jetzt von der Soundqualität. Sehr gut. Ja, und dann lass doch mal mit den Comicbesprechungen starten. Patrick, was hältst du davon, wenn du mal beginnst? Okay, also, bei mir war es so, dass ich 2006, 2007, ich bin von Frankfurt, vom Arbeitsamt quasi Richtung Bahnhof gelaufen. Und da bin ich dann zufällig in den Comicshop gestolpert, wo Leger Legende damals noch gearbeitet hat. Davor war ich nie großartig in einem Comicshop. Ich habe das immer eher über Buchmesse mitgenommen, über Bahnhofskioske. Aber da habe ich dann zum ersten Mal einen Comicshop von innen gesehen. Habe mir dann da Sin City Band 2, ich glaube, A Dame to Kill for, geholt. Und kurze Zeit später habe ich dann 2007 auch beim Leger Legende ein Praktikum in dem Comicshop gemacht. Und ab dem Moment hatte ich mich da ziemlich eingelesen oder einen groben Umriss über die ganze Comicbranche verschafft. Also dieser einen Moment, wo ich zufällig mal wieder irgendwo reingestolpert bin. Also wenn irgendwann mal irgendein Kaut auf die Idee kommt, Biografie oder so zu schreiben, zu 50 Prozent bin ich irgendwo reingestolpert. Oder ich saß am Klon und hatte eine coole Idee. Wird bestimmt super langweilig. Ja, das zieht sich halt echt wie so ein roter Faden durch. Und Leger Legende hat mir dann halt auch näher gebracht, hier befasse ich mich mal ein bisschen mehr mit Mangas. Hat mich dann immer wieder öfter in den Manga-Bereich verfrachtet, weil ich mich damit früher gar nicht auskannte. Also ein ähnliches Thema, wie sich das beim Andi durchzieht. Der sich ja auch ein bisschen dann reinlesen will. Und da habe ich dann innerhalb von kurzer Zeit dann auch Preacher entdeckt, das Panini-Forum. Und ja, einige Jahre später auch die Comic-Community. Also ohne diesen einen zufälligen Stolperer wäre ich vielleicht nicht hier. Deswegen habe ich gedacht, ja, packst du es in City hier rein. Es hat jetzt nicht großartig meine Kindheit geprägt, aber so meine Comic-Erfahrung schon ziemlich beeinträchtigt. Und mein Geldbeutel natürlich auch dann über die Jahrzehnte. Von daher fand ich das cool. Und ja, Sin City ist für mich so eins der lesbareren Werke von Frank Miller. Also der hat einen coolen Run mit Dark Knight gemacht, auch mit Daredevil. Aber bei Sin City passt halt sein kriegeliger Zeichenstil super wie Arsch auf Eimer, weil hier die Charaktere in der Dunkelheit versinken, weil er da so ein bisschen kaschiert, dass sein Zeichenstil ein bisschen kriegelig ist. Und wie dieser Film von Robert Rodriguez haben die Comics einfach eine geniale Crime-Noor-Atmosphäre, die ich bis heute sehr zu schätzen weiß. Ich fand auch so Charaktere wie Marv. Also Marv war lange, lange Zeit so einer meiner Lieblings-Comic-Charaktere, bis er dann zum Beispiel von Herrn Star in Preacher abgelöst wurde. Cool, gibt es das eigentlich gerade vollständig zu kaufen? Ich hab immer so, also ich hab mal hier hinten im Hagenstrang stehen bei mir die ersten vier Bände, die es von CrossCult gibt. Die hab ich mal gebraucht, dem lieben Emu von Bizarre World Comics abgekauft. Und keine Ahnung, wahrscheinlich weil er sich neue Editionen geholt hat oder so. Und ich bilde mir ein, als ich dann damals geschaut hab, wo die letzten Bände noch zu kriegen sind, dass das quasi out of print war. Weißt du das? Was gibt es aktuell überhaupt? Soweit ich weiß, ich hab noch die Version mit diesem Buchrückmotiv, also ähnlich wie beim Lustigen Taschenbuch. Dann gab es später noch eine Auflage mit einfach einem schlichten weißen Cover. Ich hab auch das mit dem Rücken. Und da ist Band vier, ist CrossCult in einem gelben Rahmen und bei den ersten drei in einem roten Rahmen. Bei dir auch? Genau. Warum? Nee, diese mit dem Comic-Motiv, die sind nicht mehr da. Also, aber es gibt eine weiße Neuauflage. Aber stimmt, darauf bin ich gar nicht eingegangen. Also diese Comic-Optik, das war auch ziemlich überragend. Dieses Schwarz-Weiß, in dem sich die Charaktere verloren haben, diese Dunkelheit. Und mit diesen Farbklecksern, also das ist ein Stilmittel, das auch heute noch einige Indie-Comics gerne, gerne aufgreifen. Oder auch die, wie heißt's, diese technikaffine Serie. Black Mirror hat das doch mit der Metal-Folge aufgegriffen auch nochmal. Ist es eigentlich Vertigo? Oder Image? Nee, das ist... Dark Horse. Richtig, der Hellboy-Verlag. Also ist ja auch vorher schon mal in Deutschland bei einem anderen Verlag erschienen. CrossCult hat's dann ja auch übernommen. Ich müsste jetzt auch nachgucken. Ich weiß spontan auch gar nicht mehr, wer es zuerst in Deutschland rausgebracht hat. Wahrscheinlich auch einer dieser Verlage, die es gar nicht mehr gibt eventuell. Und das ist ja für viele Serien so. Irgendwann ist dann alles bei Panini gelandet oder eben bei CrossCult. Das ist tatsächlich mit den Comics, die ich auch vorstellen werde, bin ich dann auch mal auf die Suche gegangen. Gibt's die eigentlich gerade auf Deutsch? Das ist immer wieder so eine Sache, wenn's nicht so ein großer Mainstream-Titel ist, dann sind manche Dinge in Übersetzung zumindest dann irgendwann auch nicht mehr zu haben. Oder eben wechseln den Verlag, was natürlich gerade bei solchen Reihen dann auch manchmal ein bisschen ärgerlich ist, wenn dann irgendwie vier Bände bei einem Verlag rauskommen und der führt's dann nicht weiter und dann fängt ein anderer Verlag wieder von vorne an, wenn überhaupt. Sin City hatte damals auch so einen kleinen Comic-Boom ausgelöst zusammen mit 300. Das war noch vor der MCU-Phase. Aber da hatte man schon diese PG-13-Comic-Filme der etwas härteren Gangart geholt, bis dann alles irgendwie verdesignisiert wurde, sagen wir's mal so. Also scheinbar waren sowohl Carsen als auch Schreiber und Leser vorher schon dran gewesen. Doch, Schreiber und Leser. Ich hatte Schreiber und Leser so ganz dunkel im Kopf, aber irgendwie war ich mir da auch nicht sicher. Ja, und jetzt gibt's irgendwie aktuell auch, wie gesagt, die Cross-Cult-Editionen, wobei schon interessant ist, wie unterschiedlich die im Preis auch inzwischen sind. Also es scheint auch so ein bisschen so eine Wertanlage zu sein. Ja, ich bin froh, dass ich diese Buche, die mit dem Rückencover hab. Die Weißen haben mir jetzt nicht so gefallen, aber haben bestimmt auch ihre Abnehmer gefunden und hat auch so seinen Stil. Ich bin halt von dem anderen Stil geprägt. Und ja, auch dieser Derbhumor, das war für mich damals auch neu, dass Comics so dermaßen vom Gewaltgrad und vom Derbhumor so dermaßen auf die Kacke hauen können, dass ich das seit 2007 gelesen hab. Ich glaub, für Dark Horse war das in den 90ern ein wichtiger Schritt, ein wichtiger Comic. Frank Miller, groß, bekannt, beliebt, hauptsächlich zu dem Zeitpunkt dann eben durch Dark Knight Returns, hat mit DC gebrochen, will nicht mehr für die arbeiten, will seine eigenen Sachen machen und bringt dann Sin City bei Dark Horse raus. Ich glaub, das hat viele auch so Mainstream-Augen auf diesen doch relativ kleinen Verlag dann gebracht und zusammen mit Hellboy, auch dann in den 90er-Jahren, würde ich meinen, sind das wahrscheinlich immer noch so die zwei großen Dark Horse-Titel. Ein Verlag, der sich auch sehr stark finanziert hat durch Lizenztitel, die ja jahrelang Star Wars Comics gemacht haben und Predator und Alien und all diese Sachen. Aber wenn es eben um eigene Kreationen geht und vor allem eben auch um, wie die Amis sagen, Creator-Owned-Comics waren Sin City und dann eben auch Hellboy, die zwei großen Titel, für die Dark Horse steht und die irgendwie auch Dark Horse so richtig repräsentieren. Ritza, und du hast bestimmt auch Sin City gelesen, oder? Ja, ich hab damals die Cross-Cult-Ausgaben mir geholt, die ich auch komplett dann gelesen hab. Da hatte ich allerdings natürlich schon sehr viele Comics, die für den Erwachsenenmarkt gekommen sind, vorher gelesen. Also natürlich hat mir das sehr gefallen, aber es hat natürlich nicht den Eindruck, den es auf jemanden hat, der das vielleicht in den 90ern oder in den frühen 2000ern schon hatte. Je nachdem, was man vorher schon drin hatte, wie sehr ist das Thema Comic noch mit Kindergeschichten verhaftet oder so, bei dem wird das einen unterschiedlichen Impact auf den haben. Und so ist es auch in diesem Fall gewesen. Wie gesagt, da hatte ich Preacher, glaube ich, schon gelesen. Und also es war gut, aber also es hat mich jetzt nicht, also es ist nicht zu meinen Top-Comics geworden dadurch. Also ich war schon sehr begeistert damals, also ich hab's tatsächlich, das muss dann irgendwie so zweite Hälfte der 90er irgendwann gewesen sein, ich hab mir dann eben mal den, also ich hab's jetzt auch nicht in den Einzelheften gelesen oder so, als es rauskam, hab ich mal den ersten Sammelband dann mal geholt im Comic-Laden in Erlangen. Und ich mochte eben, also zum einen, ich mag auch Noir, Film Noir, das ist ein Genre, das ich gerne mag. Und mich hat dann wirklich auch dieser Schwarz-Weiß-Stil sehr begeistert, dieses sehr, also extrem kontrastreiche, wo man dem Comic auch anmerkt, dass er daraufhin designt ist, dass es nicht einfach nur ohne Farbe ist, sondern dass es eben wirklich sehr bewusst Schwarz-Weiß ist. Und diesen Stil kannte ich so in dieser extremen Ausführung noch nicht so von anderen Comics und hat mich da sehr fasziniert, also wie Auslassung zum Bild wird, falls das irgendwie Sinn macht, falls man versteht, was ich meine. Also wenn man sich die Seite anschaut und eigentlich sieht, was man nicht sieht, es wird nicht besser, glaube ich, in meiner Beschreibung. Aber ja, also das ist, ich habe jetzt schon lange keinen mehr gelesen, wirklich richtig lange. Ich habe es ja auch im Real stehen, also ich habe halt die amerikanischen Ausgaben, nicht alle, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Ich glaube, ich habe nie alle gelesen, aber so die ersten vier, fünf Bände so. Und ja, also ich müsste mal wieder reingucken. Also müsste man eigentlich mal wieder einen lesen, weil die sind mir durchaus in sehr guter Erinnerung auch noch. Also ich mag die gerne. Das sind, ich misste ja durchaus auch immer mal wieder aus, weil in so einem Comic-Leser-Leben der, die Comics werden immer mehr, aber der Platz ja endet dann halt doch irgendwann. Aber das sind, das sind keine Comics, wo ich jemals drüber nachgedacht habe, die auszusortieren, auch wenn ich sie jetzt schon wirklich lange nicht mehr gelesen habe. Digital. Und hier sind das auch so Comics, die kramen mich dann alle Jahre wieder raus und liest das dann nach wie vor gerne. Also ja, da sage ich auch nicht, nee, das sortiere ich auch, sondern da denke ich, nee, der bleibt in der Sammlung. Der hat seit 2007 einen Platz bei mir im Regal und das wird auch so bleiben. Anders als zum Beispiel Holy Terror, der war zwei Tage drin und dann wurde er weiterverkauft. Den habe ich nicht mal gelesen, weil er gerade digital gesagt hat als Lösung. Ich verstehe deinen Ansatz, wenn wir uns mal wieder in Persona irgendwo treffen, dann nehmen wir das Thema mal auseinander, analog versus digital und Andi Preller versus digital. Es gibt kein Versus, es gibt ein Miteinander. Ja, ja, nee, also es ist ja auch kein, wie gesagt, das machen wir bei anderer Gelegenheit. Ich bin einfach ein analoger Andi. Patrick, vielleicht hat ich... Er meinte, das wäre es als reißerischen Titel wahrscheinlich. Ja, ich bin sechs leider. Aber da musst du sagen, da musst du sagen, digital wie analog, so wie Batman wie Superman, ist noch ein bisschen cooler. Andi Preller, Doppelpunkt, analog wie digital im Extended Directors Edition Cut. Ausrufezeichen und roten Pfeil drauf, genau. M4 Stunden Cut. Exakt, Directors, exakt. Sag mal, du, Patrick, kurze Frage noch an dich. Also es gibt ja auch zwei Verfilmungen, von denen hast du schon gesprochen und bei dem zweiten weiß ich, der zweite heißt ja auch A Dame to Kill For. Und das ist ja derselbe Titel wie der zweite Trait der Reihe. Ist es so, dass in jedem Film ein Trait behandelt wird oder werden auch Andalungsstränge aus anderen Traits in diesem Film gepackt? Das sind tatsächlich drei, vier Traits pro Film. Beim zweiten Teil ist dieser A Dame to Kill Part noch mit der beste. Alles andere sind quasi neu geschriebene Storys von Frank Miller. Zum Beispiel vom Wet Yellow Bastard. Da gibt es dann eine Fortsetzung, aber alles, was neu geschrieben wurde, da merkt man, dass Frank Millers Schreibe früher besser war. Aber es wirkt so ein bisschen, naja. Man hat diese Fortsetzung einfach zehn Jahre zu spät rausgebracht. Dieser Überraschungseffekt, den Sin City damals hatte, der erste Film, war nicht mehr gegeben. Und die Nachfrage war halt auch seit zehn Jahren gestillt, auch wegen diesen, naja, der mäßigen The Spirit, wo sie nochmal versucht haben, Sin City zu kopieren. Das hat dem auch keinen Gefallen getan. Das war mal wieder einer der Fälle, wo man gesehen hat, Frank Miller sollte nicht auf dem Regiestuhl sitzen. Okay. Man kann ihn gerne als Trashperle schauen und ich mag auch Teil 2 auf irgendeine Art, aber er hat bei weitem nicht mehr diese Qualität vom ersten Film. Der erste Film hat auch einfach die besseren Storys verarbeitet und die bessere Gesamtmischung, auch wenn in Dame to Kill 4 einer der besseren Sin City Comics ist. Danke für die Vorstellung von Sin City. Eigentlich muss man Sin City, glaube ich, nicht vorstellen, aber ich finde es cool, dass deine persönliche Perspektive und die Geschichte mit dem Praktikum ist halt immer wieder cool, wenn du das mal so nebenbei droppst und man auch so als Zuhörer da vielleicht so ein bisschen die Zusammenhänge einfach herstellen kann. Wer ist das eigentlich da bei den Cookies? Wer sind das für, was sind das für Menschen hinter den Mikrofonen? Und der tingelt da tatsächlich schon seit 14 Jahren rum und ist dann erst 2014 oder so eingestiegen? Oder was, 2017? Ja, komisch. Wieso hat das so lange gedauert? Yo, Breedstorm, wie sieht's aus? Willst du mal was vorstellen? Na, Logo. Also, ich hab mitgebracht, auch wenn ich's leider nicht in den Händen halte, weil's bei meinen Eltern rumliegt, ist der, den, äh, zehnten Batman-Superband von EH-Paar. Denn, äh, das Comic-Lesen in den 80ern hatte ja so einige Fallstricke. Eine war, dass es relativ, ja, im Super-Händen-Bereich zumindest relativ wenig Auswahl gab. Ähm, mit dem Lesen-Lernen hat bei mir gleich das Comic-Lesen begonnen. Ich hatte vorher auch schon Comics in den Händen und fand es immer fantastisch, dass da ausreichend viele Bilder drin waren und man konnte drin rumblättern. Dass das mit dem Lesen losging, hab ich natürlich auf Disney gestürzt, lustige Taschenbücher, Mickey Mouse hab ich viel gelesen, später sicherlich auch Ups, Fix und Foxy, Knacks, alles, was mir in die Hände fiel, weil wir hatten ja nichts, ne? Ja, es war ja kurz nach dem Krieg, es war ja alles kaputt, deswegen hat man auch alles gelesen. Man hat sich regelmäßig ausgetauscht mit Freunden, hat das ausgeliehen, weil auch nicht jeder die Kohle hatte, da jede Woche zum Zeitschriftenhandel zu gehen und sich die Sachen da in den Wagen zu laden. Zeitschriftenhandel ist sowieso ein guter Themenkomplex, weil die Comics damals einfach noch im Supermarkt lagen, ist ja teilweise jetzt wieder der Fall, aber auch nur bei Bestimmten und du bist dann halt in den heimischen Edeka oder Rewe gegangen und hast dir dann deine Comics da aus dem Zeitschriftenregal geholt. Und dadurch konntest du zwar relativ viel kriegen, aber nicht immer alles und manchmal war es auch Zufall, was du bekommen hast. Und ich hatte von meinen Cousins, die in den 70ern sehr viel E-Hapa-Superhelden gelesen hatten, schon viel Superman, Batman gelesen Mitte der 80er und hab dann irgendwann auch selber angefangen, das mir zu kaufen. Bloß diese Superhelden-Sachen waren dann natürlich ein bisschen anders, weil in den 70ern haben die viele Sachen aus den 60ern teilweise noch nachgedruckt und da war sehr viel Humor noch dabei. Also gerade bei Batman, Superman oder so, da war dieses Grimm und Gritty, was dann ja später erst in den 90ern gab, gar nicht der Fall. Also da waren es teilweise lustige, abstruse Abenteuer. Ich habe auch immer sehr gerne Superbaby gelesen, also die Abenteuer des ganz jungen Clark Kent, wie er, was weiß ich, mit drei oder vier seine Eltern in Smallville verrückt gemacht hat, indem er irgendwas durch die Gegend geschmissen hat oder sonst irgendwas. Das waren richtig lustige Sachen. Aber als ich dann merkte, es gibt noch was Ernsteres als das, dann hat mich das doch sehr fasziniert. Also diese Momente, die du hast, in denen du merkst, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, das ist jetzt ein Comic, der ist ein bisschen ernster. Hier geht es nicht darum, dass, keine Ahnung, Spider-Man durch die Stadt schwingt, vermöbelt irgendeinem Kostüm, sondern hier geht es richtig zur Sache. Den hatte ich mit dem 10. Superband von Batman, von Ehapa. Und zwar ist der ganze Superband einem Mann gewidmet, der da drin sein Origin hat, und zwar ist das Ra's al Ghul, den die meisten ja jetzt auch durch den Batman-Kinofilm kennen. Das war damals jetzt nicht so eine bekannte Figur, klar, du kannst einen Joker, Pinguin und so weiter, aber Ra's al Ghul, das war halt eine Figur, die jetzt nicht jedem, der nur ab und an mal Superhelden gelesen hat, damals bekannt war. Der Band ist ursprünglich 1979 erschienen, ich habe, was weiß ich, die 9. oder 10. Auflage, keine Ahnung, denn die Superbande wurden regelmäßig nachgedruckt, weil die Leute das ja auch sammeln wollten dann irgendwann. Ich habe mich damals nicht damit beschäftigt, wer hat das Ganze gezeichnet und wer hat das Ganze geschrieben, aber wenn ich jetzt natürlich sage, geschrieben hat es Danny O'Neill und gezeichnet hat es Neil Adams, dann ist das natürlich schon ein Qualitätsgarant, weil dieses Team einfach viele großartige DC-Geschichten damals gemacht haben. Zum Beispiel Hard Travelling Heroes mit Green Arrow, Green Lantern ist so ein Run, den man sich auch heute noch meiner Meinung nach sehr gut angucken kann und auch sehr gut den Inhalten folgen. Kommen wir aber zu der Ra's al Ghul Geschichte, alles geht damit los, dass Ra's al Ghul irgendwie in der Betthöhle plötzlich auftaucht, damals noch weitgehend unbekannt, wer er eigentlich ist und sagt, ja Batman, ich brauche unbedingt deine Hilfe, weil meine Tochter Talia ist entführt worden und übrigens dein Mündel, der Robin, der Dick, wie wir ihn auch nennen, der ist auch entführt worden. Das Ganze wird natürlich durch dieses hervorragende Cover verstärkt, was da ist, was auch von Neil Adams gezeichnet ist, indem wir einen schreienden Batman sehen, hinter ihm riesigen Ra's al Ghul, der die Hand so über ihm ausstreckt. Im Hintergrund steht die sehr leicht bekleidete Talia und Dick Grayson liegt in seinen grünen Shorts besinnungslos oder tot, vor Batmans auf jeden Fall sehr starkes Cover, was mich sehr dazu beeinflusst hat, das Ding auch zu kaufen. Und in dieser Geschichte entspinnt sich nicht mehr und nicht weniger als die ersten Begegnungen dieser beiden, die ganze Origin ist drin enthalten, wir haben Verschwörungen, wir haben das erste Auftauchen der Lazarusgrube, was ja jetzt in den letzten zehn Jahren auch immer mal wieder Thema war, gerade durch die Filme. Wir haben die... Oder durch diese Civi-Serien, also Arrowverse, da wird diese Lazarusgrube auch immer wieder aufgegriffen. Okay, das weiß ich jetzt nicht, weil dem folge ich nicht so, weil das sind mir zu viele Leute in diesen Serien tatsächlich. Das glaube ich. Da ist mir der Soap-Faktor einfach zu hoch bei der Green Arrow-Serie, das weiß ich nicht, das ist für mich wie gute Zeiten, schlechte Zeiten und einer hat einen Bogen halt, dem kann ich nicht folgen. Was ich aber sehr gut folgen... Die Richtung ist mir die Walking Dead-Serie... Sorry. Was ich aber... In diese Richtung ist mir die Walking Dead-Serie auch irgendwann zu sehr gegangen. Was ich aber sehr gut folgen kann, war, wie gesagt, die Charakterentwicklung, die Batman da genommen hat. Diese ganzen Nebencharaktere, da gibt es den wunderbaren Diener von Ras Al Ghul, den Ubo, ein riesiger, glatzköpfiger Kerl, der dafür viel Verwirrung gesorgt hat, der sich auch mit Batman natürlich behakt hat. Es gibt den legendären Schwertkampf zwischen Batman und Ras Al Ghul. Wie gesagt, diese Liebesszene, aus der wir Jahrzehnte später erfahren haben, dass da nicht nur der kleine Breedstorm sich gefreut hat, sondern dass da auch der kleine Damien gezeugt wurde. Also, es ist richtungsweisende Geschichte in einem Universum, was für mich damals bei DC immer noch aus unzusammenhängend zusammengesteckten Einzelgeschichten bestand. Also, da gab es ja keine Kontinuität, wie wir es bei Marvel schon lange gesehen hatten, wo wir quasi das Leben von Peter Parker komplett seit dem Spinnenbiss nachverfolgen können. Bei DC war das immer so, ja, hier, es gibt eine neue Bedrohung, kämpft mal da drum und die Woche später war das schon vergessen. Und das war mit diesen Dingen halt nicht mehr so, weil du hattest einen starken Bezug. Es sind mehrere US-Hänfte drin enthalten. Es ist Batman 232 aus dem schönen Jahr 1971 enthalten. Dann aber auch wieder die 242. Also, der ganze Ark mit Ras Al Ghul ist da drin enthalten. Das war ein absolut rundes Ding, der sich wirklich dann in meinen Hirn eingegraben hat und mir dann gezeigt hat, so kann ich eine Geschichte erzählen, so ist es mit Kontinuität. Und auch die Figuren waren unheimlich gut und die Zeichnung von Neil Adams sowieso. Also, das ist meiner Meinung nach auch was, was man sich heute sehr gut durchlesen kann. Das wird es wahrscheinlich auch schon in diversen Reprints geben, weil das halt die Origin von Ras Al Ghul ist. Und insofern große Empfehlung, diesen Superband zu kaufen. Es sind nicht alle Superbände gut, aber es ist natürlich ein schönes Sammelgebiet. Weil ich glaube, dass sowohl Batman als Superman, die haben so um die 30 oder so. Ich habe die mir glücklicherweise auch alle frühzeitig mal geschossen auf Ebay, als es so losging mit Ebay. Das ist ein sehr schönes Sammelgebiet und größtenteils gut gealterte Geschichten. Die Sonderbände, die sind ja wirklich sehr beliebt unter Fans. Wenn du heute noch auf irgendwelchen Börsen bist, gibt es sie da en masse zu kaufen und so. Und gerade die von dir erzählte Geschichte, glaube ich, ist wirklich auch ein Meilenstein einfach in der Batman-Geschichte aus den auch von dir genannten Gründen. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch ein guter Beweis dafür ist, dass Neil Adams ein fantastischer Zeichner ist. Ich meine, ich habe so eine riesengroße Fahne mit seinem Batman in meinem Büro hängen. Wenn ich einmal im Jahr im Büro bin, klotzt die mich an und so. Und das ist schon alles echt toll, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich von ihm auch mal eine Batman-Geschichte gelesen habe. Batman Odyssey, die mich maßlos enttäuscht hat. Ein Zweiteiler, die es bei DC gab. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wäre Neil Adams ein sehr guter Zeichner bis heute, aber vielleicht nicht der beste Autor. Hast du da irgendwie Erfahrungen zu? Ja, ich kenne ihn tatsächlich hauptsächlich auch in diesem Team, wo er wirklich gezeichnet hat und nicht als Autor. Odyssey, das war was, was relativ spät auch erschienen ist, ne? Ja, ja, genau. Ja, das ist ja sehr oft so, dass du, wenn du die Allstars aus den 70ern und 80ern dann 30, 40 Jahre später nochmal was schreiben lässt, dass das nicht immer gelingt. Und da gab es ja mehrere Versuche von klassischen Autoren, die nochmal was machen mussten. Und es ist natürlich klar, wenn da so viele Jahrzehnte dazwischen liegen, die sich vielleicht gar nicht zwischenzeitlich damit beschäftigt haben, außer auf Börsen nochmal und Messen ihre Autogramme zu geben, ist es natürlich immer schwierig. Odyssey war halt wirklich ein extrem zäher, anstrengender Comic. Wenn man das einem Neil Adams Neuling geben würde, der will nie wieder was von Neil Adams lesen. Ist einfach so, der ist so extrem zäh, der Comic. Hatte ich auch keinen Spaß mit. Aber ich glaube, er ist ja auch tatsächlich wirklich nicht als Autor bekannt. Ich weiß gar nicht, was er aus der Odyssey noch geschrieben hat. Also ich bin auch kein Neil Adams Experte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vielleicht nichts von ihm gelesen, vielleicht irgendwas unbewusst von ihm gelesen. Aber ich wüsste nicht, dass irgendjemand davon spricht, dass man ihn wegen seiner Schreibkunst lesen würde. Ich kenne ihn auch hauptsächlich über Interviews und so. Und wenn Menschen über ihn sprechen, und habe mir natürlich schon auch Sachen von ihm angeschaut, so ist es nicht. Er ist ein sehr selbstbewusster Mensch, möchte ich mal es positiv ausdrücken. Man könnte auch sagen, arrogant. Der strebt bis heute Dinge live, man kann sich den angucken. Der ist ständig, ich glaube, was Facebook oder Instagram oder so. Gefühlt ist der mindestens einmal die Woche live online, immer im selben Hemd, keine Ahnung. Und dann kann man sich den sich angucken und er zeichnet immer ganz viele tolle Dinge. Also der ist bis heute am Start. Ja, der arbeitet auch an seiner Marke. Also der ist auch durchaus ein Freund des Geldverdienens. Und da muss man halt natürlich auch hasseln. Und da muss man das eben heutzutage auch online tun. Ich kann mich erinnern, dass Neil Adams Batman, das war nicht dieser testosterongesteuerte, rachsichtige Batman, sondern das war eher so ein drahtiger, leicht artistischer Batman. Also der war viel gelenkiger und viel wendiger. Der war dann eher geschickt und hat dann die Gegner ausmanövriert und nicht wie die aktuelle Version umgebolzt. Mir war gar nicht klar, dass diese Superbände so ein Sammelding sind. Da bin ich nicht drin, irgendwie so in der Rubrik. Aber ich habe hier die Bände 13, 14 und 15 im Regal stehen. Da erinnere ich mich auch sehr gut. Die habe ich von meinem Bruder mal zum Geburtstag wahrscheinlich. Geburtstag oder Weihnachten liegt bei mir sehr nah beieinander. Deswegen kann ich das manchmal nicht genau auseinanderhalten, wann ich was bekommen habe. Aber ich vermute, ich habe die zum Geburtstag bekommen, weil mein Bruder die irgendwo mal billig bekommen hat. Ich denke, die wurden da im Zeitschriftenhandel dann irgendwann mal verramscht. Das dürfte aber wahrscheinlich schon nach dem ersten Tim Burton Film gewesen sein, denke ich, weil es dann eben auch gerade Batman nochmal extra groß war. Ich gucke da alle paar Jahre auch mal rein. Ich habe die aber auch schon lange nicht mehr wirklich gelesen. Habe ich neulich auch gedacht, sollte ich mal wieder tun. Aber ich gucke immer alle paar Jahre mal rein, weil mich dann immer interessiert, wer sind denn die Zeichner und Autoren in den Bänden? Und ich merke sie mir nie, weil ich glaube, da sind nie so richtige Stars drin gewesen jetzt in den drei Bänden, die ich habe. Aber deswegen ist es für mich jetzt auch sehr interessant zu hören, dass Band 10 offensichtlich so einer der ganz großen legendären Bände ist. Ich habe nur Berührungen mit diesen drei Bänden 13, 14 und 15 gehabt in meinem Leben. Britsa, vielleicht nochmal kurz zu dieser Ausgabe dann bei Condor. Zum einen die Frage, wie ist die Übersetzung und zum anderen die Frage, wie ist denn die Verarbeitungsqualität der Comics? Also es ist natürlich nicht Condor, sondern Ehapa. Verzeihung, Verzeihung. Also mir ist da tatsächlich als Kind nichts aufgefallen. Das war der große Unterschied zu Condor. Da hast du schon relativ frühzeitig gemerkt, dass da jetzt übersetzungsmäßig nicht alles so dabei ist. Es hat natürlich den großen Vorteil des Albumformates. Das heißt, die Sachen sind relativ groß alle und es mussten da auch keine Sprechblasen irgendwie zusammengelegt werden und Texte extrem verkürzt werden. Also mir hat das, für mich war das komplett eine runde Sache. Ist natürlich aber auch was, was ich schon, wie gesagt, mit 8, 9, 10 so in dem Dreh gelesen habe. Die Verarbeitung war auch okay, oder? Ja, das Ganze ist ja später, glaube ich, sicherlich nochmal in der Neil Adams Collection erschienen, die es bei Panini gab. Die habe ich jetzt nicht, weil ich die meisten Sachen davon schon hatte. Aber hier, nehmt es mit, wenn ihr es irgendwie günstig schießen könnt. Das ist sicherlich ein Stück Comick-Geschichte. Vielen Dank, es wäre schade gewesen, hätten wir die 100 ohne irgendwas zu Batman gemacht. Danke. Unbedingt. Jo, Andi, wie sieht es bei dir aus? So, dann gehen wir mal von den Superhelden ein bisschen weg und vielleicht nähern wir uns schon dem Kunstcomic an. Vielleicht auch ein böser Begriff. Aber ich fange an mit The Tragical Comedy or Comical Tragedy of Mr. Punch, A Romance. Wie gesagt, von Neil Gaiman geschrieben und von Dave McKean aufwendig illustriert. Es ist erschienen 1994 bei DC Vertigo in einem Album, also es ist auch schon wirklich in so einem europäischen Albumformat rausgekommen damals. Also eigentlich für amerikanische Comics, vor allem für amerikanische Mainstream Comics, ein eher ungewöhnliches Format. Und es ist dann in Deutschland zunächst bei Fest erschienen und das war, glaube ich, auch die Ausgabe, die ich zuerst gesehen habe. Und zwar erstmal auch nur im Schaufenster. Der Laden hatte zu zu dem Zeitpunkt, also muss es entweder sonntags oder irgendwie außerhalb der Öffnungszeiten jedenfalls gewesen sein. Aber ich erinnere mich, dass ich in Erlangen an einem Comicladen vorbeigelaufen bin und dieser Comic stand so, war bei Fest im Hardcover damals erschienen, stand so im Schaufenster. Und ich kannte Gaiman und McKean natürlich schon über Sandman. Dave McKean hat sämtliche Cover gemacht für jeden Sandman-Comic, der jemals erschienen ist, egal welches Format. Und in den 90er Jahren, ich habe nahezu blind, nahezu alles gekauft, wo Gaiman oder und oder McKean drauf stand. Also Dave McKean ist einer der Künstler, von denen ich wahrscheinlich die meisten Bücher in der Sammlung habe. Auch seine Fotografie-Bücher, also nicht nur, was er im Comic-Bereich gemacht hat, sondern eben auch generell als Künstler. Hat mich wahnsinnig fasziniert. Gaiman als Autor bis heute auch einer meiner Lieblingsautoren. Auch hier, ich habe nicht alles von ihm und ich habe nicht alles von ihm gelesen. Und auch da bestehen sicherlich Qualitätsunterschiede. Aber immer wieder, wenn ich was von ihm lese, auch was seine Romanen und Kurzgeschichten angeht, merke ich, wie sehr seine Sprache und seine Art des Geschichtenerzählens, wie sehr das in mir drin ist und wie nah mir das ist und wie ich da direkt auch wieder eine Verbindung dazu kriege. Und Mr. Punch ist da auch ein ganz wichtiges Stück dabei in dieser Verbindung zwischen mir und dem Team Gaiman McKean. Ganz kurz zum Plot. Es ist eine Erinnerungsgeschichte, ein erwachsener Erzähler, der uns auch nicht gezeigt wird, sondern der wirklich nur über die Erzählebene, also eine Ich-Erzählung, in der Rückschau eine Episode aus seiner Kindheit erzählt, wie er als kleiner Junge bei den Großeltern abgegeben wird, weil seine Eltern erwarten ihr drittes Kind. Und ich glaube, aufgrund von irgendwelcher Ansteckungsgefahr, weil der Bub irgendwas hat, wird der zu den Großeltern gebracht, während da die Schwester zur Welt gebracht werden kann. Und er hat immer wieder so Begegnungspunkte mit Mr. Punch. Mr. Punch ist Kasperle, also Kasperle-Theater. Klingt irgendwie auf Englisch ein bisschen gewichtiger als im Deutschen und inhaltlich ist es auch ein bisschen anders. Erstmal weiter zum Comic. Ich ramble ein bisschen, wie der Amerikaner sagt. Also, es ist eine Geschichte über Lügen, über Erinnerungen. Der Bub erlebt Sachen aus der Erwachsenenwelt. Also, er trifft eigentlich nicht wirklich mit Kindern zusammen in dieser Geschichte, sondern hauptsächlich seine Großeltern, väterlicherseits und mütterlicherseits. Es gibt einen Großonkel, der einen Buckel hat, zu dem er irgendwie eine gewisse Verbindung auch hat, aufgrund der Größe, weil die sich so ungefähr auf Augenhöhe begegnen können, tatsächlich im körperlichen Sinne. Und er erlebt also Sachen, die er nicht richtig versteht und die der Erwachsenerzähler quasi in der Rückschau auch reflektiert und dann im Laufe der Geschichte auch so immer mehr berichtet, wie er auch dann als Erwachsener versucht hat, da mehr darüber rauszufinden, weil da irgendwie mysteriöse Sachen passiert sind, die er als Kind auch nicht verstanden hat. Im Endeffekt geht es darum, dass wahrscheinlich sein Großvater, die leben in so einem Strandort, dürfte sich wahrscheinlich so ungefähr in den späten 60er Jahren begeben. An diesem Strandort jedenfalls hat dieser Großvater so eine Arcade, wo Touristen bestimmte Attraktionen sehen können, Spiele spielen können etc. Und da gibt es eben auch so eine Punch-and-Judy-Show, so ein Kasperle-Theater. Und entsprechend wird die Technik des Kasperle-Theaters ein bisschen beleuchtet. Der Professor wird vorgestellt. Der Professor ist derjenige, der das Kasperle-Theater betreibt und macht. Also der Puppenspieler, dem englischen Professor genannt. Und die Geschichte im englischen Punch-and-Judy ist eine sehr brutale, mit viel Tod. Und Mr. Punch, das Kasperle, ist alles andere als eine sympathische Figur. Also Mr. Punch ist verheiratet. Er bringt sein Kind um, er bringt seine Frau um, er bringt den Polizisten um, er bringt das Krokodil um. Er legt sich mit dem Teufel an. Er soll gehängt werden zwischendurch und sorgt dann dafür, dass der Henker gehängt wird. Also sehr, sehr viel Tod in dieser Punch-and-Judy-Geschichte. Und das wiederum wird gespiegelt in den realen Ereignissen, also fiktional realen Ereignissen, die dieser Junge eben erlebt. Es gibt in dieser Arcade eine Meerjungfrau, also eine Darstellerin, die als Meerjungfrau dort posiert, die man betrachten kann. Und irgendwie verklausuliert, der Comic spricht es auch nie so richtig aus, weil man es eben doch hauptsächlich durch die, oder eigentlich nur durch die Brille des Erzählers bekommt, der eben selber nicht genau weiß, was da in seiner Kindheit passiert ist. Aber man kriegt es verklausuliert mit, dass sein Großvater diese Meerjungfrau wahrscheinlich geschwängert hat. und an einer bestimmten Stelle im Comic dann quasi, in Anführungsstrichen, für eine Abtreibung sorgt. Abtreibung per Schlag mit einer Holzlatte. Das ist grafisch sehr interessant dargestellt. Also es kommt so ein Streitgespräch und dann greift ein Mann zu so einer Latte und schlägt die Frau. Und die Bilder, die man dann zu sehen bekommt, deuten darauf hin, dass in diesem Moment wahrscheinlich diese Schwangerschaft beendet ist. Also die Themen, wie gesagt, sind dieses Aufarbeiten von Erlebnissen aus der Kindheit als erwachsener Mann. Und die etwas komplizierte Beziehung zu Familie, die komplizierte Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern und was erzählen Erwachsenen den Kindern und was erzählen sie ihnen nicht und was kann man ihnen glauben und was kann man ihnen nicht glauben. Und es wird immer wieder, wie gesagt, auch parallel gestellt mit der Punch and Judy-Geschichte. Also im Laufe des Comics kommt dieser Junge zu verschiedenen Kasperle-Theatern. Also er ganz am Anfang erzählt eine Anekdote, wie er mit seinem Großvater am Strand angeln ist und da findet er dann so ein Zelt und dann gibt es eben dieses Theater, das in dieser Arcade ist und dann gibt es noch ein anderes Theater, das er auch wieder irgendwie am Strand trifft. Das sind immer verschiedene Varianten davon. Und jedes Mal, wenn er im Comic zu einem neuen Theater kommt, wird quasi die nächste Episode aus der Punch and Judy-Geschichte erzählt. Also es geht eben los im ersten Theater, der erste Abschnitt, wie er eben mit der Frau und dem Kind und beim zweiten Theater dann die nächste Episode, wo ich jetzt nicht mehr genau weiß, welche Figur als nächstes kommt, der Polizist vielleicht oder so. Nächstes Theater, die Geschichte mit dem Krokodil etc. Es klingt wahrscheinlich alles ein bisschen komplizierter, als es ist, wenn ich drüber spreche, so etwas unstrukturiert. Mich hat es damals extrem fasziniert, also ich habe dann auch, ich habe dann Dokumentationen über Kasperltheater angeschaut und solche Geschichten und in die Richtung auch recherchiert, weil auch mich dieses Medium dann auch irgendwie fasziniert hat und vor allem auch diese Geschichte, also dass das englische Kasperltheater so anders ist, als das, was ich aus meiner Kindheit kannte und dann in der Recherche auch, dass das auch in anderen europäischen Ländern so zu sein scheint. Und es gibt im Deutschen ja diesen Spruch, grün und blau, wie im Kasper sei Frau. Ich weiß nicht, wie bekannt der ist. Und da habe ich dann, den Spruch habe ich irgendwann gelernt und hatte dazu auch keine Verbindung irgendwie, wo das herkommt. Und als ich dann über Mr. Punch nachgedacht habe, habe ich überlegt, ob das wohl daherkommt, weil Mr. Punch seine Frau verprügelt, dass die deswegen grün und blau ist, was ich aus meinem Kindheitskasperltheater so nicht kannte. Also diese Ursprünglichkeit des Kasperltheaters. Was den Comic natürlich darüber hinaus für mich so außergewöhnlich macht, ist die Gestaltung durch Dave McKean. Dave McKean ist so ein Allround-Künstler. Der ist so ein Renaissance-Künstler in dem Sinne. Der ist Musiker, der ist Grafiker, der ist Bildhauer schon auch. Also wer seine Sandman-Cover gesehen hat, der weiß, dass gerade in der Anfangsphase er diese Cover extrem aufwendig gestaltet hat. Also diese Cover sind nicht flach auf Papier, sondern der hat richtige Rahmen gebaut und Objekte, Collagen zusammengestellt und die dann fotografiert. Also wenn man sich die frühen Sandman-Cover anschaut und da sind irgendwelche Objekte drauf zu sehen und dann sind es tatsächlich 3D-Objekte, die abfotografiert sind. Später hat er dann den Computer für sich entdeckt und hat dann auch sehr viel Computer-Manipulation betrieben. Und alles, was er dann irgendwann mal auch analog gestaltet, kommt zu irgendeinem Zeitpunkt dann auch mal durch den Computer durch. Und Mr. Punch ist gestaltet, so wie ich es jetzt eigentlich gerade auch für die Sandman-Cover beschrieben habe. Jedes Medium, das Dave McKean so in die Finger kommt, wird genutzt. Also es ist extrem viel Fotografie, die dann auch übermalt ist. Es sind auch viele Puppen, die er gebaut hat. Also gerade bietet es sich natürlich bei dem Puppentheater auch an, die er also gebaut hat und abfotografiert und dann auch wieder drüber malt und so. Er hat auch das Lettering alles selber gemacht. Teilweise ist es auch einfach nur Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Es gab vor Jahren mal eine Ausstellung beim Comics-Salon auch von Dave McKean. Er war auch da in dem Jahr. Und in dieser Ausstellung gab es dann eben auch Originalseiten aus Mr. Punch mitzusehen und auch einige seiner Gemälde und Kurzfilme. Er hat dann auch Kurzfilme gemacht. Er hat auch einen langen Film gemacht, Mirror Mask. Und es ist ein sehr, es ist ein eigener Stil. Kann man mögen. Verstehe auch, wenn Menschen das vielleicht nicht so mögen. Mich hat es damals extrem fasziniert, wie anders Comic auch aussehen kann. Ich mag auch einen sehr reduzierten, einfach gezeichneten Stil, aber McKean hat irgendwie einen Dreh gefunden in dieser Üppigkeit teilweise auch, die mich absolut angesprochen hat. Also sein Design, auch sein Lettering ist für mich auch irgendwie unverkennbar. Das war auch in den 90ern, frühen 2000ern so, wenn du irgendwie in den Plattenladen gegangen bist, du hast immer sofort erkannt, was ein Dave McKean-Cover ist. Also ich habe auch für diverse Bands dann eben CD-Cover gemacht und so. Und ich habe auch neulich erst wieder hier aus dem CD-Regal eine CD von meiner Frau rausgezogen, habe die gesehen und dachte mir, das ist bestimmt ein Dave McKean-Cover. Tatsächlich war ein Dave McKean-Cover von einer alten Life of Agony-Platte. Und wie gesagt, das war was, was mich damals extrem fasziniert hat, wo ich mich jahrelang mit beschäftigt habe und was irgendwie auch immer noch so tief in mir verankert ist. Und gerade dieser Band ist einer, den ich immer wieder gerne empfehle, gerade eben auch in dem Zusammenhang, wenn es darum geht, ich möchte mal was von Neil Gaiman lesen, was soll ich denn lesen? Und ich dann nicht sagen möchte, lies mal zehn Bände The Sandman. Das ist gut. Sondern wenn man dann auch mal eben einen Einzelband rausstellen will und sagen kann, lies einfach mal dieses eine Buch. Und wenn dir das gefällt und du tiefer einsteigen willst, gibt es dann eben noch natürlich viele andere und dann eben auch Sandman. Aber Mr. Punch ist so einer, den ich dann da eben gerne rausnehme und sage dann, wenn du nur ein einzelnes Buch lesen willst, dann lies gerne Mr. Punch. Ich habe versucht rauszufinden, ob der momentan auf Deutsch aufgelegt wird. Ich habe es nicht gefunden. Also es scheint mir, als gäbe es ihn gerade nicht. Also wie gesagt, er war ursprünglich mal bei Faze. Ich habe mir irgendwie eingebildet, dass Panini ihn auch irgendwann mal rausgebracht hat. Das kann aber falsch sein. Ich habe dazu nichts gefunden. Also es ist schade. Das ist eben auch, wie vorhin schon angesprochen, einer dieser Bände, die immer mal wieder da sind und auch wieder weg sind. Also es ist nicht so, dass der ganz große Populär, also auf Englisch immer verfügbar. Also DC hat den immer rausgebracht. Es gab dann auch eine 20-Jahre-Edition und so. Also das ist nicht die Schwierigkeit, den herzukriegen. Aber bei deutschen Verlagen ist es nicht einer der Bände, die irgendwie ständig in Print gehalten werden, leider. Ich weiß, dass wir haben ja vor, ich weiß nicht, zwei Monaten, drei Monaten oder so mal drüber gesprochen. Zwei Monate. Und daraufhin hat der Patrick ihn auch gelesen. Patrick, was war denn deine Erfahrung jetzt mit dem Band? Ich merke, wenn Neil Gaiman und Dave McKean zusammenarbeiten, dann ist so diese typische Neil Gaiman Märchenonkel Stimmung weg, weil Neil Gaiman überlässt dann eben auch Dave McKean so das Ruder. Und wenn der anfängt, sich auszutoben, dann muss man sich den Kontext auch so ein bisschen erarbeiten. Für mich ist Dave McKean so ein bisschen so der David Lynch unter den Comic-Künstlern, weil er im Prinzip auch so der arthausige Regisseur ist, der auch albtraumhafte Storys erzielt, ohne dir dabei großartig den Erklärbären zu mimen. Also vieles von dem, was du angeschnitten hast. Deswegen war das auch so ein bisschen schwerer zu erklären. Erarbeitet man sich auch selber in dem Zusammenhang. Also alles wird grob angedeutet und da herrscht die ganze Zeit so eine ungute Stimmung. Also schon am Anfang merkst du, oh, irgendwas ist da passiert. Irgendwie hat er jetzt noch ein Trauma, das in ihm brodelt. Und die weiter der, in jedem Kapitel werden diese Theaterstücke auch, die Puppenspiele auch absurder und boshafter. Also jeder, der mal Dave McKean sehen will, wenn er richtig ungebremst ist, guckt, er lest dieses Arkham Asylum Buch. Da tobt er sich nochmal richtig auf und macht einen richtig harten Albtraum. Aber hier, das ist auch wirklich ein schöner, arthausiger, albtraumhafter Coming-of-Age-Comic, den man jeden ans Herz lesen kann, der einen anspruchsvollen Comic mag, den er sich auch ein bisschen erarbeiten muss. Coming-of-Age ist ein Begriff, ja, vielleicht, ich werde nicht angewendet auf den Comic, ich verstehe, was du meinst wahrscheinlich. Ja, wir können auch sagen, traumatisches Kindheitserlebnis, weil das trifft es eher. Ja, genau, also Coming-of-Age impliziert für mich so irgendwie sowas, genau, einen Schritt ins Erwachsenwerden durch ein gewisses Erlebnis oder Abenteuer, wo man was lernt und hier ist es ja tatsächlich eher, der Erwachsene reflektiert etwas, was er bis heute nicht wirklich versteht. Also er versucht etwas rauszufinden aus seiner Kindheit, gegen Ende des Bandes erzählt er dann eben auch, wie er als Erwachsener dann eben auch schon bei Hochzeiten und Beerdigungen und sowas dann mit anderen Verwandten spricht und eben mehr versucht darüber rauszufinden über diesen Großonkel, über diesen Großvater, die zu dem Zeitpunkt dann eben auch nicht mehr leben und kriegt auch da unterschiedliche Antworten. Also dieser Großonkel soll einen Zwilling gehabt haben und dann erzählen die einen Verwandten, ja den gab es, die anderen sagen, ja den gab es nicht, nee weiß man nicht so genau. Also das alles so ein bisschen schwammig ist, aber das was du gesagt hast, das ist eben auch das was ich wirklich so gut finde auch dem Comic, dass man sich es auch erarbeiten muss, dass er eben grafisch erzählt, dass einem nicht wirklich alles in Wort erzählt wird und ich habe auch sicherlich nicht beim ersten Lesen alles verstanden, also gerade das was ich vorhin beschrieben habe mit dieser der Moment, wo wahrscheinlich diese Schwangerschaft beendet wird und ich sage auch immer wieder wahrscheinlich, weil es eben auch nie wirklich ausgesprochen wird in dem Moment, aber es gibt diese Sequenz, also ich habe ja gesagt, da streiten sich mehrere Menschen, es sind eben drei Männer und diese Frau, die sich streiten und der Bub sieht es durch Zufall, er versteckt sich, es ist passiert in dieser Arcade und er versteckt sich da eben auch bei dem Kasperle-Theater und der Moment, wo das dann passiert, wo diese Frau geschlagen wird und er das so sieht und er weiß auch erst nicht, was das ist und sie läuft an ihm vorbei und in dem Moment erkennt er, das ist die Darstellerin von dieser Meerjungfrau und dann passiert eben auf der Comicseite das, dass man sieht ihn in diesem Kasperle-Theater, wie er das also beobachtet und es passiert dann eben auch wortlos, dass man sieht, dass in diesem Kasperle-Theater, in dem er sich versteckt, die Babypuppe rausfällt und auf den Boden fällt. Die Babypuppe, die eben im Stück Punch and Judy eben von Punch aus dem Fenster geworfen wird und dabei stirbt und in diesem Moment, wo der Junge das also sieht, wie diese Frau geschlagen wird, fällt diese Babypuppe raus und daraus könnte man sich dann eben interpretieren, das ist jetzt der Moment, wo das Baby stirbt. Und genau wie du es gesagt hast, also Gaiman und McKeen haben ja relativ viel zusammengearbeitet und natürlich nicht nur eben, dass McKeen sämtliche Cover gemacht hat für alle Sandman-Sachen, sondern sie haben eben auch in narrativen Comics zusammengearbeitet. Also Mr. Punch war da jetzt ja nicht der Erste und eben auch nicht der Einzige. Und die zwei kennen sich so gut in ihrer Zusammenarbeit, dass sie wirklich perfekt miteinander arbeiten und auch wie du gesagt hast, Gaiman, McKeen da eben auch sehr, sehr viel überlässt und überlassen kann, dass Gaiman die Geschichte schreibt, aber McKeen dann eben zwei, drei Jahre sich Zeit nimmt, um Sets zu bauen und Puppen zu bauen und Fotos zu machen und drüber zu malen und das nochmal durch den Computer zu jagen und sonst irgendwas, bis dann irgendwann so ein Comic dabei rauskommt. Und McKeen hier eben auch wirklich würde ich sagen, komplett gleichwertiger Partner im Erzählen der Geschichte ist. Also das ist kein Neil Gaiman Comic, das ist ein Gaiman McKeen Comic. Und man könnte auch McKeen Gaiman Comic sagen, also so rum oder auch so rum. Ich würde sogar sagen, vielleicht kam Neil Gaiman an und hat ihm gesagt, hier, mach mal irgendwie eine schräge Kasperle Theater Story. So zwei, drei Sätze vorgegeben und McKeen hat sich dann komplett ausgetobt. Also diese Story, die ist schon albtraumhaft, tänzelt dann aber immer so drumrum und dass es zu sehr ins Absurde driftet. Also es hat trotzdem noch so einen halbwegs realistischen Touch, aber da ist auch so ein großer übernatürlicher Vibe drin, würde ich fast schon sagen. Also die Geschichte ist schon sehr eine Gaiman-Geschichte auch. Also es ist auch schwer zu sagen, wie viel Autobiografie da eventuell sogar drin steckt, aber es ist so, jüdische Junge in England, das ist Neil Gaiman, also das ist auch seine eigene Realität, jüdischer Junge in England und auch ungefähr so der Zeitrahmen, also Neil Gaiman 1960 geboren, wenn ich jetzt nicht komplett irre, also das dürfte auch ungefähr verhinhauen, also da zumindest ein gewisser Teil an eigener Kindheitserfahrung könnte da drinstecken, ohne dass jetzt vielleicht der komplette Familienüberbau wirklich autobiografisch ist, aber so die Erfahrung, wahrscheinlich Urlaub, Seaside und solche Geschichten, da ist wahrscheinlich schon auch eine recht persönliche Erfahrung mit drin von Neil Gaiman. Ja, also ich hab da ich hab da letztens auch einen Film gesehen, da kam dann kurzzeitig irgendwas mit Kasperle Theater und ich dachte dann, oh shit, gleich kommt Mr. Punch ums Ecke, also ich sehe seitdem auch das Kasperle Theater mit ganz anderen Augen, weil da Dave McKean diese Grenze irgendwie eingerissen hat und sie in ein seltsames Level gehoben hat, Ja, merkwürdig, bei uns kommt Puppenspiel immer nur irgendwie durch die Paw Patrol, die kommt um die Ecke, da gibt's ja Paw Patrol mit Hunden und dann Puppenspiel ist alles deutlich entspannter als das von ihm, was ihr gerade vorgestellt habt. Aber krass, das ist auch interessant, diese Aussage von dir, dass in anderen Ländern Puppenspiel vielleicht eine andere Zielgruppe hat als bei uns in Deutschland. Ja, also Team America, komm. Ja, das ist tatsächlich irgendwie ein interessanter Aspekt, also ich ich hab das nie so richtig rausgefunden, ob das in Deutschland auch mal so gespielt wurde zu irgendeinem Zeitpunkt, ob das ursprünglich mal eine ähnliche Geschichte war, wie das in Italien und in England und so war. Zu dem Punkt, bin ich in meiner Recherche nie gekommen, aber es war damals eben wirklich so, ich erinnere mich da eben sehr stark, dass ich mal eine Dokumentation gesehen habe eben über so Puppentheater, Kaspeltheater in der Welt und dass ich jedes Mal den Eindruck hatte, das ist da irgendwie überall anders, als es in Deutschland ist, dass das bei uns dann irgendwie heimeliger ist, auch der Kaspel hat zwar immer noch Leute verkloppt, aber er bringt irgendwie nicht sein eigenes Baby um und gehängt wird da auch niemand und so, er haut halt das Krokodil so, das Krokodil ist immer, das kann man immer gut verkloppen, das ist kein Mensch und so, da passt das dann schon, Krokodil, böses Tier und so und das ist auch, das ist ein Panel oder ein Bild, Panel ist auch schwer zu sagen, das mir auch immer festgebrannt ist in meinem Kopf aus diesem Comic ist der Moment, wo der Junge das Krokodil über den Arm streift und beschreibt, wie aus diesem leblosen Objekt in dem Moment, wo er es auf die Hand nimmt, ein Lebewesen wird und wie Mekin das auch darstellt im Bild, wie dieses Krokodil quasi zum Leben erwacht auf der Hand des Puppenspielers und ganz, ganz fantastisch, also die, auch wie ich es jetzt die Woche nochmal gelesen habe, habe es jetzt auch seit einigen Jahren nicht gelesen, diese Faszination ist bei mir komplett auch sofort wieder da gewesen, natürlich auch ganz viel aus, sicherlich auch aus nostalgischen Gefühlen, wie gesagt, ich habe das zweite Hälfte der 90er, als es halt irgendwann rauskam, ein bisschen später, bis ich es dann das erste Mal bekommen habe, bis ich es dann gelesen habe, aber so zu der Zeit und auch damals, ich glaube, ich habe es direkt zweimal hintereinander gelesen dann auch und so und dann ein bisschen mehr verstanden, also all das ist wieder so direkt in mir hochgekommen und deswegen ist es eben auch ein Comic, den ich ausgesucht habe jetzt für diese Folge, Comics, die mir besonders wichtig sind und die jetzt auch eben bis heute diese Faszination da nicht verloren haben. Breedstone, du hast das nicht gelesen, gell? Äh, ne. Und Andi auch nicht, Ne, die habe ich es nicht gelesen, aber das Einzige, was ich da jetzt Smartes beitragen kann, Smart, ist, dass ich den McKeen mal, ich will nicht sagen, kennengelernt habe, aber dass ich den mal persönlich quasi so gesehen habe, beim Comicfestival München 2019 hat der nämlich ein Konzert gegeben, deswegen ist es ganz interessant, auch wenn du sagst, dass er so ein multimedialer Künstler ist, der ganz viele Dinge bedient und eben nicht nur als Zeichner unterwegs ist und da hat er zusammen, glaube ich, mit seiner Frau eine quasi musikalische Untermalung gemacht, ich glaube, es war noch ein dritter mit dabei, zu einem Comic, wenn ich, ob es ein Animationsfilm war oder ob wir quasi durch Panels durchgesprungen sind, währenddessen er dazu mit seiner Frau Dinge gezeigt hat, ich glaube, das war zum Comic Black Dog, The Dreams of Paul Nash, da hat er abends im Jüdischen Museum im Juni 2019, genau, zusammen mit seiner Ehefrau Claire und Matthew Sharp, hat er irgendwie zu, das ist auch sein eigenes Werk, glaube ich, steht hier, also die haben das quasi dann so als Veranstaltung abends da präsentiert, alle in schwarz, kleine Runde, wenig Eintritt, allein das ist Grund, wirklich solche Veranstaltungen zu besuchen und es war ein schöner Abend einfach, kann ich nur sagen und ich war musikalisch und inhaltlich sehr angetan, ist halt einfach alles nicht unbedingt leithartet, also es ist alles eher so ein bisschen schwermütig, alles dunkel und das war jetzt auch keine glückliche Happy Schlagerparty, sondern eben ein bisschen düster alles, aber finde ich schon, also finde ich persönlich auch sehr ansprechend und das ist auch alles, was ich so ein bisschen mit Merkin verbinde, halt einfach so ein bisschen ja düsterer, gesetzterer Künstler. Er macht so sehr atmosphärische Musik, also ich habe eine Ausgabe, er hat den einen Comic, den er auch komplett selber geschrieben hat, Cages, da habe ich so eine Sammelausgabe, als die irgendwann mal im Hardcover rauskam, da liegt auch eine CD bei, quasi ein Soundtrack zum Comic, den er eben selber komponiert hat, es gibt eine Radio-Adaption von Mr. Punch, die Gaiman auch geschrieben hat und wo Merkin die Musik dazu gemacht hat, ich habe eine CD, eine Doppel-CD-Lesung von Neil Gaiman zu seiner Sammlung Angels and Visitations, da hat Merkin natürlich wieder das Cover gemacht und auch die Musik dazu, also er ist wirklich einfach so ein Multi-Künstler in jedem Medium zu Hause, er macht viel Buchgestaltung, es gibt in England diese Folio Society, wo so edle Ausgaben von so Buchklassikern gemacht haben, illustriert und gestaltet, da macht Merkin immer wieder gerne mal auch was für die Plakat-Künstler und wie gesagt auch ein bisschen Film und alles, also ein faszinierender Typ, ich habe den nur mal, ja, also damals, als die Ausstellung in Erlangen war, hat er halt auch signiert dann in der Ausstellung, da war ich halt beim Signieren, also es ist keine größere Begegnung mit ihm, aber ja, also da, wenn der irgendwo auftaucht, werfe ich zumindest immer mal einen Blick hin, also der, meine Faszination für seine Kunst ist mir über die Jahrzehnte ja mittlerweile nicht abhandengekommen und also Mr. Punch stelle ich immer wieder gerne raus, weil ich auch immer wieder feststelle, alle, also jeder hat zumindest Neil Gaiman schon mal gehört, meisten haben auch irgendwie was von ihm gelesen, vielleicht mehr was von seinen Mainstream-Sachen, vielleicht eben auch Sandman, aber Mr. Punch habe ich immer das Gefühl, dass den sehr wenige gelesen haben und den möchte ich dann da immer wieder ein bisschen herausstellen, weil ich den eben so besonders toll finde. Bei Mr. Punch ist auch der Wiederleswert nochmal eine Spur größer, weil man diese Geschichte mit jedem Lesen irgendwie anders versteht oder interpretieren kann und er ist halt von seinem Stil sehr ikonisch, das ist so einer der wenigen Künstler, die aus der Masse rausstechen und die so einen Wiedererkennungswert haben, gerade wegen seinem sehr experimentell Talent-Stil. Jo, Andi. Prima, prima. Da würde ich sagen, werfe ich jetzt mal was ein, was deutlich, deutlich, deutlich leichter, zugänglicher und ehrlich gesagt auch stumpfer ist. Aber es ist einfach was, was mich in meiner Kindheit sehr geprägt hat und die Rede ist von dem zweiten Beitrag zum Thema Superhelden, den wir in diesem doch zweiter Beitrag in dieser Runde haben werden, denn ich war in den 90ern einfach, ich bin einfach letztlich dann doch Kind der 90er, ich bin 87 geboren und für mich waren die Power Rangers in meiner frühen Jugend einfach, das waren so ein bisschen wie meine Helden, das war zumindest die Serie, die ich gern jeden Samstagmorgen vermutlich, vermutlich auf RTL, ich glaube, das hieß damals noch so KRTL, also Kids RTL, geschaut habe und da bin ich dann auch relativ früh veraufgestanden, ich habe meinen Bruder damit infiziert und ich war einfach schon ein richtig krasser Power Ranger Fan, ich weiß noch, ich hatte eine Handvoll Zords, mit denen man cool spielen konnte, ich hatte eine Power Ranger Zordzentrale, ich hatte natürlich eine Power Ranger Bettwäsche und so viele sei an der Stelle schon mal gespoilert, wenn meine Frau sich nicht querstellt, habe ich bald wieder eine, also es könnte, es ist, also Power Rangers war ich durch und durch absolut der Fan und ich konnte nicht genug kriegen von dieser Serie und bin deswegen auch regelmäßig einmal im Monat zur Tankstelle um die Ecke getingelt und habe mir dort das Power Ranger Magazin, das Power Ranger Comic Magazin gekauft und fand es geil, ich meine, ich war so, keine Ahnung, halt 90ern, ich weiß nicht, ich war irgendwann so zwischen 7 und 12, keine Ahnung und fand das alles total toll und habe dafür mein Taschengeld ausgegeben und das ist was, das hat mich immer irgendwie so ein bisschen geprägt, aber man gab es dann auch noch diese Filme, die waren großartig, diese in den 90ern, die Filme fand ich als Kind großartig, dann jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit kam die Neuverfilmung, das Reboot der Power Rangers raus in den Kinos, 2013, 14 oder so war das glaube ich, dann ist davon jetzt schon wieder ein Reboot im Gespräch und so ein bisschen sind die Power Rangers immer tagesaktuell gewesen und das, wo die ursprüngliche Serie eigentlich nie ein Ende gefunden hat, also ich werde jetzt nicht zu sehr auf die Serie eingehen, weil da könnte man noch tausend Dinge erzählen, ich habe mich sehr, sehr, sehr belesen in den letzten zwei Monaten, was die Power Rangers betrifft, ich könnte jetzt hier längere Ausführungen machen, spare ich euch jetzt, also richtig weg waren die Power Rangers nie und ganz aktuell sind sie erstmal jetzt mehrere Jahre am Stück auch mit neuen Inhalten auf Netflix zu finden und ich habe mal reingeschaut, ist heute noch genauso bescheuert wie damals, also es ist kein Stück smarter, ist immer noch absolut konfus, aber auch okay für die Zielgruppe, nämlich genau das, was es sein sollte und dann bin ich da an die Tankstelle gegangen und habe mir da dann die Power Ranger Magazine gekauft und diese wollte ich euch heute vorstellen, eben weil die einen großen Teil meiner Kindheit da geprägt haben, das ganze Ding lief von irgendwann 95 bis irgendwann 97 gab es Comics zu kaufen und diese Comics beinhalten letztlich ja die alten Power Ranger Comics, aktuell gibt es neue Power Ranger Comics bei den Boom Studios und damals waren das hier in diesem Power Rangers Magazin Comics von verschiedenen Verlagen, vom Hamilton Comics Verlag, von Marvel Comics, Image Comics, Acclaim Comics, das waren so die Sachen, die da in den 90ern abgedruckt wurden und ich habe die bei Ebay-Kleinerzeigen gefunden, da hat jemand vertickt, irre, für einen abblunden Ei und da habe ich einfach mal zugeschlagen, so viel war mir der Spaß dann wert und habe gesehen, oh das gibt es aber auch digital und habe mir im gleichen Atemzug für deutlich mehr Geld und digital dann zwei Archivbände geholt, die jetzt quasi die kompletten Rechte zwischen den Boom Studios liegen, es gibt da so dicke englischsprachige Bände, wo ihr auch diese Comics oder zumindest eine Auswahl dieser Comics auch digital aktuell bei Boom Studios kriegen könnt und so viel sei schon mal gesagt, weder sind diese Archivbände bei den Boom Studios vollständig, das ist scheinbar auch nur eine Auswahl an Dingen, die es von den Power Rangers gab, als auch, dass dieses Comic Magazin, das es da in den 90ern hier auf Deutsch gab, irgendwie vollständig wäre. Ich habe mich dann gleich informiert, wollte ich gucken, wollte, oh okay, solange hier die Magazinen noch nicht da sind, liest du halt schon mal digital und so, aber irgendwie ist alles absolut durcheinander, ich habe dann auch mal ein paar Experten gefragt und man kann sagen, das, was damals in diesen Magazinen erschienen ist, ist absolut wild, querbeet, völlig zusammenhangslos präsentiert. Das Ganze kommt von EHPA und man muss auch sagen, es ist völlig irrelevant, ob das jetzt zusammenhangslos ist oder nicht, weil letztlich sind das alles ganz kleine, kurze Stories, die für sich quasi stehen, aber auch absolut immer nach demselben Schemata ablaufen, super stumpf sind und genau das bedienen, was ich in den 90ern wissen wollte. Es gibt quasi eine ganz langweilige Ausgangssituation, die Power Rangers machen irgendwas, beispielsweise eine Kostümparty oder so, wie man das eben so macht als Power Ranger und Rita Repulsar, die Böse, die beobachtet die vom Mund aus, wie sie das so macht und dann ärgert die sich, dass die Power Rangers sich gerade freuen und genau deshalb schickt die Rita Repulsar ein böses Monster zu den Power Rangers, damit die nämlich keinen Spaß mehr haben und dann wird gekämpft und dann wird das Monster groß und dann rufen die ihre Sords und dann wird das ein Megasord und dann machen die einen Superschlag und dann ist die Story vorbei und genau nach diesem Schemata läuft wirklich jedes einzelne der, keine Ahnung, 30 Hefte, die ich gerade in der Hand habe. Es ist völlig, und ich habe jetzt von denen allen habe ich vielleicht so die Hälfte gelesen, aber reicht auch, ganz ehrlich, wir sehen wirklich immer dasselbe und ich möchte so ein bisschen aus so ein paar Dinge zu sprechen kommen, die mir halt aufgefallen sind, einfach weil es so, ich muss ständig Kopf schütteln. Es waren so viele Dinge dabei, die mir auf den Keks gingen, beispielsweise die Kolo. Also wirklich, die Artwork-Qualität ist genauso unter aller Sau zeitweise, wie es die Storys sind. Du erkennst teilweise überhaupt nicht genau, wer ist da gerade zu sehen. Meinetwegen sind beispielsweise die Power Rangers, die ja fünf beziehungsweise sechs Farben haben, ganz eindeutige Farben. Pink, Gelb, Blau, Rot, Schwarz und dann noch Grün oder und Weiß. So, das sind so die Standardfarben, ja, und selbst da, die Koloristen haben das da verkackt. Du kannst nicht erkennen, welcher Ranger, also du kannst schon erkennen, welcher Ranger das sein soll, ist aber falsch koloriert, ja, oder irgendeine Szene, wo die alle nebeneinander stehen und rufen mit ihrer krassen Münze ihren Megasort und so und da ruft offensichtlich gerade der falsche Ranger den falschen Sort. Sowas zum Beispiel, ja, oder die Kostüme, die sind auch super, die sind ja relativ schlicht, die haben eine Farbe und auf der Brust eine weiße Raute und dann kriegen es die Koloristen einfach nicht gebacken, die Raute weiß zu lassen, sondern lassen alles andere weiß und machen nur die Raute farbig oder so und das Ganze kommt ja als Magazin daher, das heißt also, es sind nicht nur diese Comics Sachen abgedruckt, es sind immer auch total coole, ja, Ausführungen zu den einzelnen Swords und zu den, äh, zu den, zu den Power Rangers mit dabei und hier in der allerersten, ne Quatsch, das ist die allererste, in einer der ersten Ausgabegaben wird uns dann mal Kimberly vorgestellt, der Pink Ranger, den vielleicht viele Jungs da draußen noch kennen könnten und die kriegt dann so Charaktereigenschaften, auch so typisch 90er, da ist so jedes mögliche Klischee, das es gibt, für Männer und Frauen bedient, also ihre Hobbys sind natürlich Einkaufen, Aerobic, Turnen, Kunst und Flirten, wie das halt eben so ist für die Kimberly und sie ist klein, aber mutig, steht hier auch auf der, auf der Magazinseite und sie findet Erdbeereis cool und flirtet gern mit heißen Typen so und so ist komplett das ganze Magazin voll, also schon, schon ganz extrem daneben, steht wirklich nur exemplarisch für ganz viele andere Dinge, die Jungs sind alle super cool, machen gern Sport und treffen sich gern mit Freunden und hängen im Jugendzentrum ab und so, also schon, ich hab's so oft im Kopf schüttelt, das war, es ist schon, 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 schon auf jeden Fall irgendwie episch und muss aber auch sagen, wir kommt die alle, wir kommt das alle super bekannt vor, es gibt also die, es gibt übel, ganz viele Sticker kann man kaufen, extra Riesenposter sind drin, die sind dann natürlich nicht irgendwelche Poster, das sind dann super Poster, ja, und die haben dann die Mighty Morphin Autogrammkarten mit dabei und, ja, also es ist wirklich, ich bin, es ist ein riesengroßer Traum, es macht sehr viel Spaß, das zu lesen, aber eigentlich reicht's auch noch eine Handvoll Comics, weißt du genau, worum's da geht, es war damals eine schöne Ergänzung zur TV-Serie, weil es halt meinem Bruder und mir genau das gegeben hat, was wir wollten, wir wollten mehr Mighty Morphin Action sehen, die haben wir bekommen, die war nicht sonderlich, nicht sonderlich smart, aber das musste sie auch nicht sein und es hat letztlich auch genügt, um, ja, den Verlagen oder den Rechteinhabern, das war damals Saban, ja, letztlich einfach Geld in die Kassen zu spülen, wie gesagt, ich hab nicht ohne Grund diese Sorts gekauft, ich war voll im Power Ranger Fieber, hatte damit sehr viel Spaß und denke, dass das was ist, dass man sich mit einem Schwunzeln auf jeden Fall immer nochmal angucken kann, ich würd's aber ruhigen Gewissens nicht weiterempfehlen können und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich auch so ein bisschen, ich fass schon als Komplettistin auch enttäuscht und zwar sowohl von diesen Comic-Magazinen von EHPA als auch von diesen Archivbänden, denn beide sind nicht vollständig, beide beinhalten nur eine Auswahl an Comics, die es gibt, teilweise eine sehr skurrile Auswahl, wo ich auch nicht weiß, wenn das schon die besten Comics waren, die es gab, wie viel schlechter muss dann das andere gewesen sein, auch so die Gegner, das ist zum Beispiel, ein Gegner weiß ich noch genau, das ist so ein Schwein, Rita Pulsa schickt ein Kampfschwein und das Kampfschwein, das will das ganze Essen der Welt aufessen, da müssen die Power Rangers natürlich kommen und das Kampfschwein besiegen, weil sonst ist das Essen ja alle, das ist das, so cool, denke aber, dass ich das jetzt so schnell nicht mehr lesen werde und ich wäre bereit, übrigens auch in das Nerd-Paket bei Interesse das ein oder andere Heft beizulegen, als Gewinnspiel-Teaser nochmal, falls ihr Interesse habt, das solltet die Leute doch nicht abschrecken. Das ist so ein Murks, das ist so ein Murks, also wirklich und insbesondere dann auch, wie das immer durch die Redaktionsseiten, also durch diese Auflockerung zu Schauspielern und Figuren und so, wie das dann immer aufgelockert wird, das ist alles so ein Unfug, ist schon lustig. Das vielleicht mal so ein bisschen ja zur Erläuterung, was mich so in den 90ern Comic-mäßig ja begeistert hat. Es ist aber wahrscheinlich auch so die Sache, gerade dieser, wenn man das so im Rückblick sich anschaut und Fernsehserien werden heute ja teilweise ein bisschen auch ähnlich besprochen, wenn man sich mit alten Fernsehserien oder sich mit alten Fernsehserien mal beschäftigt. Diese Comics waren nie dafür gemacht, dass es davon jemals den komplett super Megaband jetzt alle verfügbar gibt, sondern das Ding ist am Kiosk, am Bahnhof, was auch immer, das Kind nimmt ein Heft mit oder kriegt ein Heft für die Zugfahrt oder so, liest das Ding, freut sich, schmeißt es weg, vergisst es mehr oder minder und dann wahrscheinlich nicht mal nächsten Monat, sondern irgendwann mal wieder gibt es vielleicht wieder ein Heft. Das ist nicht dafür gemacht, dass der 30, 40-jährige Sammler sich die Compact-Sammlung hinstellt und da einem langen Abenteuer folgt, sondern es war Wegwerfware und jede Geschichte halt auch so gemacht, wenn du es eben im letzten Monat nicht gelesen hast, dass du halt trotzdem diesen Monat das Heft kaufen kannst und eine Geschichte bekommst. Deswegen sind sie ja auch so formelhaft. So wie das A-Team. Jede Woche die Glorreichen 7 in einer anderen Variation, aber irgendwie auch gleich. Verpasste eine Woche, kein Problem. Nächste Woche neues Abenteuer. Das ist halt 80s, 90s Fernsehen. Das ist halt einfach Zielgruppenbedienung. Genau. Und es hat sich wirklich bis heute nichts geändert. Also wenn ihr Netflix habt, schaut da mal rein. Da gibt es natürlich ganz neue Power Rangers mit neuen Kräften und so, aber die haben immer noch Helme, immer noch bunte Farben, die rufen irgendwelche Sorts und das ist wirklich auch noch genauso dieselbe Komplexität, die Anführungsstriche, die ich gerade in die Luft gemalt habe, müsst ihr euch jetzt denken, die das damals auch schon hatte. Die Zielgruppe, die mitgewachsen ist, die also jetzt älter ist, die sich aktuell vielleicht nicht mehr so angesprochen fühlt von dem, was man in der Serie oder diesen alten Comics bekommt, den möchte ich übrigens uneingeschränkt die aktuellen Comics von Boom Studios empfehlen. Auch da bin ich dran, die nachzukaufen und mir zu besorgen. Die sind deutlich anspruchsvoller. Deutlich epischer, komplexer. Da gab es ein großes oder schon mehrere große Events. Ich bin auch dran, da jetzt einiges nachzuholen und ich wäre nicht überrascht, wenn ich da ein bisschen ins Detail gehen würde in einer der nächsten Ausgaben der Comic-Cookies. Einfach die Frage, ja was passiert, wenn Power Rangers älter werden? Welche mächtigen Gegner da draußen gibt es noch wirklich, die wirklich mal auf die Kacke hauen und Menschen töten, wenn es epischer wird, wenn multidimensionale Dinge passieren und so. Also das ist schon was, das würde ich eher den älteren Zuschauenden empfehlen und weniger diese Comics hier, die auch allein schon, wenn man nur so durchblättert, anatomisch eine absolute Katastrophe sind teilweise. Aber gut, ich glaube, ich habe dazu alles gesagt. Ein paar Hefte von der Boom-Serie, gezeichnet von unserem freundlichen Superhelden-Zeichen aus der Nachbarschaft Jonas Schaaf. Teilweise, genau. Und lustigerweise gab es ja dann auch einen großen Trend, dass zum Beispiel auch Spider-Man, der japanische, dann auch so in die Power Rangers-Richtung ging. Und letztens bei Batman Ninja, das ist auch in so eine Power Rangers-ähnliche Richtung abgedriftet. Ich kann mich bei der Serie halt gut dran erinnern, dass wir dann damals das Mickey Mouse Magazin gelesen haben und da auch richtig derbe dann Power Rangers beworben wurde. Dass es dann da damals ein Crossover gab mit den Turtles, wo dann auch damals noch der weibliche Turtle dabei war, kurzzeitig, die Venus. Also, in der wirklich unbeliebtesten Zeit der Turtles kam dann dieses Crossover. Und egal welches Jahrzehnt, also auch dieser neuere Film, diese komplett chaotische Zusammensetzung oder dieses Trashing bleibt vorhanden, auch wenn du da Millionen in Budget reinpumpst. irgendwie haben sie nicht den Anspruch, da eine große epische Story zu erzählen. Diese Story-Gerüst bleibt nach wie vor dasselbe. Ich finde es auch sehr schwierig bei solchen Properties. Ich mag immer nicht so englische Begriffe benutzen eigentlich und dann fällt mir das deutsche Wort nicht ein, das ich eigentlich benutzen möchte. Solche nostalgischen, für manche Menschen nostalgischen Franchises, die sich darüber freuen, wenn es Neuauflagen gibt und neue Varianten gibt, aber sich dann nicht abgeholt fühlen, weil es eben doch weiterhin Geschichten für Kinder sind. Also das finde ich immer ein bisschen schwierig, wer ist die Zielgruppe dafür? Also ist es jetzt der Andi, der als Kind damit aufgewachsen ist und möchte jetzt heute mit Figuren, die er aus seiner Kindheit kennt, lieber eine erwachsene Geschichte erzählt bekommen oder ist es immer noch Geschichten für Kinder und der erwachsene Andi denkt sich, naja, ist jetzt aber halt leider nicht mehr für mich, ich mochte die Power Rangers, doch warum mag ich sie denn heute nicht mehr? Also das finde ich immer einen schwierigen Komplex, also ich habe als Kind Yps-Heft gelesen. Also das ist auch so eine Comic-Prägung von mir war das Yps-Heft und dann gab es vor einigen Jahren mal eine Neuauflage von dem Yps-Heft explizit eigentlich für erwachsene Männer gemacht. Also ich habe mir die nicht angeschaut, ich habe nur drüber gelesen, aber theoretisch wäre ich also quasi immer noch die Zielgruppe des Yps-Heftes gewesen. Es war nicht mehr für Kinder gemacht. Andererseits, jetzt kam hier das neue Pokémon, und Snap raus, wo ich höre, wie erwachsene Menschen sagen, Mensch, als Kind war es doch so toll, warum ist denn jetzt diese Neuauflage nicht so toll? Ja, weil es immer noch für Fünfjährige ist und du mittlerweile 30 bist und du komplexere Sachen brauchst. Also es ist halt nicht für Erwachsene in dem Moment. Aber das ist wahrscheinlich auch so die Schwierigkeit, in der die Macher dann stehen. Ist unsere Zielgruppe jetzt eine erwachsene, nostalgische Zielgruppe und müssen wir die irgendwie bedienen oder möchten wir es trotzdem doch immer noch eigentlich für Kinder machen? Bei Power Rangers ist man ja zum Glück, wie gesagt, in beide Richtungen gegangen. Es gibt Inhalte für Kinder, das sind vor allem die Serien und es gibt auch weiterhin Power Rangers Magazine zu kaufen, ich habe mal geschaut. Und es gibt eben auch diese Boom Studio Comics, die wir in Deutschland teilweise auch bekommen haben. Leider hat Panini die Veröffentlichung dann abgebrochen. Sehr schade, weil ich finde, dass da auf jeden Fall die besten Inhalte danach noch kamen. Da gibt es aber vermutlich einfach nicht mehr die Zielgruppe für. Gerade weil man Power Rangers natürlich immer mit diesem Kaya, Mighty Morphin, Boom, 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 Riesenmonster, verbindet und weniger mit den doch eben auch düsteren Facetten, die es gibt. Ey, was ich allein an YouTube-Videos geguckt habe in den letzten Monaten, also Wochen für eher, was da an Lore drin steckt, das ist schon, also pui, komplex, ja, welcher, na gut, ich hole jetzt nicht aus, es dauert zu lange, aber man könnte sich länger damit beschäftigen. Ewig mit Power Rangers beschäftigen und dann wundern, wo die Zeit zum Comic gelesen geblieben ist. Auch lustig. Ja. Ja, ich muss ja sagen, mit den Power Rangers konnte ich nichts anfangen. In den 90ern, da war ich tatsächlich einfach schon zu alt dafür. Da habe ich mich mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe da mal reingeguckt und dachte, ja, ist das irgendein Bier das Fetisch-Ding in diesen bunten Anzügen und sie haben unglaublich viel Spaß alle miteinander. Naja, aber es scheint zumindest die Popkultur nachträglich geprägt zu haben, wie ich das hier so raushöre. Denn, ja, also, hier gibt es das Schwein, was die Welt auffrisst und bei Game of Thrones, bei George R.R. Martin, da gibt es ja den Hengst, der die Welt besteigt. Also, ich sehe da eine ganz eindeutige Verbindung zum Power Rangers. Da weiß man ja, wer wen, wie ins Video. Bei Dragon Ball gab es doch auch diesen Buu, der alles fressen wollte. Im Prinzip ist es dasselbe, nur in Galaktischer. Das ist natürlich einfach auch eine Art Boshaftigkeit, die du Kindern gut vermitteln kannst. Also, da wird gerade keine Schwangerschaft beendet, sondern da wird halt das Essen der Welt aufgegessen. Ja, cool. Dankeschön fürs Zuhören. Ich denke, dann sind wir ja mit der ersten Runde auf jeden Fall durch und können auch jetzt auch mal die Gelegenheit nutzen, uns vielleicht mal mit dem nächsten Einspieler zu beschäftigen. und da wäre, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um sich mal mit dem lieben Leger Legende zu beschäftigen. Auch der war so nett, mir uns viel eher, einen Einspieler zur Verfügung zu stellen. Hallo, ich bin Leger Legende, lebende Comicfigur in einer großen Comicwelt. Einst wurde ich zwar mal podgecastet, aber ich habe noch keinen Podcast. Ich habe keine Podcastgewohnheiten. Wenn ich einen Podcast höre, höre ich die Comic-Cookies. Von den Comic-Cookies kann man bisher auf comic-community.net im Cookies-Archiv noch viele Folgen vorfinden, in den Comics besprochen und Cookies verfüttert werden. Wie anfangs an Steffen. Bei den frühen Besprechungen schließt Oni auch die Beschreibung der Zeichenart mit ein und der Nürnberger Andi geht heutzutage auch auf die Farbgebung und Sprechblasentexte ein. In Episode 40 spricht Oni von Self-Publishing-Erfahrungen und Messeverkäufen. In Episode 50 sind wir 2016 auf dem sonnigen Comicsalon in Erlangen. In Episode 77 überraschte mich Steffen ohne Vorankündigung während der Aufnahme mit plötzlichen applausigen Hintergrund-Sounds, um die ich drumherum zu sprechen versuchte. Aus all diesen Folgen geht nun unser neuestes Produkt hervor. Unser aktuelles Produkt ist Comic-Cookies 100. Comic-Cookies 100. Neu, opulent, laut. Comic-Cookies 100. Überraschend, treffend, spiralisierend. Mit Comic-Cookies 100 geben wir dir eine Episode ans Ohr, die deinen evolutionären Hörsinn zur ersehnten Anfangszeite Kommunikation zurückführt und dir die Augen öffnet. Siehe, schon immer zeichneten Menschen Ereignisse in Bildern. Früher haben Menschen Geschichten erzählt und weitererzählt und weitererzählt. Das haben wir in den Comic-Cookies auch getan. Über die gezeichneten Bilder. So bleibt das Wort und das Bild lebendig. Comic-Cookies 100. Im tiefgehenden, informativen Format geht immer. Vertraue uns. Höre zu und alles wird gut. Wenn man nicht mehr vertrauen möchte, dass alles gut wird, weil einem alles egal ist und nur das eigene zählt, verliert man das Urvertrauen. Wenn man das eigene stärken möchte, ohne dass die eigene Stärke reicht, setzt man zur Sicherheit gerne auf ein kleines externes Zaubergerät. Früher bekam man vielleicht ein Taschenmesser gereicht, das einem mit feinen Funktionen zur Seite steht. Zu einer Seite zu stehen, reicht heute nicht mehr. Heute stehen feine Funktionen von Smartphones im Mittelpunkt. Das Smartphone stärkt das eigene. Das eigene Ego. Was da bleibt, ist allein das Ego. Das Ego ist allein. Schließe dich mit Comic-Cookies 100, der Comic-Community an, egal ob du Zeichner oder Leser bist. Zeichne dich aus. Lies mehr Comics. Comic-Cookies 100. Für dich. Oh, na. Weißt du Bescheid? Ich glaube, danke ist jetzt das richtige Wort. Danke. Ja. Ja, liebe Legende. Das war sehr spirituell eben. Ich hab ihn mal irgendwann als Messias bezeichnet und irgendwas in der Richtung ist er auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, glaube ich, danke. Wollte ich, wollte ich, was sollten wir sagen. Ich weiß, manchmal weiß ich auch so inhaltlich gar nicht so genau, was ich sagen soll. Ich glaube, die Kernessence ist schon, legt das Handy weg und lest mehr Comics. Ich glaube, da kommt der Comic-Verkäufer wieder durch. Jo, Patrick, wie sieht's bei dir aus? Wir sind quasi in der zweiten Runde. Welchen Comic möchtest du noch vorstellen? Wir haben ja immer wieder um das Thema Hellboy rumgetänzelt und dann kam irgendwann mal von Bizarro und so ein größerer Podcast zu Hellboy. Da dachte ich, nee, nee, das lasse ich jetzt weg. Dagegen antreten habe ich jetzt keinen Bock. Also erst mal ein bisschen nach hinten verschoben, Zeitpunkt abgewartet. Der ist jetzt ums Jahr 2004 rum hat Guillermo del Toro ja einen Hellboy-Film rausgehauen, den ich bis heute ziemlich gut finde. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch angefangen, die Hellboy-Comics zu lesen. Am Anfang war ich noch nicht so angetan, weil ja der Zeichenstil von Mike Mignola schon was Spezielles ist. Daran muss man sich gewöhnen. Wie es Andy P, also der andere, erwähnt hat, das ist auch wieder so eine Kunst bei dem Zeichenstil das Ganze auf ein Minimalistisches zu reduzieren, Details wegzulassen und trotzdem genug dazulassen, dass man das erkennt. Und das hat Mike Mignola auch mit den Schattierungen und allem ziemlich perfektioniert. Das sieht halt anders aus, als diese Bilder, die Mignola auf die Leinwand gebracht hat. Und deswegen könnte das für viele, die nach Hellboy dann einen Comic lesen wollen, erst mal eine Hürde sein. Aber mittlerweile mag ich diesen Stil sehr. Ich bewundere Mignola für seine Arbeit. Und er hat ja dann irgendwann, hat er dann sein kreatives Zepter quasi abgegeben und ab da ist dann das Hellboy-Universum richtig explodiert. Also Hellboy macht eine Entwicklung durch und die führt dazu, dass er dann irgendwann, ohne es großartig zu spoilern, mehr auf Solo-Pfaden unterwegs ist. Hellboy sucht nach seiner Bestimmung und die BRPD tritt dann auf den Plan und dann werden dann auch mehr so diese Abenteuer um Ape, Sapien und Co thematisiert. Es gibt einen Zeichnerwechsel und die Comics gleichen dann ab dem Zeitpunkt mehr dem, was man aus den Filmen kennt. Also diese stylische Monster-Klopperei Hellboy an sich ist meistens er ist auf der Suche nach seiner Bestimmung ist es bedeutungsschwanger aber für mich ist Hellboy so einer dieser Charaktere mit dem ich mich auch in der Zeit, wo ich Superheld nicht mochte gut identifizieren konnte. Der Hellboy ist irgendwie dauergenervt, er ist verfressen, er mag Katzen, er trinkt Bier. Das ist halt nicht so dieser typische patriotische Superheld, der sagt für Amerika, sondern er handelt aus einer eigenen Motivation, er ist ungeschickt und hat deswegen eine extra dicke Knarre, mit der er seine Gegner erlegt, weil er auch er wird sie sonst wahrscheinlich nicht treffen und er geht halt rein und kassiert erstmal ziemlich viele Schläge, bis er dann irgendwann während dem Kampfgeschehen rausfindet, wie er denn dieses Monster zu erlegen hat. Und gerade dieses trottelige Unkonventionelle, das ist sowas, was ich an diesem Hellboy Universum mag, dass dann aus diesen anfangs ungeplanten doch was viel Größeres entstanden ist, die stylische Monsterklöpperei, würde ich sogar sagen. Und auch das Universum ist ja mit diversen Spin-offs dann so extrem gewachsen, also ist für mich immer fast wie Weihnachten, wenn dann so einer dieser Geschichten aus dem Hellboy Universum Bänden erschienen ist, weil da wird dann diese ganze Bandbreite mit dem Witchfinder, mit Lobster Johnson und so aufgegriffen und das hat das Hellboy Universum dann auch in diverse Richtungen gelenkt, die Mike Mignola alleine so nie erreicht hätte. Deswegen finde ich es cool, wie da auch trotzdem immer wieder noch dieser Mignola Zeichenstil beibehalten wird. Da habe ich dann noch eine lustige Anekdote, diese Hellboy Stories, beziehungsweise die werden bei Crosskite veröffentlicht und diese Hardcover Bände, da habe ich am eigenen Leib mal zu spüren bekommen, wie stabil die sind. Es war jetzt nicht ein Hellboy Band, sondern tatsächlich eher ein Sin City Band, den hat ein Kumpel aus Versehen fallen gelassen, ist mir auf den Fuß gestürzt, der Schuh war kaputt, der Fuß hat ordentlich geblutet, aber der Comic war bis auf so einen kleinen Blutspritzer ziemlich heil und deswegen haben für mich diese Crosskite Dinger halt auch so einen leichten Unkaputtbar Status mit ihren Hardcover Dingern. Was wohl passiert, wenn du diese Dinger gegen ein altes Nokia Handy wirfst, das bestimmt dann so ein Explosionen Atombomben ausmacht irgendwie irgendwie ich glaube auch ja geil ich habe immer das Gefühl wenn alle über Hellboy reden dann reden sie vor allem über das Artwork wie fantastisch es ist und dass es düster ist und so aber so die einzelnen Storys also die Geschichten selbst sicher sind die unterhaltsam und so aber sind die denn auch so richtig geil oder sind die nur gut nee wenn man den Stil mag ich finde ab Siegerwurm also ab Conquererwurm wo er auch Lobster Johnson eingeführt hat und wo Hellboy dann so ein bisschen seine Behörde in Frage stellt ab da wird es cool für mich war es aber meistens eher so Style over Substance und trotzdem wer so ein Fable für palpige Monster Action hat der hat da wenig zu meckern ich finde sogar dass die Storys dann später besser wurden und es gibt ja einen groben Handlungsbogen den man in diesen Hellboy Call of Darkness schon ziemlich verwurstet hat und das nicht unbedingt zum guten sondern unnötig kompliziert da hätte man drei vier Filme gebraucht um diesen Weg zu ebnen weil Hellboy ist eben auf der Suche nach seiner Bestimmung und ähnlich war es mit Mike Mignola der mit dieser Reihe dann auch selber gelernt hat als Storyteller heranzuwachsen also als Geschichtenerzähler jetzt fange ich auch schon an mit Englisch also am Anfang waren das eher so Kurzgeschichten und da hat er dann sich selber quasi das Geschichten erzählen also zumindest die Hellboy Art Geschichten erzählen beizubringen irgendwann kam dann diese legendäre Story der Leichen Namen da hat man dann schon gemerkt oh da passiert jetzt was richtig Großes zwischenzeitlich gab es dann auch ein Crossover mit Batman wo ich nicht fand dass Batman sich so organisch in das Hellboy Universum eingefügt hatte der wirkte wie so ein Fremdkörper aber das Schöne an diesem Zeichenstil ist ich habe einige Bände auch auf Schwarz Weiß in Schwarz Weiß ist es eine andere Leseerfahrung als mit der Kolorierung von Dave Stewart der dem Ganzen dann nochmal eine ganz andere Atmosphäre hinzugibt wenn man das Schwarz Weiß liest dann hat das so ein Piping Crime Style in Farbe hat das nochmal eine ganz andere Atmosphäre also kann man sowohl Schwarz Weiß als auch in Farbe lesen es macht Spaß und McNuller steuert für Cross nicht umsonst seit einigen Jahren da immer die Cover bei egal ob er der Autor ist oder nicht mit dem Ende von der BRPD Storyline war ich nicht so ganz zufrieden aber mit dem Ende das Mike McNuller Hellboy spendiert hat das hat mich halt schön in den Magen getroffen weil da ist er schon relativ kompromisslos mit seinem Charakter umgegangen den er über mittlerweile sind es zwei Jahrzehnte aufgepäppelt hat und groß gezogen hat ohne zu sehr zu spoilern also wenn wir mal nur die Hellboy Kernserie anschauen und nochmal Andis Frage ob die Geschichten auch gut sind oder ob die toll sind oder nur normal gut oder so also ich finde ich finde die tatsächlich sehr gut und natürlich gibt es auch Abstufungen es ist ja aber im Großen und Ganzen finde ich Mike Mignola tatsächlich einen hervorragenden Geschichtenerzähler und hier jetzt auch wieder nicht einfach nur simpel ja Artwork sieht gut aus und Plot ist auch gut sondern wirklich wie er diese Geschichten eben auch erzählt also wieder die Kombination aus Wort und Bild und dabei dann eben auch die Weglassung von Wort also dass er eben auf so einer Comic Seite grafisch eine Geschichte erzählen kann und gar nicht viel dazu sagen muss also hauptsächlich also ich mag seinen Zeichnstil sehr 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 gerne und was du geschrieben hast zwischen Schwarz-Weiß und Kolorierung war für mich tatsächlich auch lange ein Punkt warum ich Hellboy lange nicht gelesen habe weil ich mich nie entscheiden konnte möchte ich die amerikanischen Originale lesen erstens weil Originaltext zweitens weil größeres Format das wäre dann in Farbe oder lese ich die Deutschen etwas kleiner und eben in Übersetzung weil Schwarz-Weiß sieht auch gut aus und da konnte ich mich nie entscheiden und dann habe ich lange nicht wirklich gelesen bis ich mich dann halt auch irgendwann für die ganz großen amerikanischen Ausgaben entschieden habe wo die noch größer sind also diese Omnibus ja genau diese Library Editions heißen die bei Dark Horse diese großen Hardcover halt und ich finde aber hauptsächlich also neben er ist ein toller Zeichner er ist einfach ein hervorragender Designer also sein Seiten Layout ist hervorragend also deswegen seine Cover sind ja deswegen auch so toll also er sehr sehr stark Frank Frazetta beeinflusst der ja hauptsächlich auch als Maler und Buchcover Illustrator und so war und das das merkt man bei Mignola sehr 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 stark diesen Einfluss auch aber er ist eben auch im sequentiellen Erzählen auf der Seite wirklich für mich ein ein Meister also da es ist also Hellboy ist nicht nur schön zum Anschauen wenn wenn das jetzt quasi die der Hintergrund der Frage von von Andi ist sondern es ist tatsächlich auch erfüllend zu lesen und was ich jetzt nicht erwähnt habe also es gibt ja diverse Spin-Offs und bei vielen denkt man auch ja ist unnötig ich habe jetzt bei wenigen Spin-Offs das Gefühl die sind unnötig eher sind die wie so ein Puzzlestück das man dann hinzufügt und dann manche Storys nochmal lesen kann und aus einer anderen Perspektive sieht also das Worldbuilding das er da über die Jahrzehnte betrieben hat das ist auch ziemlich gut geworden und einige Storys haben da alten Storys dann tatsächlich nochmal neue Impulse hinzugefügt oder das Universum erwartet mittlerweile ist er ja in der Phase wo Hellboy so in seiner Jugendphase so ein bisschen erläutert wird oder in seiner Lost-Phase also in seinen Mexiko-Jahren wo er den Tod einer Freundin betrauert hat und dann einige Jahre sich ziemlich besoffen hat und sich nicht mehr daran erinnern kann dass er zum Beispiel an Nacho Leap River der dann gegen diverse Monster gekämpft hat es ist halt einfach auch ein Beweis dass Hellboy ein ziemlich menschlicher Charakter ist aber mein Lieblingscharakter im Hellboy Universum ist dann tatsächlich eher Ape Sapien der so eine gesunde Mischung ist aus Skeptiker und er wird dann irgendwann auch im Verlauf der Story weil er auch wachsen muss so eine Art zweiter besserer Hellboy ich erinnere nur wo Ape Sapien so eine Art Solo-Mission hat und Hellboy fährt so nach denkt ja vielleicht sollte ich dem helfen und in dem Moment wo er die Tür reinkommt steht da ein blutverströmter Ape Sapien mit einer Axt der so ein Wendigo auseinander genommen hat und Hellboy geht so rückwärts wieder raus und denkt so okay ja Ape kommt jetzt allein zurecht das fand ich so einen netten Gag für mich persönlich ist Hellboy auch immer ein gutes Beispiel dafür dass das irgendwie mit den deutschen Veröffentlichungen so gar nicht funktioniert also es gab dann diese kleinen Sammelbänder bei CrossCult die du nicht mehr kaufen kannst dann gab es die Compendion die du nicht mehr kaufen kannst beziehungsweise für horrende Mondpreise und dann kannst du auch bei diesen es gibt ja noch diese Geschichten aus dem Hellboy-Universum Compendion die du auch nicht mehr richtig kaufen kannst ist eine absolute Katastrophe aber was habe ich dann natürlich gemacht ich habe wirklich für ein Apple und ein Ei einmal komplett Hellboy gekauft digital auf Englisch wirklich ich habe vielleicht also ich weiß nicht genau ob das alles von Hellboy ist aber es wird weitestgehend alles sein was es von Hellboy gab vor zwei Jahren oder so für schätzungsweise 40, 50 Dollar gekauft komplett und das ist für mich so ein Zeichen dafür dass das auch nicht unbedingt die einstiegsfreundlichste einstiegsfreundlichste Universum ist ja es gibt sicherlich Solo-Stories zum Anfixen und so aber hier ganz von vorne anzufangen ist soweit ich weiß finanziell quasi unmöglich es gibt bei mir auch so eine Lücke also ich habe viele der Crosskite Titel mir fehlt noch so ein Heft so das erste Weihnachtsspezial von Crosskite das war für mich nicht mehr zu finden ansonsten ist es wie bei jeder Serie es gibt viele Stories die setzen viel Basiswissen voraus aber es gibt dann auch wirklich super losgelöste Stories gerade die jüngeren Jahre von Hellboy also bei Hellboy und die BRPD 1957 oder so da kann man gut einsteigen das zeigt eben also dieses nette diesen netten Balanceakt zwischen paranormale Ermittlungen und schöner Monsterklopperei wie man es eben auch vom Film kennt bei Hellboy da kann man sehen dass der richtige Zeitpunkt für eine Veröffentlichung teilweise wirklich erst kommen muss Hellboy war ja bei Crosskite erst im dritten Anlauf wirklich erfolgreich vor war es ja bei Carlsen die hatten das als erstes gebracht die nächsten in der Reihe waren IEE Comics also von BLAB der Verlag und anderen die hatten es sogar sehr schön als Einzelhefte rausgebracht in bunt und letztendlich kam da wirklich Crosskite mit dem kleinformatigen schwarz-weiß und es war damals schon eine kleine Kontroverse aber letztendlich muss man sagen es hat funktioniert und es hat sicherlich auch dazu beigetragen dass Crosskite sich damals etablieren konnte als Verlag die hatten das Walking Dead und so weiter und so fort aber letztendlich ob das ohne Hellboy funktioniert hätte wir werden es nie erfahren aber ich bezweifle es ein bisschen da war wahrscheinlich der Film mittlerweile raus oder ich weiß nicht genau wie das zusammenfällt aber es kann gut sein der Film kam 2004 also gerade EEE und sowas das war ja noch deutlich vor dem Film und ich weiß nicht genau wann Crosskite dann angefangen hat und wann der erste Film rauskam wie das zeitlich genau zusammenfällt aber generell hat es natürlich den Comics geholfen also dass die Filme rausgekommen sind also allein der Bekanntheit also Patrick hat es jetzt ja auch so beschrieben wenn ich es richtig verstanden habe erstmal durch den Film hauptsächlich kennengelernt und dann zu den Comics gekommen genau und das hat sicherlich auch in Deutschland natürlich geholfen dass da bei Sin City auch nicht anders haben wir ja vorhin auch schon beschrieben hat ja auch eine Tour durch verschiedene Verlage gemacht bis es dann bei Crosskite fest geworden ist ich würde sogar sagen Walking Dead Hellboy und Sin City waren so in der Anfangsphase so eine große Stütze für Crosskite dass sie sich überhaupt halten konnten und deswegen haben sie dann auch zum Jubiläum da diese Geschichten aus dem Hellboy-Universum Bände gebracht die jetzt mittlerweile in der 15. Ausgabe sind ja ist eine schwere Einstiegshöhe aber auf Englisch kann man sich das alles trotzdem gut kaufen wenn man zum Beispiel Band 1 von diesen Geschichten aus dem Hellboy-Universum Band zu Mondpreisen quasi nur kriegt dann kann man sich diese Hefte wirklich bequem im US-Original kaufen für einen Bruchteil des Preises und ich schwank da echt ob ich die langen Storys mehr mag oder die kurzen weil bei den kurzen hat er dann auch irgendwann den Dreh bekommen wie er die gut erzählt und was die Einstiegshürde angeht also zum einen klar dieses dieses Problem der in Übersetzung vielleicht gerade nicht komplett aufgelegt das verstehe ich aber generell halte ich das eigentlich für ein niedrigschwelliges Universum um da einzusteigen gerade dadurch dass eben auch wirklich viel Kurzgeschichte ist und ich kann es auch aus persönlicher Erfahrung sagen ich habe damals als ich aktiver angefangen habe Hellboy zu lesen bewusst eigentlich sogar mal das Experiment gewagt und habe nicht direkt von vorne angefangen sondern habe wirklich so da habe ich halt die amerikanischen Paperbacks gekauft und habe die relativ lose in irgendeiner Reihenfolge mir geholt und gelesen weil ich das mal brechen wollte immer auch so diesen diesen Zwang alles alles immer chronologisch und komplett und sonst kann man es gar nicht richtig verstehen und sowas und das halte ich für eine ganz schlimme Neurose und bei Hellboy finde ich geht es gut da kannst du wirklich ein einzelne Band rausgreifen und viele Leute werden dir auch sagen wenn du das allererste Mal in Hellboy lesen willst dann liest du nicht das erste Paperback sondern liest du das zweite oder dritte ich weiß gar nicht genau so eine Sammlung von von Kurzgeschichten dann eben auch und von daher ist es tatsächlich eigentlich relativ niedrigschwellig du kannst mehr oder minder irgendeinen Band rausgreifen und den lesen und wirst eine gute Abenteuergeschichte eine gut gezeichnete Abenteuergeschichte bekommen und kannst dann noch tiefer einsteigen musst aber nicht zwingen wo ich dann gerade was so Superheldenuniversen was das angeht eher mal davor stehe und mir denke also da würde ich mich jetzt nicht trauen irgendeinen Band rauszugreifen da habe ich dann immer eher das Gefühl da ist noch noch mehr Historie von Nöten weil es natürlich auch noch älter ist und noch mehr Autoren daran gearbeitet haben und bei Hellboy eben doch immer Mike Mignola noch als als Schirmherr selbst die Sachen die er nicht selber geschrieben hat trotzdem immer noch mit mit überwacht selbst wenn Mike Mignola nicht als Zeichner tätig ist es hat irgendwo trotzdem egal welcher Zeichner dran ist irgendwie so seinen Style der durchschimmert und das nicht nur wegen dem Cover sondern einfach weil Mignola wie bei einer Serie einfach als Erstregisseur quasi den Ton angegeben hat und dadurch auch den Stil geprägt hat dem sich die anderen alle mehr oder weniger unterwerfen und auch öfter mal ihren eigenen Stil trotzdem dann ziemlich gut mit einbringen können wo mein Kritikpunkt tatsächlich ist wo ich gesagt habe ja da bin ich nicht mehr ganz so konform bei BRPD da gab es dann irgendwann das Event Hell on Earth und das hat tatsächlich mehr so einem Superhelden Event gegriffen geähnelt und das fand ich dann schade bei einem Helden äh bei einem Comic der am Anfang so schön Independent mäßig ist dass der dann so konventionell wird und das Ende davon hat mich so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen erinnert aber nichts daran dass ich mit dieser Reihe wirklich ja gefühlt mein halbes Leben lang Spaß mit hab und da auch immer wieder wie Andi lose mal immer wieder ein paar Storys gerne lese auch Kurzgeschichten ohne dass ich mich dann nochmal einlesen muss das ist relativ einstiegsfreundlich wenn man es mal mit Batman vergleicht oder mit anderen hellen Serien wo dieses Vorwissen deutlich gravierender ist das man da haben muss ich muss jetzt trotzdem leider du hast es mehrfach aus Versehen BRPD gesagt und bevor irgendwelche bösen Kommentare das heißt auf Englisch BPRD also Bureau for Paranormal Research and Defense oh shit kein Ding ich wollte ich habe jetzt mich so vorgestellt wenn ich den Podcast hören will jetzt haben sie es schon viermal irgendwie aus Versehen falsch gesagt und keiner verbessert wir wissen natürlich dass es BPRD heißt ist das peinlich der Fehler passiert ist schlimm so sollte das jetzt gar nicht wirken ich will es da niemand bloßstellen oder sowas aber das ist jetzt machen sie 100 Folgen Podcast und machen hier so dumme dumme Fehler ja schneid schneid zweimal den Fehler raus sein wirklich ein bisschen kompetenter ich werde die noch extra reinschneiden ja cool danke für die Ausführung zu Hellboy ohne Zweifel eine Serie die ständig überall auftaucht und auch unzählige Fans hat da gibt es hast du mal gehört es gibt auch eine extra Ausgabe von den Jungs von Power Comics zum Hellboy Universum das war das was ich erwähnt hatte von Bizarro und von Ach Mattes da haben sie eine extra Ausgabe dem gewidmet interessant vielen Dank weiter geht es um die bereuchte Superhelden lieber Breedstorm wie sieht es bei dir aus was schießt du heute auf uns ab ich habe euch noch mitgebracht stellvertretend für viele viele andere Comics die ich von Condor gelesen habe die Spinne 156 und 157 und zwar ist das der legendäre Run von Demathis und Zack oder Zack wie wir coolen Leute heute sagen Cravens Letzte Jagd diesen wunderbaren Run habe ich 1988 wenn ich den Internetveröffentlichungen hier glauben darf gelesen und zwar war ich da mit meinen Eltern im Urlaub in Österreich und ja da gab es immer mal was zu lesen damit ich auch schön beschäftigt war und da ist auf jeden Fall dieses Heft mit dem wunderbaren Cover auf mich zugekommen in dem wir den Spider-Man sehen im schwarzen Kostüm wie er durch die Unterwelt schwingt im Hintergrund ist noch Captain America der nicht so richtig viel damit zu tun hatte und aber auch Würmen damals glaube ich bekannt unter der Rattenmann wie sie in der Unterwelt sind und wer kennt es nicht Cravens Letzte Jagd die große Craven Saga der Craven beschlossen hat einmal gibt er sich es noch und er jagt einfach Spider-Man und begräbt ihn einfach lebendig und das ganze Ding ist so düster wie das Kostüm aus dem was später als Venom bekannt sein sollte nämlich gelingt Craven das auch und ja wir sehen lange Zeit Spider-Man wie er in diesen Grab liegt versucht da raus zu kommen gegen den Sargdeckel schlägt gegen das Trommeln dieser afrikanischen Jagdtrommeln die im Hintergrund laufen ankämpft und wie Craven sich einfach die Identität von Spider-Man nimmt und in seinem Kostüm auf Verbrecherjagd geht bloß dass Craven natürlich ein Jäger ist und er scheut sich halt nicht Leute umzubringen und der ein oder andere muss dann natürlich auch ins Gras beißen in diesem Comic wie gesagt auch das ein Comic voller Düsternis die für einen Spider-Man der jahrelang durch ja Stan Lee Kirby Buscema und viele andere immer ein bisschen freudig optimistisch durch die Welt geritten ist abgesehen natürlich vom Tod von Gwen Stacy aber wer war schon Gwen Stacy zu dieser Zeit kannte ich nur Mary Jane und die mochte ich und diese diese ganzen ähm anderen Vorkommnisse die negativ davor gewesen sein mögen auch dass der Kobold durch den Gleiter geschreddert wurde und so weiter das ist mir alles nicht passiert ich hab Spider-Man immer so mit so einem Kostüm Fight in Verbindung gebracht die dann einfach passiert sind mit mit lustigen Gegnern der eine hat ein Aquarium auf dem Kopf und auch Craven hat ein sehr lustiges Kostüm aber wie gesagt in dieser einen Story war er nicht lustig und hat mal richtig Gas gegeben es gibt dann auch eine Szene wo Mary Jane Zeuge wird wie er gegen Verbrecher die sie überfallen wurden vorgeht und da merkt sie schon also dass das ist nicht Peter Parker der in diesem Kostüm steckt und das ganze sehr viel von Angst geprägt aber auch von gruseligen Zeichnungen von Michael Zack der wirklich dann Würmen zeigt wie er Spinnen in sich rein schaufelt eine Hand voll einfach in der Unterwelt abhängt und wirklich ein fieses Ding und das hat gezeigt wirklich hier geht es weiter das ist eben nicht der lustige menschenliebende Spider-Man sondern hier geht es gleich richtig zur Sache das ganze ist natürlich ein paar Mal schon von Panini wieder auferlegt worden zum Beispiel Marvel exklusiv aber auch in eigenen Bänden holt holt euch eine von denen weil die Hefte von Condor die hatten meistens eine sehr schlechte Papier Qualität und ich denke auch die neue Übersetzung wird heute vielleicht ein bisschen besser kommen mich hat es damals natürlich nicht gestört wir hatten nichts anderes aber wenn er wirklich einen der prägendsten Spider-Man Arks so der letzten Jahrzehnte haben möchtet dann seid er mit Cravens letzte Jagd egal in welchem Format super bedient war der Craven mal Teil der Sinister Six ja weil bietet sich ja an es gibt ja jetzt diese ganzen diversen Verfilmungen und so und da Möbius steht jetzt auch ins Haus und so und Craven ist ja immer schon Thema auch für die Sinister Six Verfilmung die irgendwann kommen wird dass genau diese Story sicherlich auch in irgendeine Art von Verfilmung mit einfließen könnte ich denke auch ein Craven Solo Film ist schon länger im Gespräch auch da weiß ich nichts genau ob das vielleicht damit reinfließen könnte Patrick hast du zufällig Infos zu den Verfilmungen am Start zu den Verfilmungen habe ich bisher keine Infos am Start weil das halt von Sony vertrieben wurde und diese Plenarmen die mehrmals verworfen ich denke die warten jetzt erstmal ab wie der Morbius Film und der Venom Film laufen werden bevor sie weiter groß planen aber im Prinzip warten die bestimmt da ums Eck mit dem Venom Universum wie sie das Ganze aufziehen können und ob sie dann Tom Holland irgendwann als Spider-Man wieder zurückkriegen damit sie da Solo ihre Spider-Man Filme kriegen ich würde sogar sagen wenn sie den neu interpretieren werden sie es wahrscheinlich um das Kostüm nicht ganz so albern wirken zu lassen eben so ein bisschen aufziehen wie den Tiger King würde ich fast sagen weil weil dieses alte Kostüm das kannst du heutzutage so nicht mehr bringen auch den Vulture den Hamse irgendwie modernisiert hast du die Condor-Bände gelesen Andi ne also ich hab relativ wenig Superhelden ja gelesen also ich bin ja gleicher Jahrgang wie Breedstorm aber ich hab auch ja auch zu der Zeit immer mal wieder genauso wie du es auch vorhin beschrieben hast im Supermarkt irgendwie so mal mal ein Heft mitgenommen und mal gelesen aber ich hab das nie wirklich verfolgt also ich hab nie wirklich eine Reihe gelesen nicht fortlaufend gelesen also wirklich nur ganz vereinzelte Hefte und dann hier mal es gab ja diese verschiedenen Formate es gab ja eben Taschenbuch also ich hab mal so ein altes Batman Taschenbuch und so ein altes Recher Taschenbuch und dann die Heftreihe und dann eben diese etwas größeren Magazine und Alben also ich hab auch so ein paar Todd McFarlane Spider-Man Alben im Regal wo ich jetzt gar nicht genau weiß von welchem Verlag die damals war aber es muss auch so Anfang der 90er gewesen sein als die rausgekommen sind also da kannte ich McFarlane schon das heißt ich hab schon Spawn gelesen das heißt es muss irgendwie so Anfang der 90er gewesen sein wo die alle nochmal neu aufgelegt wurden willkommen zurück aber ja also wie gesagt ich bin nicht wirklich tief in so längeren Storylines oder irgendwie so drin und Cravens Last Hunt ist als Titel ist es mir ein Begriff ich könnte mich aber nicht erinnern das gelesen zu haben ich hab den Band gelesen in einer der Neuauflagen fand sogar diese Story die haben sie ja später nochmal versucht irgendwie zu kopieren mit diesen Doc Ock Spider-Man-Hybrid den viele einfach nur Spock nennen wo Doc Ocks Geist mit Spider-Man verschmolzen ist und er dann versucht der bessere Spider-Man zu sein das ist im Prinzip dasselbe nur eben schneller abgeschlossener für die damaligen Verhältnisse war das schon eine heftige Spider-Man Storyline die ein bisschen mit diesen ja mit diesen jugendlichen Charme abgeschlossen hat und das echt mal eine düstere Richtung gebrochen hat das Bild wie der Spider-Man in schwarzem Kostüm aus dem Sarg steigt das hat jeder mal gesehen egal ob er den Comic gelesen hat oder nicht das ist ikonisch das haben wir alle irgendwo mal in den Medien zumindest gesehen und ich mag die Storyline die ist halt ein Kind seiner Zeit also die muss man das sehen aber es liest sich trotzdem ziemlich gut auch in der heutigen Zeit deswegen ja ich finde du hast das gut rauskristallisiert das hier auf einmal da mit dem heiteren Spider-Man gebrochen wurde wenn er da mit dem Tod kämpft eben sagt das sind schon üble Bilder die du nicht unbedingt einem vierjährigen Kind zeigen willst aber hier in diesem Band ist für mich auch zum ersten Mal Craven nicht nur als so bloße Karikatur und Witzfigur in Erscheinung getreten sondern auch als taktischer Gegner mit dem man es sich nicht unbedingt verscherzen sollte beziehungsweise der nicht zu unterschätzen ist davor war es halt echt immer so dieser Comic Relief Jäger der ein bisschen wie Emma Fudd daherkam und nie wirklich getroffen hat prima das ist unser Ausflug zu Marvel wir hatten DC wir hatten Marvel wir hatten diverse andere Superhelden hier also Power Rangers vielen Dank jo Andi du bist an der Reihe jetzt werden wir wieder ein bisschen independent It's a good life if you don't weaken a picture novella by Seth erschienen erst mal in in Fortsetzung in den Jahren 1993 bis 96 Seth kanadischer Zeichner Autor Cartoonist im bürgerlichen Namen Gregory Gallant hat die Comicreihe Palookaville in der in der in Fortsetzung seine längeren Geschichten rausbringt und eben in den Ausgaben Palookaville zwischen 93 und 96 hat er in Fortsetzung It's a good life if you don't weaken abgedruckt und 96 ist dann auch der erste Sammelband erschienen auf Deutsch ist es bei der Edition 52 erschienen und auch noch zu kriegen auf Deutsch so wie ich das jetzt in meiner Recherche gesehen habe ansonsten natürlich auch englische Ausgaben sowieso immer in Druck denn das ist ein Comic der gerne auch mal auf so besten Listen gelandet ist und irgendwann auch bei mir gelandet ist und das habe versucht rauszufinden wann ich mit denen das erste Mal geholt habe ich kann es nicht mehr exakt sagen aber es müsste irgendwann so in den frühen 2000ern gewesen sein also so in den letzten 15 irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren wahrscheinlich es ist ein ja eher Independent Comic also ganz anders gestaltet auch als Mr. Punch jetzt vorhin es ist sehr klassischen cartoonigen Stil auf etwas gelblichem Papier und als einzige Farbgebung ist so ein grün gräuliche Schattierung noch den den schwarz-weiß Zeichnungen mit zugegeben auch hier eine eine pseudo autobiografische Geschichte es geht um den Zeichner Seth der etwas aus der Zeit gefallener Typ ist der einen großen also die Geschichte spielt dann eben auch so in den 80er Jahren ich wollte jetzt gerade sagen so in den 90er Jahren aber ich glaube es ist sogar eher in den 80er Jahren wo die Geschichte einsetzt und sich dann über einen Zeitraum von zwei drei Jahren oder so hinzieht aber Seth hat eine große Faszination für eher die frühen Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts die 40er 50er Jahre Was Kleidung Architektur Design und das alles angeht da fühlt er sich sehr stark hingezogen und er lebt eigentlich so komplett für das Dasein als Comic Zeichner und Comics und Cartoons sind seine große Leidenschaft er ist ständig in irgendwelchen Gebrauchbuchhandlungen auch unterwegs und sucht dort nach Büchern mit Nachdrucken von alten Cartoons Und bei dieser Beschäftigung stößt er irgendwann über einen Cartoon von einem Zeichner, der seine Cartoons mit dem Namen Carlo unterschreibt. Und irgendwas an diesem Cartoon erweckt sein Interesse und seine Faszination dafür. Und dann ist er ab dem Zeitpunkt immer auf der Suche nach weiteren Cartoons von diesem Künstler, der in der Zeitschrift New Yorker, ist ja eine große amerikanische bekannte Zeitschrift, die auch Cartoons abdruckt. Also als Cartoonist im New Yorker veröffentlicht worden zu sein, ist eine große Ehre. Es gibt, also jetzt auch tatsächlich im wahren Leben, es gibt große Bücher mit Sammlungen von New Yorker Cartoons über die Jahrzehnte. Und Seth in diesem Comic ist fasziniert davon, dass er auch so eine Sammlung findet und viele Cartoonisten mit mehreren Cartoons aus dem New York dort vertreten sind und von Carlo aber irgendwie nur dieser eine Cartoon zu finden ist. Und da entwickelt er dann so eine Obsession auch damit rauszufinden, warum gibt es nur diesen einen Cartoon im New Yorker von ihm? Und wer war dieser Carlo? Und er findet dann auch weitere Cartoons in anderen Publikationen, in anderen Zeitschriften, in anderen Büchern von Carlo, aber nie so richtig viel. Und er erfährt auch nicht so viel über ihn. Und er weiß auch nicht, Carlo scheint jetzt nicht wirklich sein echter Name zu sein. Wer ist vielleicht der Mensch dahinter? Und warum gibt es so wenig von ihm? Und es zieht sich dann so ein bisschen, wie gesagt, über ein paar Jahre. Seine Obsession ebbt dann auch irgendwann ab. Zwischendrin findet er auch mal raus, wer dann dieser tatsächliche Mensch ist und findet raus, dass der im gleichen Ort gelebt hat, wo Seth als Kind auch aufgewachsen ist. Und er reist dann auch hin und versucht Verwandte zu treffen. Gegen Ende trifft er dann die Tochter und die Mutter auch von Carlo. Und zwischendrin, wir haben über Seth mal kurz gesprochen, als der Breedstorm Fuck von Joe Matt vorgestellt hat. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass Joe Matt, Chester Brown und Seth sich auch gerne mal immer wieder in ihren Comics jeweils mit drin haben. Also Chester Brown ist auch eine Figur in It's A Good Life If You Don't Weak. Das ist ein Comiczeichner-Freund, mit dem Seth sich dann auch immer wieder austauscht. Zwischendrin geht Seth dann auch mal eine Liebesbeziehung mit einer Frau ein, die er dann irgendwann auch nicht mehr fortführt. Und all das sind auch Themen, die in diesem Comic also verhandelt werden. Also das Dasein als Comiczeichner und auch diese komplette Obsession und dieses Verschreiben an die Kunst, auch auf Kosten von sozialen Kontakten und von persönlichen Beziehungen. Also diese Beziehung zu der Frau scheitert eben auch daran, dass Seth eigentlich sich nicht so richtig auf sie einlassen kann und sich nicht so richtig auf ihre Themen einlassen kann, sondern dass er eigentlich nur dafür lebt, jetzt seit diesem Cartoonisten Carlo irgendwie hinterher zu jagen und sich nur mit alten Cartoons und solchen Dingen beschäftigt und keinen richtigen Blick dafür hat, was in der modernen Welt abgeht und was Menschen in seinem Umfeld auch umtreibt und was diese beschäftigt. Und dieses reflektiert er aber auch. Also er spricht es auch aus und denkt darüber nach, was ist mit mir eigentlich falsch und warum bin ich eigentlich so und warum kann ich nicht so richtig mit anderen Menschen? Und auch das ist etwas, was ihn an dieser Figur Carlo dann so interessiert. Da ist ein Cartoonist, der auch was konnte, der auch im New Yorker veröffentlicht wurde, was ein großes Ding ist, aber irgendwie hört das auch auf. Also es gibt kein großes Oeuvre von diesem Carlo, der wird nirgendwo besprochen, man kennt ihn nicht wirklich, man findet nicht viele Cartoons von ihm, man muss da schon sehr auf die Jagd gehen und dann eben auch im Gespräch mit Familienmitgliedern, eben mit der Mutter, mit der Tochter von Carlo, also Carlo ist verstorben, da findet er auch raus, dass es also tatsächlich auch ein Leben jenseits des Comiczeichnens gibt und auch ein Leben nach dem Comiczeichnen gibt. Also stellt sich heraus, Carlo kam aus Kanada, ist dann auch irgendwann nach New York gezogen, hat dort als Cartoonist gearbeitet, ging dann aber wieder zurück nach Kanada, hatte Familie, hat dann ein ganz anderes Business betrieben, war dann im Immobiliengeschäft tätig, hat ab und zu mal was gemalt, also es gibt dann mal ein Bild von ihm, aber seine Familie hat seine Cartoons eigentlich auch, also die Tochter hat niemals irgendwelche Cartoons von ihm überhaupt nur gesehen, also die gab es in dem Haushalt anscheinend auch nicht. Die Mutter erzählt, sie hatte davon mal ein Album, wo sie das alles gesammelt hat, aber das ist dann halt auch irgendwann mal verloren gegangen und so. Und für diese Familie ist eben Carlo nicht der Cartoonist, so wie er für Seth ist, sondern es war eben der Vater, es war der Sohn. Und das spiegelt also quasi so das Leben von Seth wieder, so dieses, wer bin ich? Ich definiere mich darüber, Comiczeichner zu sein und mich mit Comics zu beschäftigen, aber es gibt andere Menschen, die das anders machen. Und es gibt also Comiczeichner, die ich als auch Comiczeichner total toll finde und von denen ich denke, die hätten doch viel mehr Ruhm ernten können und so, aber die haben irgendwann, ich sag's mal bloß, also den Absprung geschafft. Die haben irgendwann noch ein anderes Leben angefangen. Für die war das Comiczeichnen eine Episode in ihrem Leben, wo sie auch gewisse Ziele hatten und die auch erreicht haben, aber haben dann auch was anderes gemacht und sind nicht als Comiczeichner gestorben. Also ich finde dieser Titel It's a good life if you don't weaken, der hat auch schon sowas Melancholisches, ein bisschen was Poetisches und das macht dieser Comic eben auch so. Und auch hier wieder, als ich den jetzt wieder gelesen habe in Vorbereitung auf die Folge, auch seit ein paar Jahren nicht gelesen, auch hier wieder kam sofort wieder alles hoch, was ich beim Erstlesen hatte. Das ist einer dieser Comics, wo ich beim Erstlesen, ich erinnere mich auch sehr gut, wo und auf welcher Couch ich da saß, als ich den das erste Mal gelesen habe, wo ich genau dieses Gefühl hatte, das ist der Grund, warum ich Comics lese. Das hatte ich in meinem Leben so mit verschiedenen Comics, die ich genau benennen kann, wo ich beim Lesen zu mir selbst sage und weiß, das ist der Grund, warum ich Comics lese, weil solche Geschichten irgendwann mal dabei dann bei mir vorbeikommen. Ich bin großer Fan des Cartoon-Stils, also er hat eben auch so einen archipelischen, anachronistischen New Yorker Cartoon-Stil. Seth ist tatsächlich auch so ein Typ, wenn man Bilder von ihm sieht, der sich etwas altmodisch kleidet, mit Hut und Mantel, eher eben so aussieht wie jemand aus den 40er, 50er Jahren. Und der Comic präsentiert einem diese ganze Carlo-Geschichte und diese Carlo-Cartoons auch, als wäre es real. Also mir war beim Erstlesen auch nicht klar, dass das nicht wirklich autobiografisch ist, also dass nicht Seth die Geschichte erzählt, wie er dem Cartoonisten Carlo hinterhergejagt ist, sondern dass das auch, dass das Erfindung ist. Also Carlo gibt es nicht. Im Anhang des Buches gibt es tatsächlich die Cartoons von Carlo, die sind hinten mit abgedruckt, auch so ausgerissen aus Zeitung quasi. Da sind dann noch so Artikel neben mit dran oder Cartoons von anderen Menschen. Aber das ist alles von Seth selber gezeichnet. Also Seth hat diese Figur erfunden, hat diese Cartoons erfunden. Und das wird einem aber in dem Buch selber so nicht wirklich präsentiert. Also man könnte das glauben. Und ich habe das, glaube ich, auch geglaubt beim Erstlesen. Ich habe das dann erst später erfahren. Mir ist das nicht so richtig klar geworden, dass der Zeichenstil doch sehr ähnlich ist zwischen den Carlo-Cartoons und den Seth-Zeichnungen. Also wie gesagt, ist auch, ich glaube wahrscheinlich vom Comics Journal von Fanta Graphics war wahrscheinlich irgendwelche Solisten, besten 100 Comics des 20. Jahrhunderts oder irgendwie sowas. Da taucht dann eben sowas auch mit auf Seth, einer der großen kanadischen Cartoonisten. Wenn der Comics Salon stattgefunden hätte in Erlangen, wäre Kanada wieder quasi Gastland gewesen. Es gab ja diese Gratis-Zeitung, die da zusammengestellt wurde. Die habe ich mir mal schicken lassen. Da ist auch über Seth was mit drin. Es gibt auf dem, ich glaube, auf dem YouTube-Kanal vom Comics Salon gibt es ein Interview mit Seth, das, ich denke, Lars von Törne geführt hat. Also eventuell, für mich deutet das alles so ein bisschen darauf hin, dass Seth vielleicht sogar auch gekommen wäre zum Comics Salon. Das hätte ich natürlich sehr gerne erlebt. Vielleicht passiert das ja auch noch, weil eben dieser Comic, deswegen natürlich auch in dieser Folge einer, der ist, die mir sehr, sehr viel bedeuten, die mir, also diese Melancholie und auch so ein bisschen dieses Nachdenken so über das eigene Dasein und die Kommunikation mit anderen Menschen oder auch die Nicht-Kommunikation oder generell so wie, was für Beziehungen baue ich auf mit anderen Menschen und warum funktioniert das mit manchen und mit manchen auch nicht und Obsessionen, denen man nachgeht und in denen man sich dann eventuell auch verliert auf Kosten von Beziehungen zu anderen Menschen und aber auch dabei eben eine hohe Selbstreflexion, also dieses auch immer selber Wissen, dass man vielleicht irgendwas gerade falsch macht, aber auch nicht anders können und so dieses auch Hinterfragen, warum bin ich eigentlich so und aber ich weiß das doch auch und trotzdem kann ich es nicht ändern. Das ist dann auch so ein Loop irgendwie im eigenen Kopf, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wäre so ein bisschen, also man sagt vielleicht auch gerne Slice of Life mit ein bisschen mehr Hintergrund. Toll gezeichnet, wie gesagt, in so einem independent cartoonigen Stil, schön gestaltet. Also Seth ist ja auch für seine Gestaltung bekannt, also der zeichnet natürlich seine eigenen Comics, aber gestaltet auch Bücher. Zum Beispiel die Peanuts Gesamtausgabe bei Fanta Graphics hat er die Gestaltung gemacht, die Cover etc. für alle Bände. Also auch er ähnlich wie Dave McKean, aber in einem ganz anderen Medium und in einem ganz anderen Stil einfach ein toller Designer. Von mir natürlich, sonst wäre es nicht in dieser Folge eine sehr, sehr starke Empfehlung. Wie sieht es denn aus? Das ist jetzt absolut durch und durch Meta, das Ding. Habe ich richtig verstanden? Also es sind ja diverse Metathemen drin in dem Teil. Es ist ja Kanadier, kriegen wir auch so eine Art Einblick in die kanadische Comicszene? Also es geht nicht sehr tief in die kanadische Comicszene. Also natürlich Jess Brown, wie gesagt, ist eine Figur in dem Comic. Er beschäftigt sich dann mehr wirklich so mit dieser New Yorker Cartoon Szene, weil es ausgehend ja eben von der Zeitschrift The New Yorker ausgeht und dann aber eben auch mit, ja, wie war das, wenn man damals Cartoonist war, dann hat man eben in New York gelebt. Dann musste man eigentlich schon quasi nach New York ziehen, um eben dort mit den entsprechenden Verlagen auch zusammenarbeiten zu können und die Publikationen, die eben alle von New York aus verlegt wurden und das eben für eine Zeit lang zumindest für ihn auch so dieses Geheimnis ist, wie hatte dieser Kanadier das denn gemacht und er dann auch rausfindet, der hat dann tatsächlich auch eine Zeit lang in New York gelebt, bis er wieder nach Kanada zurückgegangen ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, es ist, wie gesagt, es ist so Mitte der 90er grob erschienen. Wie groß war die kanadische Szene tatsächlich Mitte der 90er? Also so aus meiner Wahrnehmung und das mag jetzt wieder auch so ein Jahrgangsding sein, weil Mitte der 90er für mich einfach auch so ein großer Zeitraum ist, wo ich mich dann mit englischsprachigen Comics auch viel mehr beschäftigt habe, als ich dann auch der Sprache wirklich mächtig war und auch einen Comicladen gefunden hatte, der US-Comics da hatte. Da sind eben solche Namen wie Seth und Jomet und Chester Brown sind eben so die Ersten, die für mich da eine Rolle gespielt haben. Ich kann gar nicht wirklich groß was sagen, wer sind eigentlich kanadische Zeichner da vor dieser Generation. Da bin ich dann auch nicht wirklich tief drin. Also seitdem dann jetzt eben auch wieder mehr, die Tamaki-Schwestern und Jeff Lemire und natürlich diverse andere. Dann gibt es natürlich noch den französischsprachigen Bereich auch noch, der mir nicht so erschlossen ist, weil ich der französischen Sprache dann wiederum nicht mächtig bin. Aber ja, also von daher, dass man jetzt wirklich was über die kanadische Comics-Szene erfahren würde, das ist nicht so wirklich Thema des Buches. Also ich vermute ein bisschen, keiner von euch hat zum einen diesen Comic gelesen oder überhaupt was von Seth gelesen. Ja. Ja. Das ist aber auch wirklich was, das, wie du schon selbst sagst, du hast beim ersten Mal nicht verstanden, dass die Comic-Ebene wirklich nur eine Comic-Ebene, also eine fiktionale Ebene ist, sondern nicht Teil irgendwie biografisch. Was, wo man offensichtlich auch eine gewisse Erfahrung braucht im Bereich Comics lesen. Das macht man, das ist also nicht so ein richtiger Einstiegs-Comic, wo ich mich dann, also erhofflich offensichtlich aus den genannten Gründen geprägt, aber jetzt nichts, was du als kleiner Steppke vielleicht schon irgendwie, ne, sag ich mal. Also ich war ja auch kein Steppke mehr, als ich ihn gelesen habe. Also ich war dann ja dann doch schon irgendwo Richtung 30 wahrscheinlich, als ich den gelesen habe. Und ja, also klar, also das ist kein Comic, der mich in meiner Kindheit geprägt hätte. Also da ist dann eher sowas wie Spirou und Fantasio zu nennen oder eben das Yps-Heft auch. Aber ein Comic, der mich in der Phase auch wahrscheinlich gekriegt hat, wo er mich besonders stark angesprochen hat, ob seiner Thematik und auch seiner Stimmung und auch vom Zeichenstil her. Also alles, was ich jetzt vorhin über Dave McKean beschrieben habe, ich lese nicht viele solche Comics, die gestaltet sind wie Dave McKean Comics, also in dieser Üppigkeit und diesen multimedialen Gestaltung, sondern ich mag ja tatsächlich cartoonige Sachen eigentlich. Ich habe, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass ich so sehr realistisch gezeichnete Sachen mich gar nicht so sehr ansprechen, dass ich es ja schon mag, wenn so ein Cartoon-Einschlag oder auch so ein Animationseinschlag mit drin ist. Und auch so klassische Zeitungscartoons finde ich sehr, sehr interessant und sehr spannend. Also von daher hat mich Seth auch da sehr stark angesprochen. Also weil du gesagt hast, kein Einstiegskomic für Kinder, ja. Für einen erwachsenen Menschen würde ich das durchaus auch als ersten Comic in die Hand drücken. Also da hätte ich jetzt keine Angst, dass da irgendwelche Hürden oder Berührungsschwierigkeiten bestehen könnten. Breedstorm ist es was für dich? Also generell diese Phase der Mitte-90er-Comics spricht mich schon an. Ich hatte jetzt bislang noch keine Berührung mit Seth. Das ist einfach so. Aber nachdem ich letztes Mal auch einen ihm bekannten kanadischen Zeichner vorgestellt habe, steht das auf jeden Fall mal auf der Liste, zumindest mal in eins reinzuschauen. Okay. Und Patrick, wie sieht es bei dir aus? Ich mag die Meta-Ebene. Klingt für mich auch interessant. Also ich hätte auch Bock, das zu lesen. Wenn ich da mal den ersten Band oder so sehe. Habe ich mir jetzt mal auf meine große Liste gesetzt. Okay, alles klar. Dann werde ich jetzt mal hier einen kleinen Ausflug machen zu den Diggeducks. Und die Diggeducks, das sind drei Figuren, die sind in den Mosaik-Comics erschienen. Und da dachte ich mir, ey Mosaik, das kennst du doch. Das hast du doch irgendwo gesehen. Das gibt es bis heute irgendwie irgendwo zu kaufen. Und das sind ja so drei Hanseln. Und die erleben irgendwelche Comic-Geschichten in geschichtlichen, historischen Zusammenhängen und so. Aber ich kann so viel sagen an alle da draußen, die denken, die Diggeducks, Mosaik, das ist mir doch ein Begriff. Wahrscheinlich dann doch so nicht ganz. Denn die Diggeducks sind nicht die Figuren, die wir aktuell in den Mosaik-Comics kennen. Kurzer Rückschritt, beziehungsweise also auch Einordnung dessen. Mein Vater war Mosaik-Fan, ist in den neuen Bundesländern, beziehungsweise in den DDR aufgewachsen. Und da war halt einfach Mosaik das Ding. In den 70ern war es, glaube ich, sind dort diese Mosaik-Comics auch schon erschienen. Und er hat das einfach total gesammelt. Genau, die Diggeducks, die gab es von 55 bis 75. Und das waren die Haupthelden dieser Mosaik-Reihe. Und mein Vater hat das gesammelt. Der hat sich kleine Heftchen gegönnt. Und ich kenne diese kleinen Heftchen. Die hat er in großen Konvoluten, bis heute glaube ich, noch irgendwie in seinem Bettkasten. Und irgendwann auch mal ist er auf die glorreiche Idee gekommen, diese Sammlung an Comics, die er wahrscheinlich seitdem auch nicht einmal wieder in der Hand hatte, großartig, außer vielleicht nur, um sie seinen Söhnen zu zeigen, hat er dann so richtig sauber gelocht und auf so einen Hefter gepackt. Und seitdem liegen die da rum. Und seitdem sind die quasi Papiermüll. Die Dinger sind nämlich inzwischen, wenn man die noch in einem halbwegs vernünftigen Zustand hat, extrem teuer. Also die sind richtige Sammlerstücke. Und die gehen teilweise für richtig, richtig, richtig viel Geld auch weg. Also bei Ebay sind die vor gar nicht allzu langer Zeit auch verkauft worden. Da kann man nämlich für, sind das 2012 oder so? Ich versuche das gerade rauszusuchen, damit ich da jetzt keinen Quatsch erzähle. Wer also noch Ausgaben hat, der ersten 89 Nummern, der sollte mal unbedingt gucken, welchen Zustand die haben. Denn die Nummer 1 von 55, wenn man die noch in einem halbwegs guten Zustand hat, die ist wohl 2012 für 6.605 Euro verkauft worden. Also die Dinger haben den richtigen Sammlerwert. Und sollten wir doch vielleicht noch mal auf die Inhalte der Diggeducks zu sprechen kommen. Denn die Diggeducks, die wohlgemerkt eben nicht dieselben Figuren sind, wie wir sie aktuell in dem Mosaik haben. Denn da sind die Abrafaxe drin, nicht die Diggeducks. Ist eben was anderes. Die Diggeducks, das sind so drei Figuren, die werden uns als Kobold präsentiert, zumindest laut Beschreibung auf Wikipedia. Und die erleben schon tatsächlich so Geschichten. Und ich habe mir da gedacht, irgendwann schenkst du deinem Vater mal was Gutes. Habe dann nach den Diggeducks gesucht und gemerkt, okay, da gibt es Neuauflagen. Und habe ihm Neuauflagen geschickt, kleine Hardcover zu einer sogenannten Orient-Serie. Denn die komplette Zeit der Diggeducks, die übrigens von Hannes Hegen stammen, Hannes Hegen wiederum, das ist ein Künstlername. Eigentlich ist Hannes Hegen Johannes Hegen-Barth. Und der hat die damals erschaffen, hat die veröffentlicht. Und das waren ganz coole, kleine Geschichten. Inzwischen ist es übrigens so, dass der komplette Mosaik-Comics mit den Abrafaxen gefüllt wird. Und die Diggeducks selbst, die sind irgendwann quasi ausgelaufen. Um es kurz zusammenzufassen, ich habe mich da mal ein bisschen belesen. Irgendwann war ihm das einfach alles zu viel. Das war sehr viel Aufwand und sehr viel Arbeit, das alles zu veröffentlichen. Und er hätte gern weniger Ausgaben pro Jahr gemacht. Der Verlag wiederum wollte mehr Ausgaben und so kam es letztlich zum Bruch. Die Rechte an den Diggeducks lagen bei Hegen, dem ursprünglichen Autoren und Erfinder. Aber Mosaik brauchte auch letztlich so ein bisschen die Einnahmen aus der Comic-Reihe, die auch andere Serien beim Verlag refinanzieren oder querfinanzieren musste. Und so gab es dann eben irgendwann den Bruch, dass dann neue Figuren geschaffen werden mussten. Sie sehen den ursprünglichen Figuren schon sehr ähnlich. Da ist auch ein Rotschopf dabei, ein Blondschopf und eine schwarzhaarige Figur. Die sind aber doch ein bisschen anders, ja auch designt, ein bisschen moderner designt. Und ich dachte ursprünglich, das wäre so ein bisschen wie bei, keine Ahnung, Donald Duck. Ja, Donald Duck hat im Laufe der Jahre auch einige Redesigns mitgemacht. Und ich habe gedacht, so wäre das. Aber nein, das sind schon andere Figuren. Und ich habe jetzt hier mal einen genauen Blick in diese Originalserie geworfen von Hannes Hegen, der inzwischen auch leider verstorben ist. und habe hier eben in diese Orient-Serie reingeschaut. Und die zeichnet sich einfach durch ein paar ganz besondere Sachen aus. Diese dicke Duck, das sind eben so drei Figuren, die werden in verschiedene geschichtliche Settings geworfen und erleben dort Abenteuer. Und ich habe jetzt den ersten Band dieser Orient-Serie gelesen, in der geht es quasi darum, dass ein Sultan von seinem Schatzmeister bestohlen wird. und dieser Sultan rauskriegen muss, oh, wo geht mein ganzes Geld hin? Und dann muss da quasi so eine Art, recherchiert er letztlich, wo ist das Geld hin? Und die Dicke Ducks helfen ihm dabei. Man kann schon ganz konkret sagen, dass die einzelnen Dicke Ducks in der Form, also ob das jetzt drei Dicke Ducks sind, die dem helfen, oder wenn es nur eine Figur gewesen wäre, ist völlig egal, weil letztlich haben die in dieser Serie, also die tauchen schon auf und es sind irgendwie auch die Protagonisten, aber die sind absolut komplett austauschbar. Sowohl, weil alle drei irgendwie jetzt keine Besonderheiten aufweisen als ihre eigene Haarfarbe. Als auch, dass die, naja, also wie gesagt, das hätte auch eine Figur alles erleben können, es hätten keine drei sein müssen. Das Ganze ist irgendwie so eine Art Cartoon, also Cartoon nicht gezeichnet zumindest. Ich weiß nicht, ob ich es einen Funny nennen würde, es hat schon sehr viele von diesen Funniesken Zügen. Es liest sich sehr nett weg. Es ist aber auch nicht weiter, also da ist jetzt kein großartiges Highlight drin, es ist halt eben so eine Geschichte, die im scheinbar Orient stattfindet. Wenn man hier sehr kritisch rangeht, dann würde man sicherlich auch viele über Klischees kritisieren, man würde vielleicht sogar rassistische Züge auch entdecken können. Also ich bin da nicht in der Lage, das einzuordnen, aber natürlich haben alle Männer Bärte, ist klar, ja, und tragen alle Turban und so. Aber dass da jetzt einer besonders negativ dargestellt wäre oder so, keine Ahnung, die Frauen haben über weite Strecken irgendwelche Formen von Schleiern und Gewändern und so. Das bin ich jetzt nicht in der Lage einzuordnen. Fand das jetzt ich persönlich jetzt nicht weiter störend, aber wer bin ich da jetzt irgendwie in einem Urteil zu fällen? Es ist sehr flächig koloriert und das eigentlich Interessante an der Geschichte ist ja, im Vergleich zu Comics, wie wir sie heute kennen, die Sprechblasengestaltung. Wenn man sich die Sprechblasen mal anschaut, die finden nämlich nicht im eigentlichen Bild statt, denn scheinbar war es damals nicht unbedingt en vogue, wenn nicht sogar staatlich beschränkt, wo und wie Sprechblasen stattzufinden haben. Es war also nicht so, dass Protagonisten irgendwas machen und dann wird da quasi aus im Bild die Sprechblase platziert. Sie wird quasi am unteren Rande des Panels präsentiert. Das ist also wie so ein Balken, ein Textbalken, der wiederum untergliedert ist in verschiedene Bereiche und in jeder Bereich ist einer Figur im Bild zugeordnet. Und wiederum mit einem kleinen Strich, so einem ganz, ich weiß nicht genau, wie dieser Fachbegriff ist, für die Erweiterung dieser Sprechblase, quasi zur Sprechblase führt und in dem Fall eben die Verbindung zwischen Figur und Sprechblase herstellt. Und das Ganze, ja, ist ein bisschen irritierend, weil man sich, also ich arbeite mich da doch eher durch die Sprechblasen und wirf dann immer mal nur einen Blick ins Panel, ins Bild selbst. So ist es schon eine ganz, es ist einfach nicht so verwoben, wie ich das heutzutage kenne, aber man gewöhnt sich an diese Art des Lesens. Das Ganze sorgt aber auch dafür, dass man teilweise das Gefühl hat, okay, hier sind auch Sätze und Sprechblasen drin, die sind sinnlos. Also keine Ahnung, irgendwas passiert und scheinbar war noch Platz unten in diesem Sprechblasenbereich frei, also muss die Taube am Rand halt jetzt auch noch was sagen. Weißt du? Und dann sagt die halt auch noch was. Und teilweise ist es ein bisschen, es ist einfach auch keine moderne Sprache mehr. Ja, weißt du, das sind also Dinge, das Ding stammt wie gesagt, weiß nicht, irgendwann zwischen 55 und paar und 70 ist es erschienen, das habe ich erwartet. Es ist aber trotzdem noch unterhaltsam, ich muss mich jetzt nicht durchquälen oder so und ich gehe davon aus, dass da auch bis heute noch ein Interesse besteht. Ich denke, ich werde auf jeden Fall noch die beiden Folgebände der Orient-Serie lesen und ja, ich kann verstehen, dass mein Vater da ein gewisses Interesse für aufbringen konnte. Das Ganze erscheint inzwischen beim Mosaik-Verlag, also es gibt selbst einen Verlag dafür und soweit ich weiß, ist diese Auflage der Mosaik-Häftchen auch enorm. Bis heute gibt es wahnsinnig viele Abonnenten davon und soweit ich weiß, haben die sogar selbst das Mickey-Maus-Magazin inzwischen überholt, was die Auflagenstärke angeht. Da gab es vor einigen Jahren mal eine Meldung und sagen wir so, das freut mich, denn inzwischen ist das Ganze, das sind Hefte, die sind sehr, einfach modern kommen die jetzt daher. Ich habe ja auch eine gewisse Auswahl aus 2017 und 18 an Mosaik-Häften, die jetzt gerade mal exemplarisch vor mir liegen. Da trifft man dann auf Luther zum Beispiel, der dann da irgendwelche Dinge in Worms macht und so und das ist auch noch ein bisschen moderner auch gezeichnet. Das sind eben inzwischen auch die Abrafaxe, die ihre Abenteuer hier erleben und das Ganze kostet irgendwas hier, 2,80 Euro haben die 2018 gekostet. Keine Ahnung, wie da die Preislage inzwischen ist. Gibt es also immer noch, gibt auch diverse Sammelbände, weil all diese, wenn man so will, Arcs, die da erschienen sind, werden eben in Sammelbänden wieder aufgelegt und genauso ist es hier eben auch bei den Sachen von Hannes Hegen, die es bis heute gibt. Die man kaufen kann, die nett sind, eine nette Zerstreuung und vielleicht, also ich hätte fast gesagt, irgendwie auch eine Möglichkeit sind, sich geschichtlich zu bilden, aber letztlich ist es komplette Fiktion. Man kriegt vielleicht eher so einen Eindruck davon, wie man sich zu DDR-Zeiten den Orient vorgestellt hat, weil letztlich konnte ja keiner hinreisen und mal nachgucken. Also es war dann schon vielleicht auch einfach eine Form von Eskapismus, die man damals geboten hat, die, äh, ja, naja, vielleicht auch wirklich nicht mehr so ganz so zeitgemäß ist. Yo, das kann man da glaube ich sagen. Es ist halt recht schade, dass die A-Dicke Dags so komplett austauschbar waren in dem Band. Also vielleicht ist es in anderen Bänden anders, aber ich kann nicht verstehen, warum es drei sein müssen und ich weiß auch noch nicht so genau, wo die individuellen Charakterzüge sind von allen dreien. Das ist leider komplett untergegangen und auch ein bisschen doof. Also, ich weiß nicht, das ist fast schon Verschwendung, da drei Figuren draus zu machen. Ich kann das einfach nicht, finde ich irgendwie, weiß ich nicht, also, ne. Hat mich auf jeden Fall insofern geprägt, dass es tatsächlich wirklich meine allerersten Kontakte mit Comics gewesen sein dürften und hab damals das mit den Sprechblasen auch gar nicht so wahrgenommen, was eine ganz besondere, ja, erzählerische Geschichte ist. Das ist, wie gesagt, glaube ich, auch einfach auf einzuordnen, Stellenwert von Comics zu DDR-Zeiten. Ich glaube, da ging es einfach noch ein bisschen, das war einfach staatlich, glaube ich, vorgegeben, wenn ich da richtig informiert bin. Der, liebe Steffen, hat er uns das Ganze ja auch schon in seinem Einspieler da auch schon erzählt. Auch der kennt die Serie und ich habe die Vermutung, dass die Digit Ducks selbst hier in der Runde keine große Rolle gespielt haben. Oder Andi, wie sieht das da bei dir aus? Gut, ich bin nicht im Osten Deutschlands aufgewachsen. Ich bin ein Westkind. Meine Comicprägung ist auch noch vor dem Mauerfall. Das ist so. Ja, ich kenne tatsächlich das Mosaikheft nur aus der Beschäftigung mit deutschen Comics. Ich habe keins gelesen. Es gab mal eine Ausstellung auf einem Comicsalon, irgendwelche Vorträge und sonst irgendwas. Also ich habe das mitbekommen. Ich habe das ein bisschen angelernt bekommen, was das ist und dass das existiert. Und ich habe natürlich auch mal Bilder gesehen, etc. Aber ich habe niemals eins gelesen. Für mich war das so, auch immer, wenn wir es wieder so von Universen und ihren Einstiegshürden hatten, das Heft heißt Mosaik und dann gibt es aber irgendwie die Digit Ducks und dann gibt es die Abrafaxe und was ist jetzt was und wie gehört das zusammen? Und ist in dem Heft auch noch was anderes drin, außer die Digit Ducks oder die Abrafaxe? Weil es heißt ja Mosaik. Also es klingt irgendwie so wie ist ein Magazin und unter anderem sind da auch die Digit Ducks drin. Also das ist mir nie so richtig. Also ich habe das dann natürlich mich damit beschäftigt, aber irgendwie ist das in meinem Kopf auch nie so richtig verhaftet geblieben. Und ich hätte jetzt auch heute wieder nicht sagen können, Digit Ducks, Abrafaxe, was ist der Unterschied und warum und was kam zuerst und was kam später und was ist aktuell und so. Also das ist für mich tatsächlich ein Bereich des deutschen Comics, der mir irgendwie bewusst ist, wo ich aber selber keine aktive Erfahrung mit habe. Hm, okay. Ist denn in diesem Heft noch was anderes drin eigentlich als diese Comics? Die aktuellen Hefte habe ich nur durchgeblättert, die kenne ich gar nicht so genau. Und früher auch. Also grundsätzlich sind da nur die Geschichten der Abrafaxe drin und dann gibt es noch Redaktionsseiten, wo irgendwelche Kinder irgendwelche Bilder gemalt haben, die werden dann auch abgedruckt und natürlich ein bisschen Werbung, aber insgesamt sehr wenig Werbung im Vergleich zu anderen Dingen und leichte redaktionelle Aufarbeitung und du kannst noch ein bisschen was machen, so ein bisschen wie die Power Ranger Magazin, die ich nicht vorgestellt habe, aber schon deutlicher Comics Schwerpunkt und auch nur die Abrafaxe. Okay, also das das Heft, es könnte auch Abrafaxe heißen, das Heft, das würde nichts verwirren, aber es heißt Mosaik. Okay. Ist vermutlich zugänglicher als Abrafaxe. Die Faxen ist, die würden heute Abra-E-Mail heißen. Das war so ein Kallauer, den hätte auch Steffen rausen können. Ja, ich hab mal einen Moment. Momente. Aber du hast sie nicht zufällig gelesen, oder Brito? Die Digidax habe ich nicht gelesen, aber ich habe mir mal die kompletten Abrafaxe geholt von dem ersten Heft, ich glaube das von 76 bis zur Wiedervereinigung. Die habe ich tatsächlich gekauft und gelesen, weil mich das immer interessiert hat, es war immer so ein Thema, der Steffen hatte auf das drüber referiert und die ließen sich dann auch recht günstig schießen. Irgendwie hatte ich so ein größeres Paket geholt, wo ich nur noch ein paar kompletieren musste. Und ja, ich glaube es ist was anderes, wenn man damit groß wird, speziell wenn es das einzige Heft ist, was du kriegen kannst. Ich fand die schon charmant gemacht, für ein Kind gar nicht so schlecht. Vor allem, man muss halt bedenken, es kommt halt aus der DDR und da habe ich jetzt keine großartige politische Note drin gesehen, wie das in anderen Publikationen, wie es zum Beispiel in DDR-Schulbüchern ist und so weiter und so fort. Es geht immer sehr in die Geschichte, es geht gern in andere Länder, so ein bisschen Eskapismus ist da auf jeden Fall drin und ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, dass eben nicht so sehr ein staatlicher Eingriff da drin war, dass in jedem Band über den bösen Kapitalismus und was damit alles zusammenhängt und den Warschauer Vertrag, wie es in der DDR genannt wurde, in Westdeutschland-Warschauer-Pakt geredet wurde, sondern dass es wirklich immer so ein bisschen aus der Geschichte heraus mit lustigen kleinen Elementen, dass da was passiert ist, da kann man auch die Menschen oder die Figuren, die Abrafaxe sehr gut auseinanderhalten. Wie gesagt, es gibt halt auch typisch klischee-mäßig den gemütlichen Dicken, der immer sehr viel Hunger hat und der immer so ein bisschen der Toilpatsch ist und so weiter. Das hat ganz gut funktioniert und ich habe sie tatsächlich auch alle gelesen, ja. Interessant. Ich hatte beim Durchstöbern der Mosaikhefte, aber das waren jetzt nicht die, ich glaube, ich habe das vor ein paar Längerem schon mal in der Hand gehabt, immer schon so ein bisschen sehr dieses Wissensvermittlungsding im Vordergrund steht bei den aktuellen Mosaikheften. Hattest du den Eindruck auch? Ja, sie bringen gerne mal geschichtliche Elemente da rein. Wie gesagt, die Abrafaxe sind in dieser Phase zumindest durch verschiedene Epochen immer gereist, auch teilweise auch durch ominöse Unterschiede, also sie gehen in irgendeinen Wald rein und plötzlich sind sie in einer ganz anderen Zeit und in einem ganz anderen Ort. So in dem Dreh habe ich das in Erinnerung. Aber es war auch nicht zu viel Wissensvermittlung. Also ich glaube schon, dass man das, wenn man das als Kind gelesen hat, einfach damit Spaß haben konnte. Auch wenn du nicht wirklich eine andere Wahl hattest, was anderes zu lesen, aber das war unterm Strich wahrscheinlich eine gute Sache. Aber nachträglich sich das reinzuschaufeln, also ich habe es gemacht, ich würde es aber nicht für jeden empfehlen. Es sei denn, man hat so ein bisschen Hang zu Funnies und man möchte das aus dieser geschichtlichen Perspektive sehen, in der das Ganze gezeichnet ist. Weißt du, du guckst dir jedes Heft an und denkst, okay, das wurde in der DDR gemacht 1989 und ich habe hier übrigens noch den Adressaufkleber von dem Kind, was das damals in Karl-Marx-Stadt gelesen hat. Und also diesen Aspekt mag ich daran. Also ich habe sowieso ein Faible für ältere Bücher, die können gerne mal 100 oder älter sein und einfach diese Atmosphäre, die so ein Buch dann auch versprüht, zu lesen. Also ich habe Sachen aus den 20ern, die natürlich eine ganz andere Botschaft vermitteln als verschiedene Bücher, die ich vielleicht aus den 30ern habe, wo, was weiß ich, das Soldatensein sehr gerühmt wird und so weiter und so fort und auch 50er und 60er. Das ist wieder eine komplett andere Atmosphäre und wie gesagt, bei den Abrafaxen konnte ich mich sehr, sehr gut reindenken, wie das zu dieser Zeit wohl gewesen ist und warum das gut gefunden wird, eben weil nicht zu stark mit dem Holzhammer Botschaften vermittelt werden sollen politischer Natur. Wie gesagt, ich habe auch Schulbücher aus der DDR, obwohl ich ja nicht aus der DDR stamme, einfach, weil ich mal Staatsbürgerkunde auch mal sehen wollte, was damals vermittelt wurde über den Westen, wie wurde das Ganze gesehen und das sind natürlich gänzlich andere Botschaften, die da verbreitet werden halt. Die Menschen, die das Upgrade gemacht haben, die kamen doch auch vom Mosaik, oder? Waren die da nicht auch? Ja, eine Weile. Sascha Wüstefeld war da, glaube ich, dabei. Oh, jetzt bin ich ja mega gut vorbereitet hier. Nee, das ist mir auch nur so im Hinterkopf, also man merkt das ja auch immer wieder, dass eben Menschen, die Deutsche, die im Osten aufgewachsen sind, für die das eine ganz, ganz, ganz starke Prägung ist und wie du ja auch gesagt hast, viele Abonnenten, also dass da immer noch eine sehr, sehr starke Bindung auch dazu da ist, offensichtlich, aber ich glaube, vermute auch, dass das tatsächlich immer noch ein sehr ostdeutsches Phänomen ist und also, wie gesagt, bei mir, bei mir ist es nie aktiv vorbeigekommen, außer eben so in der, in der Sekundärbeschäftigung durch, durch Ausstellungen etc. Und dass ich mal einen Artikel gelesen habe oder so. Ich kann das ja übrigens konkret bestätigen hier, also ich habe hier unter, ich habe wirklich eine Menge Dinge hier liegen, unter anderem auch das Buch 25 Jahre Abrafaxe, ist offensichtlich auch nicht mehr so ganz taufrisch und da ist hinten eine Ansammlung der Künstler unterwegs, die da also tätig waren, das ist ja auch ein Artorenkollektiv, muss ich ja mal so sehen, die Mosaikreihe, das ist ja wirklich, das ist ein Artorenkollektiv mit festangestellten Künstlern, also auch Textern und eben auch Zeichnern, sowohl eben Männer und auch Frauen und da ist unter anderem auch der Sascha Wüstefeld mit dabei gewesen und der hat sich auch vor gar nicht allzu langer Zeit sehr negativ und öffentlich zu einem Redesign der Abrafaxe geäußert, wo er wirklich sehr negativ angetan war, öffentlich und das, ja, ich weiß nicht genau, was da jetzt letztlich bei rauskam. Das ist ja ganz spannend, also das ist ja so ähnlich wie im amerikanischen Studiosystem, was es in Deutschland ja nicht so häufig gibt, dass quasi Charaktere existieren, die über die Jahre und Jahrzehnte von unterschiedlichen Menschen geschrieben und gezeichnet werden, aber halt in einem Hausstil, also auch so, dass es quasi nicht großartig erkennbar ist, zumindest für den Laien, dass das jetzt andere Menschen gemacht haben als vor zwei Jahren oder so. Also dieses Studiosystem haben wir ja nicht so viel. Bei uns ist ja hauptsächlich so Autorencomic, jeder macht sein Ding und nicht so, wie man heutzutage gesagt, Franchise, das über Jahrzehnte weitergeführt wird von unterschiedlichen Menschen. Ja, ganz genau. Also Festanstellungen sind einfach selten, obwohl es auch eine schöne Sache für jeden, der da so reinkommt. Ich meine sowas wie eine regelmäßige Krankenversicherung und so, das ist schon ganz praktisch für Künstler. Insofern, coole Geschichte. Ja, ich habe da nur leider auch wie Andi keinen so großen Bezug gehabt. Ich habe das ab und zu mal in der Leihbücherei ausgeliehen oder beim Arzt gelesen, aber viel hängen geblieben ist mir da leider nix. Da hat mich die lustigen Taschenbücher, diverses franco-belgisches Zeug oder das Mickey Mouse Heft damals dann doch irgendwie mehr geprägt, das dann doch mehr hängen geblieben. Jetzt haben wir einmal alles durchgesprochen. Wir haben alle Comics, die uns in irgendeiner Form geprägt und beeinflusst haben, hier mal thematisiert. Wir sind auch mit inzwischen über drei Stunden bereits jetzt bei der längsten Ausgabe, die es seit dem Comeback je gab. Und trotzdem denke ich, können wir uns bei der 100 Mal rausnehmen, ja insgesamt auch vielleicht noch mal so ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Und bevor wir das aber machen, möchte ich uns den vorletzten Einspieler noch gönnen. Und diesen Einspieler haben wir genau genommen, dem lieben Breedstorm zu verdanken. Denn der hat den Sepp angehauen. An der Stelle also auch noch mal vielen Dank für die Kontaktaufnahme, lieber Breedstorm. Und da muss ich mich ein bisschen beim Sepp entschuldigen. Denn ich wollte so Einspieler haben, so zwischen zwei und drei Minuten. Und so wie man den Sepp vielleicht kennt, der macht es gern länger und intensiver und schön. Und er hat wirklich insgesamt eine total unterhaltsame und gute halbe Stunde Information für uns aufgenommen. Aber die können wir jetzt hier natürlich in der Stelle nicht mit einbauen. Das heißt, ich habe es arg reduziert. Aber möchte euch draußen vielleicht nochmal die Info droppen. Wir haben überlegt, ob wir diese halbe Stunde noch irgendwie sinnvoll nutzen. Wir müssen uns mit dem Sepp absprechen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir die exklusiv für unsere Mitglieder in den Chatgruppen, also auf Telegram und Signal droppen. Das finde ich ist echt eine gute Idee, wo ihr letztlich das, was ihr jetzt gleich als Quintessenz noch bekommt, nochmal deutlich ausgiebiger vom Sepp bekommen könnt. und würde sagen, ich starte jetzt mal den Einspieler vom lieben Sepp in der Kurzfassung. Viel Spaß. Hallo, liebe Comic-Publie-Zuhörer, hier ist der Sepp. Nach vielen, vielen Jahren auch mal wieder im Podcast mit dabei als Gast. Der gute Breedstorm hat mich eingeladen und ich möchte erst mal sagen, dass ich es klasse finde, dass es den Podcast überhaupt immer noch gibt nach all den Jahren. Ja, in den letzten Jahren habe ich natürlich unglaublich viel gelesen und es ist absolut unmöglich, das alles irgendwie zusammenzufassen, aber ich wollte trotzdem die Gelegenheit nutzen, wenn ich schon im Comic-Podcast mal wieder dabei bin, auch ein bisschen was über die Sachen zu erzählen, die ich in letzter Zeit gelesen habe und die ich besonders empfehlenswert oder besonders interessant gefunden habe. Also ich will mal anfangen mit den hervorragenden Sammelbänden zu Komen, die Panini seit einiger Zeit herausbringt, in denen das klassische Material veröffentlicht wird. Im Gro ist das schon eine Reihe, die absolut lesenswert ist in einer fantastischen Aufmachung. Kann ich jedem nur ans Herz legen, egal ob man einfach nur Komen-Fan ist oder sowieso das alte Marvel-Material früher gerne gemocht hat und gerne die Möglichkeit hätte, das in einem ordentlichen Format mit einer guten Übersetzung nochmal zu lesen. Vor ein paar Jahren wurde mal angekündigt, dass bei Hachette vielleicht Komen-Ausgaben rauskommen, aber das ist dann nie passiert. Es sind, glaube ich, vier Bände an Testpublikum versendet worden, aber das ist dann doch nicht als reguläre Reihe gestartet worden. Wenn ich jetzt gerade schon auf die Hachette-Bände zu sprechen gekommen bin, will ich die auch nochmal erwähnen, vor allen Dingen die rote Reihe, die immer einen Helden in den Fokus stellt und dann ein typisches Abenteuer dazu veröffentlicht. Ich finde es halt auch da sehr schön, dass es immer so einen kleinen Abriss über die Geschichte des Helden gibt, wie die Figur entstanden ist, vielleicht noch ein paar besondere Titelbilder oder so und ja, also man sollte sich wirklich mal die Zeit nehmen zu gucken, was da veröffentlicht worden ist und man sieht immer auf der Rückseite der Bände, welche Hefte enthalten sind und da sind einige echte Perlen dabei. In der schwarzen Reihe kommen im Augenblick einige sogenannte Marvel-Master-Bände raus, Jack Kirby, Frank Miller, Chris Claremont, Jim Lee, die immer auch so einen kleinen Ausschnitt aus dem Werk Praxis der jeweiligen Personen bei Marvel zeigen. Die sind oft sehr gut zusammengestellt. Ich habe gerade erst den Jack Kirby-Band gelesen. Zudem habe ich mir auch gerade den dritten Band von Die Krupp von Dracula geholt. Auch hier sind Omnibi veröffentlicht worden mit Material, das per Panin schon erschienen ist. Aber dieser dritte Band enthält die Schwarz-Weiß-Ausgaben aus der Magazinreihe. Im Bereich der Mangas lese ich mir nach wie vor großer Begeisterung die Serie Attack on Titan. Die Reihe hat in ihren Themen einen stetigen Wandel erfahren und es geht immer mal um was vollkommen anderes. Es gab Geschichten, die waren beeinflusst von, ja, im Prinzip von Rassenverfolgung. Vergleiche konnte man ziehen zur Judenverfolgung in Nazi-Deutschland. Es gab Gettos und Leute, die ein Abzeichen tragen mussten, damit klar war, wo sie herkommen. Und das habe ich nicht kommen sehen, als die Reihe angefangen hat, als es nur darum ging, dass riesige Monster auftauchen, die Menschen fressen. Ansonsten hatte ich damals die zwölfteilige erste Staffel von One Punch Man gesehen und mir dann auch den Comic zugelegt. Die Reihe macht unglaublich Spaß, vor allen Dingen für einen Superheldenleser und kann ehrlich gesagt gar nicht genug davon bekommen. Des Weiteren finde ich es ganz, ganz toll, dass auf dem deutschen Markt im Augenblick ein Trend eingesetzt hat, bei dem ältere Manga erneut veröffentlicht werden. Das sind alles Sachen, die im größeren Format kommen, was natürlich sehr schön ist, da die ursprünglichen Veröffentlichungen meistens sehr klein gewesen sind und wer das noch nicht hat, sollte sich auf jeden Fall mal umgucken, was rauskommt und gerne zugreifen. Ich finde, das sind auch Sachen, die gerade für Leute, die nicht oft Manga lesen, durchaus einen Einstieg bieten. Ich wollte noch mal auf die Turtles-Reihe hinweisen, die bei IDW herauskommt. diese Serie ist schlicht und einfach hervorragend. Von allem Turtles-Material, das jemals erschienen ist, ist es die mit der konsistent besten Qualität über die komplette Reihe. Es wird aus allen Inkarnationen der Turtles etwas herausgenommen und in diese Reihe integriert und trotzdem was ganz Eigenes erzählt. Ich möchte ganz, ganz dringend jedem, der vielleicht gerade auch das Gefühl hat, dass es zu viele Wiederholungen seiner üblichen Comic-Kost gibt das ans Herz legen. Wenn man noch Kindheitserinnerungen an die Turtles hat, sowieso, aber auch wenn man damit überhaupt nichts anfangen kann, sollte man es wenigstens mal angelesen haben. Wenn wir bei Ninjas sind, möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass im Dantes Verlag Osagi Yojimbo neu aufgelegt wird. Leute, zugreifen. Was sehr, sehr schade ist, ist, dass wir nach wie vor keine deutsche Veröffentlichung von Inside Möbius sehen. Wirklich sehr zu empfehlen. Leider nicht auf Deutsch. Wer Englisch kann, soll sie sich darstellen. Ja, Leute, das war mein Beitrag zur 100. Episode der Comic Cookies. Vielen Dank dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, das zu machen. Es hat mich wirklich gefreut, mal wieder in die Welt der Podcast einzutauchen. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr gelangweilt, was ich so zu erzählen habe. Wer weiß, vielleicht bis zur 200. Folge. Sehr gut, vielen Dank, lieber Sepp. Grüße gehen raus an einen ehemaligen Mitreiter der Comic Cookies. Du hast ihn auch schon persönlich treffen können, oder Blitzo? Ja, wir haben uns ja eigentlich die ganze Zeit in allen Folgen persönlich gesehen. Da gab es keine Online-Folgen. Das hat viele Probleme vereinfacht. Das glaube ich gern, ja. Wir haben noch den Einspieler von Marek, der ist ganz kurz und eigentlich können wir den auch gleich mal nachschieben, würde ich sagen. Dann haben wir hier, denke ich, auch einen runden Abschluss. Den Marek kennen wir auch noch aus Folgen, die vor gar nicht allzu langer Zeit erschienen sind. Damit sind wir insgesamt durch mit vier Einspielern. Haben leider nicht alle Leute mit am Start, aber doch schon viele, die mal bei den Comic Cookies irgendwas gemacht haben. Und nun hören wir uns mal an, was der Marek uns zu sagen hat. Happy Birthday, liebe Cookies. Alles Gute zum 100. zur 100. Episode. Mein Name ist Marek und ich bin echt happy, dass es euch gibt. Ihr seht keinen Tag jünger, nein, älter aus. Nein, jünger, nee, älter. Und ja, ich durfte zweimal oder dreimal, glaube ich sogar, mitwirken und von meinen ersten Schritten als Comiczeichner erzählen. Und das war eine schöne Sache und ich hoffe, dass ich irgendwann wieder mal bei euch bin und erzählen kann, was jetzt so los ist. und viel Glück, viel Erfolg und viel Spaß in den nächsten Episoden. Viel Spaß werden wir haben. Sehr schön. Jo, dann zum Schluss vielleicht, bevor wir dann auch auf die ganzen Details zum Gewinnspiel, das ich auch angekündigt hatte, zu sprechen kommen, wollten wir uns einfach noch mal so ein bisschen perspektivisch unterhalten. Wir müssen mal gucken, das muss ja auch nicht ewig ausatmen. Wir haben uns ja in der letzten Ausgabe auch schon sehr aus, in einer der letzten Ausgaben, die vorletzte war es, glaube ich, sehr ausgiebig zur deutschen Comicszene unterhalten. Vielleicht können wir reiherum einfach mal so ein bisschen einen Blick in die Glaskugel werfen. Was glaubt ihr, wie geht es weiter mit den Comic-Cookies? Was glaubt ihr, wie geht es weiter mit, ja, meinetwegen auch Live-Veranstaltungen im Bereich Comics? Was sind so eure Eindrücke und Hoffnungen für die Comicszene in den nächsten Monaten vielleicht? Viel, viel langfristiger, glaube ich, wird es schwierig zu planen. Einfach mal so ein bisschen ins Blaue. Ich persönlich sehe es nämlich eigentlich recht positiv. Andi, was hast du denn da so aktuell für ein Bauchgefühl? Absolut auch positiv. Also das Medium geht nicht weg. Das wird nicht passieren. Es wandelt sich. Geschichten verändern sich. Publikationsformen verändern sich. Wir haben aktuell eine Mischform aus digital und analog. Es kommt viel Nachwuchs. Es hat sich da in den letzten Jahrzehnten deutlich was getan, gerade auch was heimische Produktionen auch angeht. Und natürlich gibt es immer Menschen, die mal mehr für sich finden oder auch mal weniger. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass das Medium-Comic steht auf festen Füßen. Und wenn man bei heimischen Produktionen vielleicht gerade nicht fündig wird, dann passiert in anderen Ländern spannende Sachen. Dann hat Frankreich mal wieder eine große Phase mit interessanten neuen KünstlerInnen. Und dann ist es mal wieder was Neues aus Japan oder Korea oder sonst irgendwas. Also wenn man sich jetzt generell für das Medium interessiert, wird es nicht langweilig. Von daher, was die Comic-Cookies angeht, also es wird immer Themen geben, die wir hier besprechen können. Es wird immer spannende Sachen geben, die wir vorstellen können. Es wird auch immer mal wieder einen Verriss geben. Aber aus meiner eigenen einfachen Lebenserfahrung von jetzt 44 Jahren, dann ziehen wir mal ein paar Jahre ab, in denen ich noch keine Comics mehr anschauen konnte. Also haben wir mal grob vier Jahrzehnte, die ich mich mit Comics auseinandersetze. Das ist nie weggegangen über die Jahrzehnte. Es hat sich dann auch eher intensiviert sogar. Also das wird nicht weggehen in nächster Zeit. Was Live-Veranstaltungen angeht, ich gehe sehr stark davon aus, dass die wiederkommen werden. Also die Organisationsteams sind alle sehr aktiv gewesen, auch im Hintergrund. Auch jetzt, wenn das Comic-Festival München dieses Jahr stattfindet, es findet halt eher online statt. Und es gibt noch ein paar Ausstellungen in München selbst und auch mit Aktionen, glaube ich, sogar, zumindest kleineren. Also die haben auch nicht aufgegeben. Das wird auch alles weiter passieren. Also wenn es mir um irgendein Medium, mit dem ich mich beschäftige und das ich liebgewonnen habe, nicht bange ist, dann ist es tatsächlich Comics. Das sind einfach schöne Worte gewesen. Patrick, siehst du das eh nicht optimistisch? Ja, ich bin halt durch meinen Beruf ein bisschen Corona-gebeutelter, gebe ich zu. Aber wenn man das jetzt mit der Anfangszeit der Cookies vergleicht, also wo ich eingestiegen bin und überwiegend bei den Spezialen war, da habe ich zu Kumpels gesagt, ja, ich bin zu speziell. Ich bin gerade einfach meistens in den Spezialen und dann jetzt quasi zu einem der vier aktuellen Haupt-Cookies aufgestiegen bin, finde ich das eine coole Wandlung. Ich hoffe, dass die Kinolandschaft und die Comic-Landschaft wieder aufblühen, weil das ist wirklich was, das mir fehlt, gerade auch unser obligatorisches Treffen einmal im Monat. Das fehlt schon massiv und ich sehe auch hoffnungsvoll einer besseren Zeit entgegen, auch wenn diese Corona-Zeit dann irgendwie auch Chance gegeben hat, sich bei Leuten im Homeoffice dann gezielt mehr mit Gamen oder auch mit Comics zu befassen. Also bei ein paar wird das genau wahrscheinlich das Gegenteil bewegt haben. Dass die sich dann deutlich mehr mit Comics befasst haben, hat alles so seine Schattenseiten. Ich hoffe eben, dass es bald mal wieder ein bisschen geselliger wird und sehe da auch halbwegs optimistisch rein. Sehr gut, sehr gut. Ja und Breedstorm, allein wegen dir werden wir wahrscheinlich demnächst uns auch keine Sorgen um Mangas machen müssen und auch um E-Comics sind ja jetzt dein Thema geworden, oder? Ja und das Schneiden von Audiospuren ist mein Thema geworden, ganz klar. Nein, also ich denke, vieles wurde schon gesagt. Also ich denke, wie gesagt, wenn die Leute mal alle ein bisschen durchgeimpft sind, dann können wir uns endlich mal auch wieder auf Veranstaltungen sehen. Die Online-Sachen sind ja ein netter Ersatz, so ein bisschen, aber letztendlich gehst du ja zu einer Messe, um die Leute auch face-to-face zu sehen. Du willst einen Künstler live erleben und nicht über den Bildschirm. Deswegen brauchen wir einfach dann wieder, wenn es wieder geht, wenn es wieder absolut sicher ist, dass wir keine Leute gefährden, brauchen wir einfach dann entsprechende Möglichkeiten, um uns zu treffen. Für die Comic-Cookies wäre schön, habe ich schon längere Zeit drüber nachgedacht, dass wir vielleicht das eine oder eine Crossover vielleicht machen mit anderen Comic-Casts. Ich habe schon überlegt, wie könnten wir das am schlauesten machen, weil wir sind ja schon zu viert und gehen wir davon aus, die anderen sind dann auch zu dritt, zu viert oder noch mehr, dann wird das natürlich ein bisschen chaotisch, aber man könnte das ja auch mischen. Man könnte zum Beispiel sagen, ein Teil der Cookies trifft sich mit einem Teil von Podcast X oder Y oder wie auch immer und dann hat man zwei Podcasts, jeder auf seinen eigenen Channel, aber mal mit gemischten Besetzungen. Sowas könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Einfach immer ein bisschen Abwechslung reinzubringen, sich vielleicht kennenzulernen, wenn man sich noch nicht kennt. Das wäre eine schöne Sache, die ich mir vorstellen könnte. Ich denke, spätestens mit den Cons, also mit den Eröffnungen der Comic-Cons, wird es auch wieder diese Mischungen und diese Crossover geben. Damals war das ja der Fall. Ja, da ist es natürlich noch einfacher, weil du dir einfach ein Gerät teilen kannst, im einfachsten Fall. Und das ist sowieso meine Arbeitsweise. Am besten auf einen Knopf drücken und dann funktioniert es. Naja. Ja, schließe mich insgesamt an. Ich bin noch sehr zufrieden, was sowohl die Comic-Cookies angeht. Ich finde es cool, dass wir es geballert bekommen, hier regelmäßig Content rauszuhauen. Auch hochwertigen Content, der tolle Besprechungen bereithält. Ich denke, dass wir inhaltlich auch ganz andere Dinge machen, als viele Mitkollegen aus der Comic-Podcast-Szene. Ich habe ganz aktuell übrigens auch mal den Hinweis auf Spotify eine öffentliche Playlist erstellt mit dem Titel German Comic Podcasts. Dort findet ihr alle mir bekannten deutschsprachigen Comic Podcasts, also Comic und Manga. Ich will es mal so explizit auch extra erwähnen, die auf Spotify vertreten sind. Das dürfte nahezu alle sein. Und auch alle, die ab 2021 was veröffentlicht haben. Teilweise aus einzelnen Casts, auch dann jeweils nur die Episode mit Comic-Bezug. Also wenn die Podcasts auch andere Dinge machen, meinetwegen wie Rollenspiele oder so, da taucht das in dieser Playlist nicht auf. Denn viele Menschen dort draußen hören Podcasts über Spotify. Ich selbst kann es nicht nachvollziehen, finde es irgendwie in den Möglichkeiten einfach zu begrenzt. Aber viele Menschen machen es, weil es einfach die alltägliche App ist für eben solche Audio-Inhalte. Und habe deswegen mal so eine Playlist erstellt. Hört da unbedingt mal rein. Es gibt nämlich eine ganze Menge Comic-Podcasts. Und ich fände es auch cool, wenn wir da jetzt ein oder andere Crossover starten würden. Zu den meisten bis allen habe ich tatsächlich auch regen Kontakt. Und ich denke, dass wir da irgendwas auch hinkriegen werden. Und deswegen mit den Comic-Cookies geht es weiter. Ich hoffe auf mindestens 100 weitere Ausgaben, auch wenn die sich jetzt natürlich über viele Jahre hinziehen werden. Wir schreiben ja gerne, dass wir Deutschlands ältester Comic-Podcast sind. Und wir sind sicher nicht der Erste, aber zumindest der Langlebigste in dieser Form, den wir kennen, der auch bis heute regelmäßig und bis ausschließlich Comic-Content macht. Und ja, ich freue mich tierisch, dass wir auch eine stolze Anzahl an Hörenden haben. Gerade die letzten Ausgaben haben dafür gesorgt, dass unsere Hörendenzahlen auch nochmal in die Höhe gestiegen sind. Und wir da inzwischen stabil bei vierstelligen Abrufzahlen sind. Das freut mich wirklich sehr. Wir haben Interaktionen in den Chatgruppen auf Telegram und Signal. Das finde ich ganz großartig, wo wir wirklich auch einen regelmäßigen, regen, guten inhaltlichen Austausch haben. Noch sind wir da in diesen Gruppen in eine kleine, aber überschaubare und eben aber hochwertige Anzahl an Menschen, die da schreiben. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch mal beitreten, wenn ihr euch über Comics mit uns austauschen wollt. Ja, insgesamt das Medium Comic, glaube ich, ist auch was, dem es nicht geschadet hat mit Corona. Also insgesamt nicht geschadet hat. Ich denke, dass so natürlich die Veranstaltungen, die fehlen alle. Gerade was so kleine Indie-Comic-KünstlerInnen angeht und die Verkäufe da natürlich, das ist natürlich so ein Schlag ins Gesicht für die, dass die jetzt nicht vor Ort verkaufen können, weil da dann doch das ein wesentlicher Teil des Umsatzes war, der da jetzt einfach weggebrochen ist in den letzten anderthalb bis zwei Jahren. Das tut mir wahnsinnig leid und ich hoffe, dass die alle halbwegs bis gut durchkommen aus der ganzen Geschichte. Ich weiß, dass die großen Verlage nicht gelitten haben unter der Situation. Ganz im Gegenteil. Die Leute, die Lesenden hatten teilweise sehr viel Zeit, sich mit eskapistischen Themen wie eben auch Comics zu beschäftigen und weiß, dass wirklich die großen Verlage, deren Namen wir alle kennen, da gut aufgestellt sind, dass die gute Zahlen haben und dass sie sich keine Sorgen machen und ja, denke, dass es insgesamt dem Medium-Comic wirklich sehr gut geht. Ich hoffe, dass die sicherlich sehr heterogene Comics-Szene vielleicht, sag ich mal, sich auf gewisse gemeinsame Standards, auch, sag ich mal, so was Streitkultur angeht, einigen kann. Ich fände es schön, wenn wir, ja, wenn sie, ich weiß nicht, ich will es nicht zu weit auswollen, aber ich fände es schön, wenn man vielleicht an jeder Facette der Comics-Szene irgendwie auch positive Dinge finden kann. Ohne Frage, gibt es auch schwarze Schafe, wie es eben in jeder Szene der Fall ist, aber unter Umständen müssen wir im Detail manchmal einfach ein bisschen mehr zusammenstehen. Wir müssen vielleicht alle noch ein bisschen vernetzter sein, uns vielleicht noch ein bisschen mehr kennenlernen und diese Crossover-Idee von Bleedstorm ist eigentlich eine ganz coole. Vielleicht kann das auch ein Schritt in diese Richtung sein. Und jetzt die Hinweise zu unserem Gewinnspiel. Wir hatten zu Beginn schon gedroppt, dass hier wahnsinnig viel geiler Scheiß auf euch wartet, liebe Hörende, und ihr könnt euch freuen auf Comics von CrossCult. Das ist Gung-Ho Nummer 5. Ihr könnt euch freuen von Panini Comics. Da haben wir die Deluxe-Version von Sweet Tooth. Wir haben zwei Beiträge vom Dantes Verlag mit Modded und Code Peru sowie Sumi von Michael Nicolai. Dann haben wir ein super special Nerd-Paket, das ich noch packen werde. Außerdem könnt ihr euch freuen auf dreimal die erste Ausgabe von Die Wandernde Erde vom Splitter Verlag. Der Carlsen Verlag steuert bei Monster Perfect Edition 1 sowie die Abenteuer des Mark Jaguar in der ersten Gesamtausgabe, also Gesamtausgabe Nummer 1, sowie Bloody Mary von Christina Germann. Vom Schreiber- und Leserverlag gibt es dreimal Regenwolf. Egmont Comic Collection steuert dreimal Lucky Luke 100 im Softcover bei. Und von KC kriegen wir dreimal Beast Stars Nummer 1. Was müsst ihr tun, um dieses Riesen-Paket zu bekommen? Also es sind quasi neun Comics, die ihr auf einmal kriegt, von den individuellen Verlagen zugeschickt und es ist gar nicht so kompliziert. Ich würde euch bitten, dass ihr unter den Social Media Beiträgen, die es gibt, das ist also Facebook, Twitter und Instagram, zur Folge 100, zur Jubiläumsausgabe, in die Kommentare einfach nur mal was schreibt. Was ihr schreibt, ist auch euch überlassen. Ihr könnt gerne Feedback hinterlassen, ihr könnt auch gerne schreiben, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. All das wäre möglich. Ihr müsst niemanden verlinken oder so, einfach nur in die Kommentare schreiben oder uns auch eine E-Mail zukommen lassen können, für alle, die nicht auf Social Media Plattformen unterwegs sind. Ihr erreicht uns unter Folgen der E-Mail-Adresse, die ich natürlich auch, wie alle anderen Infos, in die Shownotes packe. Ihr könnt uns unter cookies.comic-community.net eine E-Mail schreiben mit dem Header, also der Kopfzeile, wie nennt man das bei E-Mails? Betreffzeile. Betreffzeile. Gewinnspiel, damit ich es einordnen kann, wenn es bei mir aufschlägt. Und auch da einfach nur schreiben, ich möchte daran teilnehmen. Ihr könnt uns gerne auch schreiben, wie euch diese Ausgabe gefallen hat. Ihr könnt uns generell eure Gedanken zu den Comic-Cookies mitteilen. Wenn wir eure Erlaubnis kriegen, dann gehen wir da auch gerne in einer der folgenden Ausgaben mal drauf ein. Oder eben via Social Media habt ihr auch die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Ihr könnt übrigens auch alle vier Möglichkeiten gleichzeitig nutzen und seid dann quasi viermal im Lostopf drin. Das ist absolut legitim und absolut in Ordnung. Da würden wir uns sehr freuen. Das Ganze endet Anfang Juni. Ich setze jetzt hier einen Stichtag fest. Am 6. Juni wird es abends um 18 Uhr die Auslosung geben, wo wir aus allen Teilnehmenden, aus allen Losen quasi im Lostopf zufällig drei GewinnerInnen auswählen werden. Und dann schreibe ich euch individuell an. Bitte euch individuell mir eure Adresse mitzuteilen, die ich dann wiederum an die jeweiligen Verlage weiterreichen kann. Und das kriegt ihr dann im Detail von mir alles nochmal so mitgeteilt. Jo, und wie gesagt, ist gar nicht so kompliziert. Einfach irgendwo auf Social Media unter den Posts zur Folge 100 einen Kommentar hinterlassen oder uns eine E-Mail schreiben an cookiesatcomic-community.net und in die Betreffzeile das Wort Gewinnspiel reinschreiben. Das, glaube ich, ist alles, was man dazu sagen kann und muss. Ach ja, und natürlich bitte Teilnahme erst ab 18. Das wäre voll sinnvoll. Dann bitte keine Teilnehmenden-Personen von Leuten, die heute zum Beispiel Einspieler gedroppt haben. Das wäre ganz cool. Und dann natürlich auch, wie gesagt, diese Weitergabe mit den Daten und so mit der Adresse. Das da müsst ihr zustimmen. DSGVO und so ist alles ein bisschen schwierig. Wir fassen das auch nochmal, die Gewinnteilnahme-Bedingungen, die fassen wir auch nochmal schriftlich zusammen. Auf der Seite der Comic-Community, auch da gibt es einen entsprechenden Link in den Shownotes. Jungs, das war sie. Folge 100 der Comic-Cookies. Krass, oder? Danke an der Stelle an Steffen, der mich hier reingeholt hat und teilweise auch in Interviews geschubst hat. Danke auch an Andi, der mich dann bei dem anderen Cast gefeuert hat. Also ist echt eine coole Sache geworden. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei bin und dass wir so in dieser Runde jetzt seit letztem Jahr dabei sind und auch wir stehen natürlich nur auf den Schultern derer, die da schon vor uns waren. Aber jetzt machen wir das erstmal. Danke, Breedstorm. Du als Leser-Fundament. Amen, Leute. Und natürlich auch hier jetzt nochmal für alle öffentlichen Dank an den Tele-Andi für das Organisieren der Einspieler und des Gewinnspiels und der ganzen Organisation und überhaupt, dass diese Folge 100 auch damit angefüllt werden konnte. Ich habe zu danken für eure Teilnahme. Es ist mir eine Riesenfreude, mit euch hier diese Besprechung zu machen. Auch gerne mal länger auch über Comics zu reden. Da habe ich im Alltag nicht so die Möglichkeiten zu. Und ich glaube, dass diesen Spaß, den wir haben, dass man den auch hört in unseren Aufnahmen. Und wenn ihr den da draußen auch gehört habt, dann würde ich mich doch sehr freuen, wenn ihr uns in irgendeiner Form Feedback hinterlasst. Ob jetzt nun via Social Media, sei es Bewertungen auf Apple Podcasts oder wo man sonst so Bewertungen da lassen kann. Es gibt einen YouTube-Upload zum Beispiel. Nutzt kein Mensch, aber gibt es wirklich. Da kann man Likes hinterlassen, uns abonnieren, da kann man Kommentare hinterlassen. Aktuell eben sehr wichtig, auf Spotify den Podcast zu folgen. Also nicht nur hören, sondern auch folgen. Kann man alles machen. Würde uns sehr helfen. Und wir nutzen eben auch die Möglichkeit, sogenannte Affiliate-Links. Das heißt also, falls ihr keine Möglichkeit habt, lokal bei euch Comics zu kaufen, dann packe ich in die Show Notes auch immer Links zu Amazon. Dort könnt ihr für ganz normales Geld, wie ihr das sonst auch tut, wenn ihr wollt, Comics kaufen und ohne Mehraufwand kriegen wir einen kleinen Cent-Bereich davon ab. Da kommt ihr, also bis jetzt hat das noch niemand genutzt, will ich auch ehrlich sein, weil die offensichtlich alle eure Comic-Läden unterstützt, was ich toll finde. Aber wenn ihr online bestellt, dann nutzt die Gelegenheit. Doch, wie gesagt, Bewertungen sind toll, empfehlt uns. All das hilft uns, die Comic-Cookies noch für viele weitere Ausgaben für euch am Start zu lassen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Adieu. Ciao. Tschüss. No, 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 no. No, 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 no.